ist doch klar wenn man noch eins kann aber eigentlich voll dumm junge und was egal er ist halt so die ebte ja du willst du willst jetzt sagen sagen ja spamt alle jungen ganz oben angezeigt ich bin jetzt immer kurz guck mal für uns das gucken unterfallen muss kurz mal gucken ob kollege online ist also der eine wenn ich rufe anziehen ich habe nur mal nicht nur so also ich kenne nur so von links auf und zu ihm alles kaufen auch nur man ist sowieso jungen gibt es keine online dass die ersten leute reinkommen mit denen aber eigentlich doch wochenende was machen die sind alle bei den diesen alten ist alle in der schule ich glaube ich mache ein zwei missionen ich fiefer mann ich bin jetzt 36 40 bekomme ich ding waffen verbessere und bei den herausforderungen bekomme ich bei waffentraining eliminieren mit einer spitzhacke einen unter 14er unterfang und so ne ja schade einfach ja noch so ich bin das maximum dann was muss man jetzt machen was oder 40er missionen mal 124 am mindestens weil ich brauche noch die aufgabe ich kriege ja noch ein waffen verbesserer bei mir steht aber 140 muss ich das machen ja dann mach 140 ich brauche noch eine meere schweber strahler und zermalma wenn wir das radars machen machen mach ich weiß ich man ich habe gar keinen bock zu bauen dass irgendwas anderes machen da gibt es nichts besseres oder überlebe die nacht lass überleben die nacht machen da kannst du auch die missionen so machen ja dann lass das machen weil das ja easy ein bisschen 75 zum müssen wir müssen nicht mal die schwebe an ich muss weil ich unbedingt machen ich will das halt nur machen wegen links also schweber mache ich dann weil ich können wir auch zusammen machen ich kann ja besser kennen als stimmt ach ich kann das so auch jetzt ist mein e-max level so richtig viel schaden das ist ein anzeige bach anzeige bach mein mann die kleinen die sind ab und die sind anzeige bach anzeige bach das ist ehrlich so was für manche spieler sind so abgehoben geworden das sowieso wir haben die wenden auch früher früher wollten alle kinder alle sind keine neuen mit nur alles haben jetzt haben sie zu den die alten wieder zurück die alte wird sich wieder zurück geben bei der sich gegen stetig wir sind diese zesen was epic games hat gesagt viele sachen werden nicht mehr reinkommen und alles wegen wegen den kindern alles ja das sind ja auch alte zeit man sollen alte zeiten zurückkommen das vergangenheit nicht kommen die alte zeichen alte zeiten alte features weiß es nicht welche habe das alles vergangenheit die alle spieler feiern alle spieler feiern die kommen nicht mehr rein wegen wegen ich glaube ich hab da vier soll die also jetzt am vierten jetzt einmal im neuen chapter da soll irgendwie so was kommen also alte sachen paar der heutigen episode von geisterboss ich hab jetzt aber abgesagt wegen ja ich finde dieses season scheiße in fort na wegen die repetierer die one shot der man macht also ich hab gar keinen bock auf die scheiße gerade auch wieder gespielt junge letztes wir waren top 2 und letztes game jung ich wurde einmal wieder gewonnen schottet jungen gar keinen bock mehr auf die scheiße dass ich spiel dieses season auch nur ähm rett die welt egal schei ich muss jetzt denkst töten man was schweber 20 strahler und 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 ich muss erst mal wieder sound leiser stellen junge retten die welt sind die frauen so lauter und der royal muss man so laut haben 16 direkt ein ding ist einfach gestorben der überlebende die motive zu online warum schreibst du sorry super nicht schwer zu töten ich jetzt ein bogen für mich alles gut am team muss ja nicht socken ist ja nicht die welt er kann zu mir helfen ich versuche hat den schieber zu töten ich habe ich halb dauern wobei brauchst du hilfe ich habe jetzt ein 120 120 elektrorohrenbogen auf schaden kritschaden so wasser gut ja verstanden bei jedem da habe ich das falsch verstanden leider warum kriegt der rote augen junge das so weit weg von mir du musst du musst du musst ein bisschen eine zeit lang warten ich frage mich einer gesagt man bedarf nicht zu nahe in den rand kommt richtig rote augen ich bin soweit weg immer von ihnen kriegt aber gute augen und halte sich aber das ausschloch das ist richtig lohnt die händen tüte die händen das was tot habe ich alleine geholt habe ich mein mann jungen der deiner p verstehe ich die mission ist schwer ich verstehe sind die schwebe irgendwie nicht eine einige sagen man muss weiter ja einige sagen man muss weiter weg sein und so dann halten die sich nicht aber keine ahnung das ist doch so weil die heilen sich aus seiner energie aber ich war so weit weg und erhalte sich trotzdem dann muss ich dann durch sprinten ich bin ja ein decker ich habe direkt abhauen mit den ort zwei auf mich ist das denn hier was sucht eine dicke zermalma hier junge dem muss ich doch töten hä warum schläfst du wieder ein hättest wieder eingeschlafen jungen jungen das hast du noch nie gesehen richtiger penner ist das noch mal die frage sind seit 20 sind diese zermalma solche penner kein plan kann ich wusste schon immer dass sie das im kendall haben dass sie immer schlafen aber dass sie so ein haben dass sie wieder einschlafen richtig krank und diese was gesehen er hat zwei dicke zum ließ gepikert ohne schaden zu nehmen hier nur ein hp ein bisschen mobbing aber aber nur ein bisschen so kann man also kann ich das machen wer geht das voll easy ab den dritten ein brauchen wir noch hier wieder eine menge zombies und ich habe schon fertig und ich habe diese auftrag ab 17 zum nächsten text fragten ich bin scheiße im pickaxe ich finde das so leicht ich habe es eine mission gemacht meines der letzte schweber dann ist mir auch wieder war die easy ab 19 könnte kritisch werden ich kämpfe mit kenny kronen lmg kommen wer gibt alles ein viertel leben hat er noch scheiße hoffentlich geht mein bär die jetzt wo ist es dieser berg nicht schließen normal ist krank ehrlich doch wende sich gebaut ist so gut durch gebaut ist und durch diesen boden die feste noch nicht abkommen können bei mir hat er das gemacht durchgeschossen wird der skater geworden also bei mir macht er das irgendwie nicht ich habe diesen fossilen sauti oder so das übelst gut unterfang gegen wegen wegen der energie ok ach schüler sind alle tot jungen jetzt weiß man auch wie das geht wenn er richtig weiter mal weg ist er kann sich nicht heilen vor allem mit der bärm regelt schon easy an ich sie mich schon vor holen weg halt dann hat er kein penis und überlebe die nacht voll cool irgendwie aber wenn man nicht stirbt dann ist es schon cool ja ich werde immer dein bär sein ich mache so ich kriege ich habe immer so eine horde an und dann pickaxe ich eins von wieder von dem finische ich dann und dann wieder den nächsten immer so weiter so habe ich auch immer gemacht oh scheiße ich habe es verkackt ich war von beim ist kacke ist mir geholfen hast du jetzt hätte auch helfen können das ist nicht mal mit einem baut ist zu einem schirmkönig warf oder hast du alle also ich will nicht msk links hier auftreten so wird er geholfen wie heißt er ähm pausenlos halk machen wir gerne ich kann so reden muss die aufgaben muss gleich noch machen ich komme muss erstmal jetzt die pickaxe ich habe jetzt schon 38 ich wollte noch schweber und strahler zermalmer und so ne ja so strahler sind bei mir nehmt der strahler bei mir sind strahler das wäre eigentlich voll schlau wärmer und lager ist dann kommt am hotel am hotel da ganz hinten ist ja mal ist eine lager da steht ein strahler ja dann macht das lager man nicht kaputt weil das lager ist wohnzig und so ja auch dann kann ich immer schöne strahler zu wieder beleben wenn jetzt so ich wäre aber vorbeigelaufen wo ist das lager aber ich brauche die ich habe angeschossen und nicht gekillt mhm ein lager sparen kann kann der letzte sohnbogen macht das vorher voll wenig schaden mhm ich hab 43 dann noch mal plus 3 sind ganz viele die ich kennen kann oder oder bevor die mich kann ich nur sagen aber den lager ist worden kann der strahl oder so ich weiß so nach dem bau ich doch noch ein strahl ich hab's nicht mehr drei sekunden ich bin auch gesagt ich hab's nicht so geschafft die picke das mit dem weg ich hab's gerade so geschafft oh mein gott muss ich nur level 40 werden bekomme ich doch ein habe ich nur 120 der der optimisierung dann bräuchte noch dank ich kriege ich habe ich drei ausgegeben dann wollte ich noch ein habe ich drei ausgegeben dann bekomme ich doch einer machina vor 133 wenn gibt es die nächsten verfangen sind weiter normal die sie schon geil mit den waffen teckel waffen verbessern schmeckt es schmeckt dieses schmeckt wie verkriegst du agressionen geht eigentlich ich spiel bis jetzt ja nur so dings es war ein riesiges loch auf dem tisch schon wo du mal durch schlägst ja wenn man wenn ich jetzt so weh ich hab jetzt noch mal auch wer war ich nicht mal drinnen rufen hey kitz ist ko herzlich willkommen zu einem video nicht war kommst du auf das zu nazi vielleicht warum ich mal die weißen kinden muss die weißen späber albino jetzt aufträge ich habe nun unter von hausforderungen bekommen sie wollen ich kann es mir mitmachen muss eliminieren für die gehöten eliminieren krawall eliminieren gerade bis jetzt bei den aufgaben dann welches level ich bin ich habe jetzt noch zwei auftrags rein war ein bin ich da stehe nicht die level manchmal mission level oder weiß ich ungefähr bescheuert mission level bin ich 94 manchmal die aufgabe jetzt da steht auch in welchem mission level du das machen muss ach so ja unterfangen so bei rettig überlebenden bin ich bei 82 und bei der oberen mädchen so richtig weit unten nein danach kommt dann vorteil fix oder ich muss ja nur 40 werden ich bin jetzt 36 50 werden dann kriegt auch mal ein waffen verbesserer jungen als 40 dann habe ich einen hund also 40 das darf ich nur 1 2 level eine einzelne halbe das level nach einer mission nur noch da habe ich schon damit schon damit 40 dann kann ich schon hunderter mission starten soll mich hier atlas machen der kämpfe den sturm 124 ja wie du möchtest oder gibt es mal eine rette die überlebende mission marsch ist auf gibt doch keine bis zum morgen früh um 6 uhr nein man jungen bist du da online ja warum ich muss schlafen muss wieder herstellen muss wann gehst du schlafen heute 0 uhr glaube ich wenn ich es um 6 auf das ist schlafrücken was junge die führung das mutag wieder schule ja wo kommst du denn her dort und ja hier also hier in schleswig-holstein jungen ist nächste woche noch im ferien diese werbung immer die schleswig-holstein diese einen dieses diese werben diese werben für diese spiele mit geld einfach mhm hast gespielt wird verarscht und da da ist extra reingezogen dafür ja wie heißt die mission äh bekämpfe den sturm 140 vierer atlas die schaffen wir nicht so weit ne mhm das ist ein scherz ähm hundert fünfund äh hundert vierundzwanzig bekämpfe den sturm kategorie eins mhm irgendwann muss ich ehrlich gesagt hätte ich einem konstrukteur mitgenommen egal das ist das ist nur ein atlas ja trotzdem konstrukteur stell dir mal vor der wird schweben ach das geht niemals oh da hinten haben höhlen schaden genommen die muss ich killen aber meinst du geht das dass er schweben kann ja ich habe mit dem preis ist ja afk das geht gar nicht also soll den angreifen weil der luft können ja nicht angreifen ich glaube das geht nicht ich glaube er nicht davon man gebe ich am vormittag m hat man richtig viel zu viele zuschauen so ne nachmittags überhaupt nicht aber die fetten die so viel aushalten weißt du was ich mein ich dachte das sind immer diese kleinen boah junge wieso die kleinen die krawall machen junger bist du lost du musst was mit deinem headset macht gut aber alle höhlen sind doch diese kleine nur die so viel die aggressiv sind wie du grad gekillt hast ich kenne musste ich da war ich eine entschuldigung das gibt anzeige hoffentlich es gibt noch eine anzeige haribo und timon ist gerne haribo wo weißt du das geraten geraten nee ich weiß ich kenne alles aber ich habe ich gegoogelt was mache ich noch gerne du magst deine eltern was noch du magst brot was noch du magst kekse was noch du machst du erdnussbutter du machst du standard fragen die jeder mag du magst erdnussbutter nö obwohl geht eigentlich ne magst du nicht nirgendwo und ich mag doch jeder irgendwann tust du den stahl ich war auch die doch ach so sorry die haben mich fast getötet du weißt das doch das war keine ausrede der mich hat wirklich fast getötet das kann mit glätt mit mir nö hier ist einer bei mir immer wenn ich die fetten nicht suche sind sie nicht da und immer wenn ich sie suche sind sie nie da so eine für die hülle bis jetzt eine gefüllte hülle ne ja dann mal gleich mission starten easy man also ja noch mal diese mission diese mission könnten jetzt ganz oft machen weil weil die ist 125 da kommen unsere aufträge machen bis die 125 sind die ganze zeit oder oder die von gerade überlebe die nach die ganze zeit weil da würden wir ganze zeit ein bisschen ip bekommen und wir könnten ip fahren durch die aufträger ist ja schon so gut und neuer aufträger ist ein bonus und abonniere macht mehr schaden guck mal ist auch schaden 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 schutz jungen der scheiße geparkt doppel schaden schutzrat und schaden gegen jeden monster nebel monster aber der ist so gut geparkt sagen nein man wird schaden auch da hast du ja vorhin gesagt ich dachte ich hab dir noch nicht mal angeguckt aber dann macht trotzdem gut schaden das gut ja ich wollte in einem selber haben für euren denkens ja ich habe aber elektro bogen ja ich mache damit flächende mitsch dürzeln ähnlich kaut jetzt aber du hättest dir eine gerade eh nicht leisten können ja ich habe keine aktive und das auch auf freud kommt breitkost müll krawall höhen sind die sind die mit dings die mit den türen sind das wirklich krawall höhen die mit den türen einmal sind die kleinen was die kleinsten bei mir haben die aber nicht gezählt die kleinen wie wir wissen hast du gerade ein körper eine krawall höhle gekült ich weiß gar nicht google einfach hier kann bleiben was es ist ich hab dir ich hab einfach mission gespielt und eng hat man das fertig gehabt weil man hat immer zombies getötet deswegen habe ich darauf gar nicht geachtet am anfang wird zum schluss so jetzt zum beispiel wm schweber strahler zermalmars tötet man auch alles so man da braucht man gar nicht darauf achten eigentlich muss nur spielen alles wenn es einmal jungen der pennt wieder die sau das sind krawallen haben wir google einfach mal gibt einfach ein was den krawallen hüllen dann kommt das direkt achte zermal brauche ich noch umgebe ich guck keiner bei mir mehr zu junge jungen noch vormittags live nach vormittags am besten weil da guckt keiner also dass das kann live außer ein paar einzelne mit nichts gesagt davon was gefunden was krawallen hüllen sind ich weiß das nicht genau man das sind ach jetzt das sind die mit den kühlschranktüren ich glaube ich erzählt also kühlschranktüren der kühlschränke auf und zu die von gehört kühlschranktüren mit der natürlich immer weg und bei uns damit hatte ich tötte die hier kurz ach du meinst die erben dings ja diese mit dem mit der kühlschranktüren ich weiß nicht welche du meinst laser beim bisschen strahler anders mir den bitte was spielt hier gerade noch fangen bisschen aufgaben noch machen also einmal atlas ja ich würde eingeladen zwar schon länger her aber ich musste noch anderen leuten hilfe wird gemobbt dass sie mich so noch auf maximum machen da manchmal eine schwierigkeit kommt der mxp ich habe zu einem neuen konzerteur mitnehmen geiles one shot nicht töten eines one shot weil dann bei den marken gleich bin schon zu spät ja ich habe auch vergessen der anderen nicht gesagt welche mission er startet timon kommst du es sind zwei was macht jetzt gerade überhaupt hat los also gerade noch mission dann der eine ist gestorben wegen elektro muss der strahler jetzt einer ist die junge dann ernst ich muss ja eine strahle ein bisschen weg gelaufen aber lieber erst mal aber macht das doch beidings lager zerstören heißt also immer immer strahler wenn das gleich mal aber das gibt ja keine aber 124 muss es mindestens nein 86 bei mir ist ja den waffen verbessere 124 ach so bei mir ist 82 bei mir ist noch ein strahler und schweber muss ich eigentlich voll hoch also zwei stück sind niedrig aber dann habe ich einen 124 team und jetzt kommen die ist noch ein strahler aufgewählt wo ist ja er war der kann ich nochmal an der uns erzählt er für mich auch mit ja ich muss ja nur einmal anschlagen ich habe ja auch ein endlich auf 116 10 augs bogen ne ich habe 130 aber manchmal so wenig schaden dann aber meine ist auch krass geparkt man das auf doppel schaden schuss rot und schaden gegen nebel monster ist das eine scheiße bei mir ist zweimal kritische trefferwertung einmal kritischer schaden und kopfschuss aber ich ist noch ein strahler also meiner scheiße geparkt man braucht kritisch hat noch nicht so nochmal ich brauchte hast du angeschossen ich dachte nie auf die perks ja du bist ja auch die perks sind wichtig ich achte ich dachte immer wie für schaden ja du hast keine ahnung ja du musst immer kritisch haben und so kritische trefferwertung bei mir ist nur ein strahler früher dachte ich auch immer nur schaden ich habe früher auf kürbis selber nur schaden aufgeballert junger die los ich habe überall einfach nur schaden gemacht hauptsache schaden was das hier für ein bogen ist ja gut dass diese elektro rührenbogen ist ja gut guck warte wenn du einen abschießt dann macht er jetzt so ein blitz aber der macht nur naturschaden ne also würdest du lieber dings nehmen hier den raketenwerfer ja wahrscheinlich und jetzt kommst du den oder soll ich du kannst du ruhig haben ich hab nur noch 35 breit ich wollte eh den strahler über die zwei stück hier habe ich auch die warte war ich sind doch zwei strahler bei uns hast du beide angehettet und wir hören die schilder ich habe beide dann komm doch ich sterbe hier gleich ich will hier weg eigentlich können wir das äh normal aktivieren und deaktivieren normal dachte ich auch gerade so ein bisschen ja können wir ehrlich machen dann brauchen wir gar nicht so leo hingehen wurde zerstört weil ich meine drogen platziert habe egal wer so ein nächstes lager soll ich jetzt ein strahler killen oder nein mann ich hab erst 5 von 15 ach ja ich lass ich lass ihn jetzt in ruhe einfach du musst 15 machen ich muss 10 machen der ist irgendwo am an der map müsste jetzt gucken ja ja ich hätte irgendwie los wenn es am einmal aufzuwecken aber ich lass mal lieber ich muss den auch töten ich mache zehn stück davon so ja okay aber komm mal zehn augsburg ich weiß nicht mal was einmal macht er nicht so wichtig warum bei mir ist ein strahler der sie uns hat war auch zwischen an px ok warum macht er bei dir so viel schaden erzählen ob warum bei mir nicht ja weil ich kritischer schaden habe ich habe einen schaden drauf und kopfschuss schaden habe ich boah es braucht richtig naja und dann 130 alles schon cool der zehn augsbogen ja in unterfang liebe ich den aber normal benutze ich den nie äh einer ist einer ist auf dem boden aber ist das nur einer ist das nur kategorie 1 ja nur einer ach so richtig liegen nicht die killen deswegen wollten wir auf maximum machen ich brauche die hüllen ach so das hast du ich hatte was woanders ich mache die ganze zeit gartenzwerge kaputt ist sehr cool und muss das mein fenster zu machen bei mir ist gerade bei mir ist gerade im feuer das ist ein feuer junge immer kurz am links auch nicht schwierigkeit muss ich das jetzt hier an zeit noch mal an was habt ihr gesagt wir haben schwierigkeit gemacht habt ihr sagt was für ein feuer ja was war ja ja es regnet es regnet grad und ich wollte machen was für mich beim regen ach brennt das ist bei euch ich war beim regen was und brennt das ist bei euch wer dieser marschmallow grill bringen kann so was gelöscht was nein der soll brennen hä das ist feuer ach so ich hatte ähm die wohnung fackelt bei dir ab ja aber da habe ich noch schön wieder vorhanden spielen noch mal richtig so auch von der zocken dabei oder auch wieder ab 8 oder vorhanden das geht doch noch die mit der marie um noch eine ohne geht da auch ein und geht noch nach das so als im Gartenzwerge zu zerstören aber ist doch gut in der Raum die werden einfach nicht angezeigt auf der Karte muss aber immer die Mitte ok dann war es das mit hier schon mit den Gartenzwergen ich suche einfach ein lager will mein waffenticket oder es hackt hier ich habe schon lange das waffenticket nicht waffenticket waffen verbessere ich verwechselst immer ich habe davon heute schon 22 stück gekriegt also ich bin ja ein stück und wenn ich war ja noch von anderen waffen genommen wenn ich 139 der atomisierung ja wenn ich eins bekomme ist meine zorn endlich auf 144 ok dann darfst du es nicht bekommen dann muss ich wieder herkicken selbst wenn dann mache ich das halt alleine weil ich brauche das die level mission kommen kommt darauf an ich muss nur wissen gucken ob ich die hand zuerst mache oder nahgefahr nahgefahr ich mach der optimisierer weil ich kaum mehr soldat ich habe ein lager ich mach das mal ganz zu zweck der optimisierer für mich macht viel mehr sinn weil ich mehr soldat spiele ja ich spiel halt nie soldat so ziemlich glaubten soldat ist zu wild was sind was sind ähm das sind Prozent Krawallhöhlen in keiner Ahnung ich hab ich konnte einfach welche türen wir brauchen wir getötet ich habe einfach in fette Höhlen das sind die ersten Wetten die mit dem Kühlschrank er steht schon was für Kühlschrank man das sind die selber sich was die mit Kühlschrank sind einmal weiß ich ehrlich haben nicht die sollte im Schild so wie man sagt auch dass der Kühlschrank Jungen was hat das für den Kühlschrank zu tun das ist die Kühlschrank Türen nein mann das ist die Kühlschrank Türen guck mal er sagt man ein Schild ich wusste direkt welche er meint man aber so egal ist das Maximum ja ich kann halt besser erklären wie schwer sollen wir das machen ja das ist Maximum jetzt kriegt man 8200 XP extra das war viel das ist doch trotzdem nur in Balten oder nicht so in Balten 2 ja kommt doch an wie hoch du bist ne ja ich bin Level 32 boah wer weiß noch mal eine gute Pampa oh hier ist kein Level wenn man hier bei Runshot gemacht habe mhm ist gleich kaputt repare sie da ich habe keine dinge ist keine aktiven ich kann mal keine aktiven haben freue mich auch immer ich habe ich spiele seit drei Tagen und hat sie mit wie kann man dann sucht die sein frage ich mich auch immer ja es sind Ferien ich muss ausnutzen seit schule ist bin ich froh wenn ich überhaupt mal den PC starten darf richtig so ich darf immer wenn ich will dann gab es noch Ferien also nicht wenn ich will Sonntag wenn ich Zeit habe und es hat fast immer am Montag muss ich wieder in die Schule wow ja alle bei dir was ist jetzt jetzt ich glaube bei den Atlas können die gar nicht von unten kommen man braucht nur die Hälfte so bauen die gar füllige Höhlen die gar füllige Höhlen sind fast überall nicht ich habe eine neue Fallenskizzen geholt heute zwei kannst du was upgraden mit stein äh ja ich hab stein komm schon ich will so geht gar nicht da koste nochmal ein Kollege ein ich weiß nicht ob da beitreten kann vielleicht kann der den auch wenn wir keinen Konstruktor haben das schon ein bisschen naja vielleicht kann er ja nehmen wenn er hier reinkommt wenn man es früh genug erwähnt ja ach ist egal ach Junge wir schaffen ihn bis hier noch so ist easy mal kann ich bald drehen ist wieder rausgegangen ah die kommt von oben oh ne die kommt von oben ähm ey Timon ja wenn man 2022 Junge er ist direkt wieder offline gegangen ach guck mal ey Tosen hört euch fest mal an wenn man 2022 einen Job sucht wenn man 2022 einen Bewertungsgespär hat hallo hallo RTSP setzen sie sich doch Dankeschön freut mich äh haben die einen telefonen ja ja ich bin mit dem Auto gefahren schreiben sie doch mal ihre Sterne ich bin sehr sozial ich kann sehr gut mit meinen Kollegen hier arbeiten excuse me wir haben 2022 haben sie grad wirklich Kollegen anstatt colleague enemy gesagt oh ja sorry ich bin nicht hallo hey sorry und diesen Abstand ja kann ich ihnen den Job leider nicht geben ja hallo 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 wir sind gut sie sind gut sie sind gut sie sind gut sie haben sie haben den Job ja 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 excuse me wir haben 2022 haben sie nicht vorhin meine Hand ergriffen hallo 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 das Bewerbungsgespräch von Simon ach hier muss man auch gar nicht hier habt ihr effiziente geht einer von euch schon arbeiten effiziente habe ich ich brauche welche ja kann man aber leider nicht dürfen oder kannst du im Deckenreifen ich kann keine Frauen ich habe nur vier Fallskizzen ich habe nur vier Skizzen ich habe nur vier Skizzen kann man ja wie Effizien so farmen unterfangen nennen äh so richtig farmen eigentlich nicht man hat ja keine Autos oder so so man bekommt die Sachen sich suchen ja man denkt das ist so ein effizient oder so exeklisten wir in 2022 muss Waffen wieder verwerten ja dann wieder verwerte Sachen ich habe alles wieder ich habe nichts mehr ne alles wieder verwertet ich kann auch fallen placeen ich muss irgendwie waschen kaufen dann wieder verwerten ich kann deckengas breitseiten eis fallen ich hab drei ich hab drei Decken 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 aber wo genau ich glaube aber die bringen ich es von so eine höhe oder wenn du hier so machst die müssen direkt so hier sein ja das scheiße man hier kommen die Zombies hier plötzlich Deckenreifen am besten hier so hin wir hätten Deckenreifen hin gemusst ja ich hab keine ich hab keine erfis mehr deswegen hab ich Dings wusste ich natürlich warte mal Schilma aus reichen 106 auch wahrscheinlich nicht ne also vom Schaden her nicht guck mal 106 da kann ich empfehle craften aber da habe ich genug fallen wieder verwerten ne ich mach 106 da einfach nochmal wieder hört einfach Hauptsache die werden runtergestoßen 116 in der Folie das müsste eigentlich auch reichen 106 Folie das heißt so Folie ja heißt so man du bist auch so Folie ey hast du Lust was ich hab keine faser wegen paseregen kräuter hm ich suche mich ja in 2020 naja kommt sonst laufen die Zombies also rüber aber ich müsste so reichen ne guck uns ob das wieder ausgegangen ist der Grill wegen Dings wegen Regen ja warum geht der mal aus wegen Regen so hat er doch grad gesagt wenn nicht so hey Junge wer ist so bekloppt und grill oder grillt den Regen Junge mit einer Waffel halt ich müsste so reichen man das easy hier noch einmal kurz so rum ich hab ich weißt du worauf ich stolz bin warum ich hab meine erste 142er ähm Falle wow voll nice ja ich bin sehr stolz ja excuse me wir haben 2 3 2 hm jeder darf drauf stolz sein wie er will ist auch so period und lass mal gleich schaden ja ich quäle das ja noch kurz ab auf Stufe 3 und dann sollten wir es an der easy schaffen wow breitseiten sind echt teuer hm ich muss auch 2 breitseiten craften aber dann ist easy verteidigt mhm hallo hört es mich äh ja lass mich ganz aufbauen weil ich muss auch ich muss eh ein bisschen schießen wegen den fälligen Müllen und so ja aber ich komme jetzt ganz kurz nach meinen Aufträger also lass jetzt starten ne eigentlich will ich gar nicht auf Aufträge gehen wenn ich mit höheren Missionen bin weil ich sonst überfordert bin können wir vielleicht danach eine Evakuierer den Schutzbunker Mission spielen weil das ein Auftrag und ich hab keine welches Level äh das muss mindestens plus 70 sein ne ich fühlte mich nicht mehr Spaß ne hier äh Timon mir halt cool das nehmen wird Uchi hallo Timon 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 wo ist Timon hin ja ich schlapp er guckt sich jetzt Omas an wie Omas will ich mitgucken du hast ey Timon schick mal will darüber hier guck mal hallo ey was für Omas lass mal starten jetzt hier den Lachs ja wollte ich ja auch die wir sind so lost junge äh wir können schon längst starten man ich weiß halt nicht richtig zeitverschwendung aber welches Level sind eigentlich die äh 194 200 200 jungen bist du lost ey dahinten ist direkt so ein äh lasertyp da da muss ich hin 193 193 193 geht ja noch hse ich mach den trotzdem fast kein damage wie viel mache ich pro schuss nimmt 100.000 aber ich brauche unbedingt laser türen ja hier ich hab schon zwei stück angeschossen ja auch in richtung egal egal tötet ihr einfach ich krieg das eh noch easy hin weil man spiele eh vierer die welt wenn das einer ja guck ich zwinge mich jetzt dazu dass du jetzt unten bleibst nicht fifa zocken gehst fiefa sucht die ey hast du schon ein halbes Loch durch deinen tisch gefressen ey normal jungen fifa ist auch cool fifa ist cool ja aber ich kann das nicht spielen weil ich zu kacke bin ja ich bin auch nicht so gut ne aber wenn man ein gutes team hat jungen hat man recht im vorurteil ja ich hab ich hab neuer gezogen in 22 mein erstes ne mein viertes pack boah ich hab im test segen und so gorecka und so ist voll geil boah ich hab richtig gut gezogen dieses jahr eigentlich als ja noch nicht so lange draußen fifa 23 meine ich ja schützt du fifa 23 oder fifa 22 äh 22 für 23 fifa 2 millionen 888 hä aber 22 ne da kriegt man doch ist doch vorbei eigentlich oder nicht die frau was meinst du mit vorbei also da ich mein ultimate team ne ja bestehen da kriegt man doch irgendwie so pecs und wer ist die tasche wer ist die tasche ich glaube dass ein tipp von mir da ist auch einer von mir von leistin mein mann dann alt ich glaube mit dem habe ich mal geschrieben drin wie kann der beitritt meiner solo level ist ich bin da und hallo hier ist ein dings der beitrittsanfrage gemacht deswegen habe ich immer angenommen das geht gar nicht das gibt ein 6 in mathe was es war warenverkehr weil sie nicht was ich musste ich muss zerstören machen dann müssen wir so eine mission haben wo er so ein bisschen wurde schloss so ist was ist er zu einem kutschen sind das kann sie in einer mission machen nicht in die tasche weiß das kutschen sind aber leule ok sie haben ja aber ich hatte außerdem wer ist karen jörg karen ari ja ok das ist ja dann easy da muss ich noch schutzbunker machen und dann habe ich schon wieder aufträge fertig oh easy man ich frag mich was leute haben mit unterfangen die sagen immer verdauert voll lange ich bin seit drei Tagen dauert ja auch nein wir seit drei Tagen und bin level 30 mein Tashi anjur einfach level 2 30 drei Tage die Totten bin 95 94 äh 4 4 94 ja aber die nur noch Köln in Beirat ich war gerade bei irgendwelchen Leuten die haben gesagt das dauert zu lange ich bin seit zwei Wochen na klar sind level 3 ich muss ich hab mich bei dir nicht kennen lassen ich dann nicht würde ich nie tun no weil also wenn ich dann fange easy aber ich kann ja auch immer ein Kumpel weil ich ja noch höre mit ihren Staaten eh das sind den Werfer den brauche ich doch ok komm mal kurz im Prozess ok die Sau war das über den Werfer oder was war das ey haben wir sind die ach zermalma brauche ich Junge da ich meinst du leo ganz kurz was testen was meinst du hier ist ein Werfer ich brauchte nicht kurz der Malma und ähm Schweber und so der muss gekillt werden hier sind Filler bei mir und der Werfer der wirft die Sachen da du musst ihn killen was werft er denn ey ich brauch den ich weiß auch zu leben hallo ich brauch den Schweber das ist wichtiger ich bin dauer ich würd jetzt sagen der Schweber ist wichtiger als die ganze Mission ja ich würd sagen los gehts ey auf dem Dach ist alles kaputt fast wo ist der Schweber ja wir in den Werfer ne wo ist der Schweber hin ey der Schweber hat mich gefickt Junge ja ich mach Adrie ich brauch den Schweber man ich brauch den Schweber man ich brauch den Schweber man komm Bär hilf mir bitte schön moin Full Carry ich schieße die ganze Kabuma Höhlen man ich brauch die Kills von denen hmmm wie heißt du nochmal bei Epic and Full Carry so hab ihn habs da bist du live ja oh oh ich hab dir Banner gesetzt nö ach gold oh nein ich hab's nicht ich hab auch kein Banner mitgenommen fiel doch mal diese scheiß Hurensohn da wie denn das ist schon der zweite hallo ey Junge wir schaffen die Mission easy man ja wenn weiter wenn weiter hin der kommt dann nicht mehr ich muss meiner Mutter ein bisschen beim kochen helfen wie lange bist du weg ungefähr ja nur wenn überhaupt 5 Minuten ok ich muss nur so ein Salat machen muss jetzt schnell mhm Salat oder oder Burger Salat Bist du gerade online Full Carry Diät boah schmeckt er gut ja ich liebe den Salat erst mal bei eurer Oma gegessen und jetzt machen wir den immer selber der ist so geil er hat Salat geheiratet der ist so geil der Junge Salat ist geil man aber ich bin schon wieder down ich weiß ich jetzt jeden Tag in der Mensa in der Schule wenn es gibt Salat ach Junge Salat in der Schule du tun da Rattengift oder so rein da ist er nicht so ne na klar denn bei mir bei mir schmeckt das voll geil warum wohl weil er irgendwelche Stoffe reinmischen alter nein da gibt es auch so alles zu alles mit Stoffe bei euch bei euch gibt es ja gleich wieder was Rattenfies oder Rassenkopf ja naja ich esse die Männer nie was weil ich denke immer dass die da was reinmischen jetzt ehrlich so machen die auch was mit das ist easy die Mission ne das ist ehrlich live hey Junge zwei Minuten man würdest man Raketenwerfer raus dann machen wir die Mission nochmal weil euch auch aus dem Kriegsboxen nicht gestern nein man der andere braucht Dings ich hab das genau gehört ich mach evakuieren den Schuss nein du hast gar nichts gehört er muss helfen ich kann nicht mehr ja ich kann nicht helfen ja die Dings regelt schon die Falle wie da äh der Dach ist äh der Dach super hast du gut gemacht egal ob das kann ich ja wieder belegen ja ich bin auch komplett weg vom Fenster das ist das offen Digga boah das hier noch ein da ist offen alles wir sehen noch ein bisschen ich bin da un baut mal zumal Junge ich hab auch vor wir schaffen die Mission ich hab ein bisschen cool ja wir schaffen die Mission ich nehme wegen Schweber weil ich den brauch dann einmal ganz schnell sagt den Schweber ich baut zu einfach baut zu schaffen wir ne ich hab mich jetzt zum Bauen schaffen wir ich hab nicht mehr zum Bauen Junge so sagt das doch also sagt das bitte noch einmal da stehe ich drauf warte ich mach einfach diese hier bitte mach ein Auge sie machen Auge einer muss einmal gegen bauen ja machen euch ja einer von euch ich bin Auras down ich würde hole Auras down wer ist auch egal ich bin Aura das ist mir egal ich muss hier die Wände halten ja egal halte 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 scheiße ja bin ich ehrlich okay ich wieder belächtet jetzt danke danke egal ich schaffte ich müsste auch zusammen er war ist das Problem damit ja es war trotzdem relativ knapp bin ich ehrlich ach ich finde das so easy es war sehr sehr knapp ich hab meine Tasche noch da umgegangen hä warum stand da Zombies vor mir warum guckt meine Banane immer so aggressiv guck mal weiß ich nicht Junge der fällt mir voll auf muss die mal so zur Kur gehen alter Junge aber die warum guckt die so aggressiv die hat Aggression die wechselt den Blick auch nicht die bleibt einfach aggressiv ich hab jetzt gar keinen Bock weißt du was die hat hä die mag dich nicht das ist mir egal ich bin jetzt erst recht mit der oder die mag Timon nicht oder Timon Junge Aura mag jeder oder er mag den Skin von Timon nicht den ich mir bald holen werde vielleicht ehrlich hm machen wir mal also ich spar auf Battle Pass und noch zwei drei Mann ich spar auf Aura nein ich will ja auch eine P-Gags haben ich hab sprach auf Battle Pass zweimal also also von den B-Box und Battle Pass soll ich mir den nächsten 3-Pass soll ich mal 500 B-Box aus jedem Battle Pass und dann noch aus dem nächsten 1500 soll ich mir die äh Sterne schnupfen P-Gags und den Scan Aura wie sie ja hast du ehrlich keine Aura was hast du ehrlich kein Aura-Scan dann habe ich nicht ich war auch nicht Aura ich war auch nicht Aura ah meine Freizeit ist jetzt früh ey das ist der geilste Scan man für 800 W-Bucks hey Banane Junge Banane ja das ist die Aura zusammen Digga das ist Geschmackssache ne ja ne Geschmackssache ja würde ich auch ja ich bin kurz weg ich bin noch 30 endlich ey Timon hm ich muss mir jetzt applaudieren ich bin noch 30 geworden na das ist gut hey wie bist du so schnell 133 geworden aber spielen da fangen und spielen normal Full Carry wie am Dings wie heißt jetzt noch mal man was muss ich spielen um 133 zu werden geht nicht hallo bist du der hier ähm hallo warte ich höre immer man ich glaub ich Etachi muss jetzt raus man da wurde ich schon ein bisschen gecarried weil eine andere Zuschauer möchte jetzt rein immer so 3-4 Runden so ach du machst du ein was sogar dein Team ja ich möchte ein andere rein sagst du gleich weil andere Leute wollen nicht auch mitspielen dann würde ich im Hintergrund nicht Red Bull trinken ach kannst du Junge so gut was Yellow Edition ist beste eigentlich wenn keiner mitspielen will dann können die unendlich lang mitspielen aber wenn andere rein wollen dann müssen die halt nach paar runden raus gehen mit diesen Fragezeichen aber es geht nur auf PC leider ja alles gut die meisten reden ja nicht äh Toastbrut äh redet grad auch nicht starte aber schon mal eine Mission ist ja ja welche denn wegen den ein ähm repariert ne wie heißt es nochmal evakuieren schutzbunker braucht 70 plus mach ich mal eine 82 oder so rein guck mal nach ich mal kommt ist verrückt bei mir kann ich nicht sehen guck einfach noch 282 es gibt es gibt nur 108 er macht die 108 da rein ich hab die schon gemacht aber ich hab die schon gemacht aber ich krieg trotzdem doppelt eps ich bin jetzt der bis 37 mit einem mit einer Mission zwei Level gemacht ich brauche nur noch drei Level dann bin ich äh äh Level 40 da habe ich einen Verbesserer das ist gut ich hab auch den Aura Skin vollkäre wir müssen kurz ähm den Leo Leo helfen weil wir brauchen eine evakuieren Schutzbunker für wen? ach dings man Toast meine ich ich haße nicht hör die Lost aber jetzt hasse ich dich hab ich jetzt Namen auch wenn ich die ganze Zeit Timo nenne anstatt Timo timon hallo also los kennst du von getränken die dino also sehr getränke wo so draufsteht er so exotische früchte ja die riechen noch voll geil von cabri sonne oder so ich habe und diese red bull da schon nichts und schreckt genauso war noch mal das schmeckt richtig gut war es nicht so geil ein richter zu kommen vom klassischen red bull was du weißt du schon das red bull ab 16 ist das neu also die meisten geschämt ich trinke auch energy ja in der ist der red bull junge aber die meisten verkaufen das ehrlich ist er erst ab 16 und kaffee ist eigentlich ohne altersbegrenzung wusstest du dass er das war früher so erinnere ich nicht mehr mann ist empfohlen ist empfohlen ab ab diesem alter ich war empfohlen aber letztes mal an der kasse jung oder waren so ein kleines kinder der das sich verkauft bitte gesagt er hat dann weiß welchen fordnet kitty war ja trotzdem ja ich glaube das ist von geschäft zu geschäft anders na ja manche machen ist doch gar kein alter überhaupt nur die fließkaufen da ich sollte muss jeder selber wissen also ich bin nur einmal im monat sind so so viel wie alt bist du zwölf mehr damit früher so viel getrunken junge ich trinke immer noch mal so so schlimm ist das nicht weil ich trinke ich trinke immer so konstruieren energy ich habe früher mal schön billigbooster getrunken billig ist ja so ist billig wo aber teuer ja früher doch so und ich habe gar keine materiellen zum bauern junger sowie stein oder eisen nicht so viel ich habe gar die super schrägern ich weiß ich glaube ich weiß und erinnert und raumfähig heißt sie weil ich hielt sie hat viel munition schießt richtig schnell aber dies hier lohnen ja 102 kann man nicht gebrauchen aber ich hab dir von 1220 nein mann das sind so lehnen spaß und nicht hören ich habe es nicht mehr zu lassen manche davon gesagt ich mal an habe ich nicht gehört dass ich mein vater bin dass ich nichts hören ich habe wieder kann m konstrukteur mitgenommen ja ich muss es mal jetzt mal schlachten vermetzt du sammelt kurz mit zahlen und so das war mal zu schlachten das hat sie getan alles ein bisschen gönnt er ist breitkor in diesem level warum man nicht braucht sondern so es war aktuell noch schufe 3 was für eine mission war das 106 924 oder 18 ist ja so deine kartenstrahler um unser thema das auch schon 111 deswegen die mission ist 111 höher sein als einer händler ach ja man wirst du niemals auch nicht verneuert und nachfangen dann kommt den höher als toastbrot ich möchte brauche ich finde ich aber toastbrot geht ja auch noch zur schule deswegen allerdings um level 133 zu werden in ganz normalen nicht unterfangen muss ich dazu unterfangen zocken level 133 zu werden ist ja logisch man muss ich verbessere was muss man den unterfangen machen einfach spielen mission machen ja und bloß ist paar missionen 12 133 ist ehrlich oder nur so spaß ehrlich zum 3 steht aber 45 oder so kriegst man kriegt einmal vier fern überlebende verbessere fünf überlebende verbessere ich soll richtig viel also muss ich die dafür benutzen ja ich würde verarscht haben ja wieder als jünger als ob du das ich weiß morgen nein ich weiß es hat mich recht jünger du weißt du 125 level bist du noch mal normal jetzt 130 grad geworden ehrlich ach dann brauchst du das aber wenn man das mit 130 nicht weiß junge das ist auch traurig ich wollte allerdings machen schwebern so töten und erzählt ähnlich ich brauche mehr zwanziger bisher hast du hast du schon mal juli gekennigt du wirst du hast juli-lobby-barger warum machen wir an der Stelle nicht machen dass er wusste was ich sagen der welt er hat mal bei mir also ich habe einen beim steamer mitgemacht net lobbyback gemacht und wurde einfach alles gern aber macht und was bringt glaube ich die wollen halt waffen scamm so weil dann können nicht gekickt werden so unnötig ich weiß und er macht das halt und verschenkt die sachen halt weiter aber wozu man kann doch immer die jungen jungen brauchst du gar nicht so dumm dafür ist ein dämlicher weißt du wie einfach die jungen ist ich bin aber nicht also ich habe nicht ich du bin ich aber ich kriege immer weil ich immer ist kommst du nicht weil da macht das spiel nicht mehr spaß und ich kriege eher was für spaß machen jungen warum soll das junge das allgemein rett die welt ist doch nichts mehr wert sorry dass ich so lange weg war alles gut mann und hält so voll was hält so von jungen und tost jungen macht das spiel keinen spaß mehr andere sagt man kann spaß mehr war immer früher hat das spaß gemacht wohl sondern noch wärs wert man jungen jetzt gar nichts mehr was wert ja also ich sag mal so ich selber für mich dupe nicht aber wenn andere gedupet haben wollen dann mache ich das weil was ich schon immer gemacht auch früher ich war immer für mich nicht aber ich bekomme halt immer sachen geschenkt eigentlich nicht okay kriegt den account ja selbstverständlich ja das kann ich mir bald spaß aber guck mal der eine bedingst kühlschrank kommt ehrlich was mit kühlschrank also der eine davon die gesagt jetzt haben wir eine kühlschrank da schon der ehrlich der letzte zwei griffe sicher ist auch kühlschrank wenn du hier hinter kurz kommen hier ist milch und so mal ehrlich so ist mir nicht aufgefallen traurig ich bin bei einem lager hier sind nur diese fettis rausgekommen die stoße mich aus der map aber ich weiß nicht schlimm ich muss das nicht welcher welcher ist das welche mission also 108 108 perfekt ich muss keine schwestern und schleiderrad mpulker im 108er da brauchen wir keine sturm also ich brauche nix für die gehören hier ist ein lager kommt was hat für die gehören aus recht viele das ist mal respawn das lager sehen ist ich will eigentlich nicht so auf die matrix anderen spiele ja weil ich mache das aber für mich wenn ich alleine bin damit ich was zu tun habe auch kannst du jetzt ruhig auch mal hier habe ich jetzt ich habe schon wieder zwei auf kann ich mich gerne dupen wenn du möchtest wenn ich möchte möchte keiner für mich dupen ehrlich jetzt noch spaß ich kann ehrlich machen würde ich wenn du möchtest ja ich kann das ja auch machen muss jetzt nicht aber eine mama für mich fallen die und ich habe gar keine 0 wenn du möchtest ehrlich ich wollte es ja und sieben aber auch sieben habe ich wird kann er kaum mehr anwärts wird ich würde fallen und mitzeit zu gebrochen so ist es bald kommen aber kann man natürlich gebannt werden und zu ihm ja kann es auch so gewandt werden wenn du gemeldet wirst wenn ich nie will aber so nicht schon melden wollen Epic Games Kontrolle ich glaube ich jeden jedes Jahr einmal wer gefügt hat in den Ländern geboren ich habe zu erkannt ja mal Epic Games Band nur Leute hier keine Ahnung einfach so Rennen nach Lust der Kursorin die Köln sich wahrscheinlich nicht mal die Leute die umsonsten die die gucken sich noch nicht mehr den Entbannungsantrag an warum er gewandt wurde ich sagen einfach ja okay mach einfach so was würde die Welt erst mal er hatte ich aus dem Lager kommt 20 bis 30 Fliege Höhen auf einmal machen wir keinen Fall das nur noch auch da brauchen auch genau Maximilian so vor allem war als auch was losgegeben um all der ein der reinkommens auch 111 die sie mir aber das auch kann er nicht sprich dass ich da war ich hab nicht gesagt diese Kutschen oder Karin was du sagst es mal wir sehen die aus aber so wie Kutschen von ganz früher man wo die Pferde so dran waren ganz ganz früher uralt muss ich jetzt hier kurz suchen eigentlich ich weiß ja nicht genau ob sie die ob das hier hat wie er team nein man ja ich zerstöre auch so ähnliche sachen aber ich glaube da ist eine und ich würde sie ja direkt angezeigt hier oben ich mach doch mal nicht hier oben drohe hier ich gebe dir ja was schönes effis oder so 124er zone ne hier kann ja dann geht das ja nicht aber ich habe einen aufschlag der ist noch bei 70er zone oh ich habe einen aus der map geschmissen das war traurig die machen wir jetzt gerade das ist mit bunkern kopieren ich hatte nämlich keine mission muss völlige höhlen eliminieren ich habe das lager zu oft neu gestartet also jetzt schon 50 habe ich bin nur one shot gestorben von seiner scheiß pflanze ach so und keiner kommt zu mir und kriegt das lager zu Ende wer es macht ich habe einen dings ist fast kaputt hatte ich muss kurz reparieren gehen er macht das ja das mal alleine und dann ist das schutzprogramm seit ich bin gerade ja kurz dings machen schon drohe und hier kommt ein zweimal junge schon fertig ich wollte mal ob es die fb es gibt sind 127er hat sie sieben und hier gibt es etwas über bald ach es mal zwei also mal vier ich bin gestorben 100 prozent waren das 108er mission er wollte schon mal vier oder so da ich glaube ich glaube die Schwierigkeit ist ehrlich so ja das für vier personen bloß zweimal bloß nein so zermal macht durch aufpassen Achtung kommt alle einfach einmal das ist auch schon zusammen machen zumal das lager machen dann bin ich fertig zermal was drin habe ich schon getötet dabei ist noch ein zweiter kann ich mache also hier wäre ungelogen ein ding ist ganz gut schaffen wir ohne fallen ja klar junge wir alle hier sind wir hätten einen eiskönig gebrauchen können hier wollen auch denkst man so dass gerne normal ich bin auch gerne also den einen hier ob man wieder zu man ja die länder wie der dm einmal haben es wollen ja so viele ja wegen verwirklichen schwierigkeiten so ob er das sicher junge direkt der nächste man ja ja dies vor allem nonstop hey als ob der voll schwul kommen alle zu kommen alle hier hin mann das ist ja wieder einer lassen wir schnell zusammen machen jetzt hier ohne spaß junge scheiß auf das lager und ist 108 da ja meine mission einfach her dass das muss noch erfolgreichen mission jetzt ehrlich so wenn wir das nicht schaffen dann was das erzählt eine mission auch nicht nur zehn minuten zeit dafür kommen auch alles gut ich bin doch schon vielleicht jetzt schon fertig damit anscheinend kommen jetzt gerade nicht mehr so viele zahlen wenn dann sagt wenn viele kommen der bunker ist halt schon halb kaputt ja so weit zwei stück kommen ist es wahrscheinlich vielleicht schon zu spät ich komme zu euch er wird noch auf quälen sollen auf 3 war doch eigentlich oder nicht ja ja war muss mein leben ich glaube so ist es doch nicht immer sich jetzt vorgestellt hat das auch normale und nicht mal vier junge muss sich selbst nicht ich habe auch nur holzmann jungen holz ist so schlecht mann er gar nicht stimmt wirklich die lust wir finden geschichte aufwärm ich jetzt wieder offen noch mal helfen alle mit jetzt und alle hin macht junge mini boss hey das war so eine dicke hülle man kann rausgewinnen nein dass wir rausgewinnen hallo wir haben hier bann aufgestellt dass wir ihn sehen post lebt die worte wir haben auch da unten schaden sei herz ob wir das nicht schaffen einer muss gegen bauen ja man müssen verteidigen da muss ich voll schlecht das ob man glaubt oder Leo ist auch wieder dauernd ich bin drinnen und verbessern hier gerade ich habe heute gegen an mache ich gerade wenn wir bis mir das leichter vorgabe ich dachte auch normale ohne immer die zombies hier am rand und kann ich einfach alle hier drinnen bleiben und zu waren oder zwei ja auch jungen dann gibt du rein einmal ich bleib draußen ich mache meister schaden ich bin ein level ich kann auch nicht mehr lange draußen sein weil man bogen fast bin auch ein level ich habe du bist low level jetzt nicht so low level feuerzer mal ich kann aber zwei stück junger ich gehe kaputt gegner ist aber tot junger und schattet mich einfach das arschloch oder mal wieder zu so schlecht wenn ich aber der minimus ist in mir schafft man nicht mehr das ist voll schwer ja gg immer so schlecht wir hätten doch noch mehr am dings machen sollen ja dann fehlt die aufgabe nicht ne wir hätten doch noch ein bisschen bauen aber ich dachte 108er ist easy aber ich dachte hätte ich gewusst dass es mal vier ist jungen hätte ich ein bisschen mehr gebaut aber es ist doch alle high level junge wird einer peter schutzbunker jetzt ist vorbei jungen sind 111 85 wie kann das sein man wann ob alle vier da ne das haben wir jetzt einmal mann weil die zombies haben sich immer durch die wohnung jetzt haben wir alles alle vier stück also wenn wir es noch mal machen müssen wir mehr fallen platzen also müssen wir feiern ich dachte es auch eine normale mission ja ich wusste noch mal bei king leo der redet nieder sagt das auch nie hey na du hast die mission gestartet wir sehen dass sie weil es immer verpackt ist ja war da da startet ich habe es nicht gesehen wenn junge du siehst doch die vier menschen daneben an mann oder links oben vier spieler ist auch so ja ich weiß das ist zurzeit verschwendung so dumm kostbare lebenszeit kostbarer lebenszeit entfordert hätte die welt 2700 xp vor wenn ich hier weiter runter gibt es halt nix nein man lasst doch mal die machen die 108 die schaffen wir easy man das ist nicht schwer ich nehme es auch konstrukteur mit ich habe jetzt 144 jungen das spiel doch nur den mann zu tun ja wenn ich ihn auf 144 jährlich würde nur spielen ich habe meinen deck auf 144 gemacht die puppe ich muss jetzt auf dann herr ja okay ich muss alles gut man alles gut ja man ist zunächst mal timon ja ich komme später nochmal und da können wir weiter zocken welche hohe zeit und weiß gar nicht kann ich einschätzen kann ich einschätzen aber ähm können wir morgen auch noch zocken ja noch genau ja tschüss jetzt haben wir wieder platz frei ja das moment ist ja keiner leider da lasst du das einfach machen ich habe vielleicht ein lotter der typ der ist auch jetzt 130 hinunterfahren aber ich muss gucken ist also ich kann kiddie ein da so ein kid einer szenen jahre halte ich egal jeder kann mitspielen gut ne weil ich kenne so typen die wollen das nicht ich habe mich für das nicht bei dieser lama soundberg der nervt zu extrem 124 auf welchem blitzlevel kann man äh 108 starten boah ich weiß das schon gar nicht mehr ich glaube irgendwie 100 oder so muss man sein ja das dauert ja nicht mehr so lange ja da 490 oder irgendwie so war das ich habe immer gespielt und dann kam das irgendwann warte du bist ja live ich kann ja mal in ein live gehen wer heißt du auf Twitch noch gleich ich kann mal YouTube äh meine ich doch so wie auch ein Epic Game Name rdw werner ach genau rdw werner ich hab grad auch keiner der online ist logine här im joh ande noch mal da die ich không ich hab mir ja nicht auch zu tritt aber warum sie haben so viel ist ja mal ich hab keine ahnung irgendwas beigetreten das mal machen das ja auch ja blitz 35 mehr als wenig ist besser als gar nichts okay ich muss kurz weg ich muss kurz das essen hierhin holen ich bin welches konstrukteur ich bin zu oder der andere ich hab noch nie eiskönig gespielt aber ich kann es noch machen ich hab den immerhin gekauft dann mache ich das ist das mal reichkönig jetzt hatte in auswahl 4 ja ja ich weiß können ich mich dann nämlich so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 nicht konstruktiv machen als opfer dass sie schlechte jungen verloren ich glaube das wert nichts mit der mission ich mag junge evakierten schutzung ich weiß ich mal ja wir können was anderes für nicht gehofft dann das was das ein ein du brauchst du hast ja brauchst du die aufgabe das ist ein auftrag ja anders so ich mich eigentlich die aufgabe ist easy muss halt nur baum wenn wir alle zur vierte direkt hängen gehen dann ist easy ich habe nur so treckswaffen mann weil ich alle wieder verwertet habe für effiziente ich habe zwar eine gute aber ich bin low bis level schlecht 700 xp noch mal ja easy 700 xp fast ein level er hat es doch mal hier ordentlich spielen es kann gar nicht sein dass wir das verkacken das ist bestimmt ein albtraum oder so ist auch so das ist eigentlich noch mal hier sogar ganz Tag nah Nächeln wir waren wir waren ich mache wirklich einen soldaten was anybody ich habe ich mache mich ein solver hat mein leben als am entdecker hast du auch weniger also ich bin ich glaube ich wieder verwerte man entdecker dann kann ich den soldat auf 144 machen ich mag einen weg haben wir auch wegen den bären so aber ich glaube soldat ist besser jetzt nicht aus der mission rausgegangen erinnern von den beiden ich habe mich starten so kann ich ja ganz schön fragezeichen ehrlich wo weißt du da steht noch im spiel wenn du jetzt dein freundemenü aufnimmt ehrlich aber der bestimmt keinen bock mehr war werden soll man verkackt haben ich glaube ich wieder werte wirklich den ein mann also meine rd eine helden macht ihr noch von ab 144 so mit dir jetzt rein und schnell dahin ich bin aber nicht schnell ich kann man habe aber nicht aktivieren so mit dir so mit dir Das war's für heute. So, wo ist der Schutzbruncker dahinten? Ey man, mein Xenon-Bogen ist aber fast kaputt. Ah, warte, ich hab'n Geschütz. Kommt. Ah, die nur nervt mich nicht. Junge, aber mit dem Setup wird sich gerade haben, da hat man durch den Minigun. Alle fünf Sekunden. Ja, ich bin short. Ja, wir schaffen das schon wieder nicht. Na klar, ja, ich kann auch, ne, alles, die Laser-Typen, die machen halt so viel Schaden, ne? Die ficken einen direkt. Wenn die nicht down sind, kann man nichts machen. Ja, und schon wird's. Hä, wie so, Junge, was ist das, man? Jungen, so schlecht. Dann müssen wir jetzt eine andere Mission spielen, dann warte ich einfach bis zwei Uhr und hoffe, dass... Nein, lass dir jetzt noch, lass dir noch einmal, ach wohl, es bringt halt nix eigentlich. Ja, in der Zeit hätten wir jetzt schon wieder fast eine andere Mission geschafft. Aber ich frage mich, warum, weil das nur eine 108 da war. Ich hab keine Ahnung, das ist auch von der 13 geboostet. Ich hab keine Ahnung, Mann. Dann das eine andere Mission. Na egal, wieder 700 XP. Jo, nimm mal mit. Junge, für nix tun eigentlich. Hm, ne 140er brauchst du, oder? Ich kann mal kurz gucken, was ich für Aufträger warte. Ich muss Bunker, evakuiere den Schutzbunker plus 70. Mhm. Äh, eliminiere Krankenschwesterhüllen und Schleuderer plus 94. Zerstöre Karin in plus 124. Äh, Feinde mit Keulen und Sensen töten plus 108. Und Gartenzwerge plus 94. Okay, dann lass doch einfach einen Kadorie, äh, Kadorie 2 Sturmen bekämpfen. Wenn zwei Leute müssen Konstrukteur mitnehmen, dann müssen wir das eh nicht schaffen. Hm, dann nehme ich Konstrukteur mit, gehe mit der Sense im Nahkampf. Und, äh, dann ist die Aufgabe, da hab ich ja schon ein bisschen was gemacht an Aufgaben. Und ist es jetzt nicht gerade schlecht. Ja. Ist okay, wenn ich mal kurz weg bin. Ist alles gut, Mann. Wie lange ungefähr? Äh, ein Typ möchte MSK mit mir machen. Achso. Ja, mach ich alles gut. Ja, okay, dann bin ich das Wort wieder da, ne? Hm, alles gut. Lebt ihr mich in der Mission schon ein, oder? Ich weiß nicht, ob das geht, Mann, weil du im Low Level bist, dann kannst du, glaube ich, nicht beitreten. Ich wollte einfach mal, bist du, ich wollte, bis du fertig bist. Ja, okay, dann bist du gleich. Aber es läuft. Mal. Mal. Vielen Dank. 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 Ja. 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 eigentlich schon müssen wir einen atlas verteidigen naja stimmt der andere ist ja in der luft also ich meine also ich brauche keine exp ihr braucht ja man nur für euch ich brauche das sehen dass ich brauche nicht unbedingt für mich xp so viel und schnell sondern ich will so schnell hochkommen damit ich ein kumpel noch helfen kann herr vom listen nicht ein der ist gerade offline und immer wenn er offline ist spiele ich mit leuten wie dir die bisschen höher sind damit ich schneller xp bekomme damit ich mit ihm solche mission spielen kann banner ist hier in der mitte also dafür dass ich gecarrt werde carry ich halt auch andere warum auch nicht ist ja auch schon hohes level 87 unter fangen geht es aber normal da bin ich halt noch nur kommt alles noch ja ja meine forschung ist noch richtig low deswegen also die machen schon ordentlichen schaden da bin ich mal ehrlich ich hoffe wir doch nicht man aber eigentlich wir müssen ja nur ein ab jetzt ein soll das easy sagen eigentlich ich habe bis 8 flug los müsste reichen zwar noch verbessern und dann einmal schauen wir müssen ja auch nicht nur afg rumstehen wir können ja auch müssen was machen ich stelle mein geschütz jetzt einfach hier hören auch das war vielleicht auch mal ganz cool stimmt warte mal die können hier die können hier hin dann bastle ich hier mal ganz kurz was hin mal dann keine holzwand machen offen ich habe ja schon plan das stimmt doch nicht was der kollege gesagt hat weil er sagt wenn man stufe vier einmal plus macht dann kriegt man kann xp mehr bei stufe vier zweimal plus mache ich trotzdem noch das hänger das kriegen wir insgesamt bei maximum 10.000 xp bonus diese 10.000 ist ja schon ein halbes level bei mir die meisten leute zählen doch scheiße was nicht stimmt man muss eigentlich alles mal selbst herausfinden ist auch so können wir nicht durchschaden ist eigentlich ja ich habe so ziemlich alles hier gebaut was ich wollte ja gut gestartet 8 minuten sehr easy immer gut eingebaut sollte klappen naja man ich mache immer noch guten schaden eigentlich nehmen ich mache gar keinen guten schaden aber ich mache viel schaden also flächen warte wenn ich jetzt hier mit dem bulle rein renne kann ich dann alle mitnehmen ja ich weiß nicht ja ein teil habe ich mitgenommen mhm ich werde jetzt schon wieder ein zermalma oh 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 das war es mit mir hm ja die zermalma ja die machen dann doch schon die sind ja alle schon drinne boah ey ich glaub wir hätten das doch nicht so übertragen dürfen heute ist so gierig ja gut ne also weiß ich der der gesagt hat wir sollen das nicht machen ich weiß ja nicht ja warum spawnen wir so viele zermalma ja direkt der nächste kommt zwei stück direkt ne ja ey und die haben immer diesen kleinen wichter dass die äh äh weg hier ja mein bogen muss kritten damit ich schaden mache sonst geht meiner hat halt nur schaden jungen das nervvoll aber der ist down nein noch lange nicht ja im 1er mauer war nicht wir halten uns bis jetzt noch und das ist nicht gerade schlecht oh nein schweber bitte 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 schweber tun mir nichts danke oh nein schweber ja die gäbe ne äh ja der oben nein ja die werfen aaah drecks mistfick fick komm es ist echt ungewohnt kein ninja zu spielen ja hier oben ich krieg dir nicht tot die werfen jetzt oh oh boah 1 ap sehr knapp oh ne hier unten kommen die durch ah hier steige ich aus ich kann nicht aussteigen er ist gerade auch besser ich muss hier oh mein gott wie gut was ich da gemacht habe was für ein damage die da alle fressen ja die sind hier schon wieder alle durch also drinnen ja das sollte noch klappen eigentlich ja ja aber die basis regelt eigentlich hier heilt ja auch ein paar sekunden im hals oh ne nein direkt in zermalma der rest machen halt die fallen ja und das ist auch wunderbar mein ich muss ja mal direkt direkt ich habe direkt im nächsten gehört jungen wenn man zehn hocks bogen also gegen perks hat dann wäre besser man aber man das nur auf schaden das nervvoll ja bei mir ist das bisher wäre das problem hättest du den bogen das wäre so okay ja aber bei mir aber die mission schaffen wir trotzdem ich hätte ja ich hätte ja auch gewinnen so einen bogen wenn man noch einmal kriegen dieses zermalma hinten bei mir ja ja warte ich bin aber auch doof ich kann die zombies erstmal weglocken während wir auf dem zermalma sind und dann durch den zermalma auf die zombies schießen einfach mit brain spielen ok ich töte ganz kurz den werfer weil der oh nein hier sind zwei laser typen die haben auto in ey das ist doch schlimm und wo ist der werfer jetzt oh die sind durch wir achso ne der werfer schon wieder wir müssen nur A verteidigen B eigentlich ist nix weil B ist ja ganz oben ne ja aber der werft da wirft jemand ja aber das ist wir hätten den oben auch noch ein bisschen einbein müssen ein so einbauen so bei A ja hier sind drei Dinger drei Strahler Hilfe boah Junge ich mache hier eins gegen drei wir müssen B noch ein bisschen einbauen wegen die werfer ich versuche mal die werfer zu töten ja ich gehe nach hinten ok ich habe ihn gesehen dicke hits dann drauf aber für erstmal B kurz ein bisschen einzubauen oben weil die werfer ja 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 ich bin auch immer so viel schaden Miniboss unten bei äh boah der Miniboss Junge ja B ist halt da oben ne hätten wir noch einbauen müssen hätten wir jetzt easy geschafft ich bin oben und baue gerade ein so weiß ich ja nicht der Miniboss macht halt nix der läuft halt die ganze Zeit weg ok ich bleib einfach ich muss bei B ein bisschen bleiben wenn es ok ist oh ich bin gestorben ich mache wieder B Schaden ihr müsst auch B hochkommen also einer der muss den Schleuder hier oben töten zwei Stück sind hier boah voll schwer kann obwohl jetzt sollte auch nicht ja die ganze Zeit die werfen da rein wir müssen hoch schnell zwei Leute ich hab versucht gegengebaut ja ich geh hoch das war sonst ey ich hab nur Holz man brauchst du da oben ja ich hab nur Holz das bringt nix ey ich hab nur Holz mal ich kann nix machen oder einer muss Dings töten ja das war's Junge mit Holz kann man nix machen ich hab die Tod und da sind neue geschwäst oh leck mich doch fett was ja das war's Holz bringt einfach nix das Junge die werfen einmal diese so hoch und das bringt nix ey wegen Schleuderern wir haben nicht sich mal ne Dings geschafft wir hätten das eh wir werden den oben einbauen müssen und dann voll upquaten ja ich hab doch gesagt irgendwer soll einbauen ja ich dachte ich hab meine Basis noch platziert oh das war so dumm boah das wäre gut gewesen aber ich hätte auch nicht gedacht ich hab ja ich hab nicht dran gedacht man das heißt noch mal Meckern bringt nichts ne lass jetzt wir können ja noch mal schnell mit zwei Blufe schermachen dann platzieren wir hier oben deine Basis wenn du noch einmal in der Luft ist das eigentlich selten das bei zwei ne wir können auch hier noch mal schermachen echt das geht wir müssen noch reparieren platzieren hier oben kostet eine Basis ich mache ich hab ja Metall habe ich wenn man baut anfangen ist immer am holz ich habe ich auch mal hierhin gemacht ich hab sie platziert mach einfach was an der Basis hier es war wieder wir spielen wie ein Anfänger man richtig dumm weil der unten der Atlas der ist komplett gut eingebaut die können nichts machen aber dazu jetzt im schall blue klo bekommt man jetzt weniger xp nein man ist doch das gleiche ich wusste gar nicht dass man das reparieren kann es halt nur scheiße werden eine Minute oder so aber ist egal geht das jetzt noch von vorne los ja acht minuten ja dann würde ich jetzt erstmal alles noch mal kurz upgrade auf 3 und so und ich muss glaube ich gleich erstmal ein bisschen fahren weil ich habe nichts mehr ich habe nur noch 200 Metalle und so wir können eine Neuversorgung spielen einfach ja also bringt halt nix wenn man nix hat aber hier unten ist eigentlich noch alles komplett gut nur kurz alles ja das hier mit der Breitseite hier das hat so viele Zombies gekillt ne mhm ja ich muss mir echt äh auch ähm wie heißt das decken nein diese Luftverteidigung da äh als Kipps holen ja ich glaube das ist echt wichtig aber ich kann die nur für blue machen alle Fallen die ich mir jetzt holen kann gehen momentan nur full blue boah aber eigentlich glaube ich auch die eigentlich sehr gute Falle ist ich habe Deckengas auf 142 ich habe Breitseite auf 130 full edgy Hälste und der Bodenstacheln full episch und die Eisfallen blau und 2 episch mhm weil ich habe halt einfach keine Vorteildinger aber ich habe davon richtig viel also vorteil fix ja habe ich so irgendwie 25k noch aber der Rest äh ich muss irgendwas eins was ist das denn was ist das denn von der Mission Vampir Elixier was ist Vampir Elixier wie ist das was ist das hast du oben geabcredited ein bisschen äh ne ich habe nur repariert warte hä wie kann man das reparieren also ding ist mit halt so ich meine dm-atlasse ich glaube du musst auch ein bei B-Reporten weil da ist kaputt gegangen man hat mir oben einfach abgewählt oder Basis platziert weil ich dachte oben also die oben sind muss man nicht einbauen oder gar nichts mal nicht das geht so easy aber wenn wenn das 5 schleudere auf einmal drauf aber warum gehen sie auf den mann so keine Ahnung egal ich weiß drauf ach schade aber jetzt ist hier oben alles eigene wort ich kann ja auch nicht reparieren kannst du irgendwas öffnen wie ist das gemacht keine Ahnung ich habe reparieren gedrückt mit holz ach so war ich kann weil ich bin weil ich kein material denn hab's zum denken zu reparieren ich hab ja gar nichts mehr jetzt gibt's wieder los von vorne ja es werden direkt die Basis platzieren aber wir haben noch zwei ist richtig dumm das also dass wir daran auch nicht gedacht haben eigentlich aus fehlern lernt man jetzt weiß was ich soll jetzt kommt lmg von hier oben das macht einfach gar nichts macht einfach nur 17.000 damage ja die gehen alle in meine falle hoch ich bin so ein geiler spieler ab ja ich bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen ne sehr das ist aber motiviert da fällt mir so ein chinesisches tik tok ein da springen die auch immer so rum wenn die was essen ja direkt der zweite zahme einmal dahinter ja mein bogen kredit hat nicht weil nur schaden ist junger so nervig trotz bei mir trotz wertung könnte denn ich der rechten strahler und ich werde in den strahler von einem kühlschranktüten gekriegt geht da drauf einfach bitte drei strahler schon wieder und zermal mal bei mir ja ich bin lockt ist man einfach ich finde der nahe gefahr wird einmal so tausend mal besser war manche sagen ja der bm zehn und bogen aber sein mama zwei dreimal schießen wir sind ganz viele kaboom dinger versuch aus der mann noch was zu holen wir müssen einmal hier alles reparieren zwei strahler auf mich ich komme nicht weg ich kann nicht helfen wir würden doch nicht so ein verbessern sollen aber man war wieder zu bxp eigentlich immer das kann also schwer sein wir sind halt nur zu dritt so viert der easy man aber ich hoffe mir trotzdem die fallen regeln ja eigentlich ja nur jetzt einmal sind das problem ja ich gern mal ganz kurz fleischung kommen auch wieder die werfer ja am besten wäre eigentlich wenn jemand sich um die werfer kümmert ich gehe mal raus warte das passt eigentlich perfekt weil ich habe auch die quest dann kann ich direkt die töten und der quest machen ja mach ruhig weil die fallen regeln her schon wenn du wegen der zermalmann aber die kommen glaube ich nicht wenn die werfer da sind oder wenn ich dann also wenn da nicht so oft ja ich jetzt viele werfer hier sparen das unfassbar ekelhaft normalerweise müsste ich mich freuen weil die aufgabe jetzt geht aber es sind 211 hat zwar mich sie kriege ich gefühlt nicht tot haben wir sind jetzt 271 ist ein bug weil ich weiß mal dann 70 habe ich verkauft er ist das ein bug wir haben noch vier spieler plus ja aber trotzdem das sind das nur 24 ambition das ist glaube ich ein bug oder wir haben verkackt haben obwohl das könnte auch sein also hoch waren die sind bei 160er mission sind nicht mal so hoch übrigens zermalmann hälfte leben ist gerade am pushen und fortgesehen haben wir auch alle nicht nur geht mal hier deswegen machen wir uns relativ nass aber drei minuten noch damals genau wo du auch letztens die zeit gesagt hast haben wir richtig aufs maul bekommen ja es soll da nicht klappen ich bin immer ich sage immer dass dass wir nicht schaffen weil dann auf einmal der gegeneffekt kommt ist auch das immer und alle sagen dann immer warum warum bist du nicht dafür und so ich mache ich mache ich mache die umgekehrte psychologie ja ich soll das easy jetzt sein wir werden direkt in letzter runde oben einfach einbauen müssen da hätten wir schon geschafft und noch niedriger waren die waren auch gerade auf 180 oder so geführt hier sind ganz viele krankenschwestern ist richtig schlimm die nerven richtig und miniboss ist auch schlimm ich bin nicht da um die krankenschwester heilen einfach deswegen krankenschwestern auf 271 der war ich kann die nicht mit dem krit worden hitten ich muss die einfach mit dem krit 3 hitten ich will nicht wissen für schaden ich jetzt diese runde schon gemacht hat das 10.000 oder so na ja 10.000 haben wir trotzdem geschafft eine minute noch also dein leisten ist irgendwie noch nicht so aktiv dann ist aber ein abends immer so weil da sind so viele live morgens ist halt keiner live ja das ist immer gut weil dann gibt es da keine ich sag mal konkurrenz ist auch so ziemlich meisten er immer morgens läuft aber ich bin meistens immer spät abends läuft also war ich immer so 23 1 uhr eigentlich auch ganz gut dann sind ja auch nicht mehr so viele ich will nicht noch sterben bitte ich auch nicht 18 sekunden bei dieser krankenschwester die will aber sterben anscheinend doch nicht easy aber so hätten wir nicht ohne auch machen sollen aber egal wir haben aus viel lang gelernt einfach immer einbauen und gut ist ich bin jetzt auch gestorben frech war das sound am ende ist so laut ich habe er als leise gestellt haben wir so wenig schaden da los die für schaden aus dem 5000 uhr ja gar nicht alles drauf ob sache mission geschafft eigentlich war schon schwer aus und 600 ich hatte ja alles am meisten oha erste mission so vor allem da bin ich der carrier ich war sehr schön obwohl ich so viele fallen platziert habe jungen wir wegen der einfalle sind alle rein gelaufen da waren zwei bereits ein und eisfalle wir haben der mensch gefressen wie sonst nicht boah junge ich habe eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun von diesen komischen briefende was dauert jetzt erst zu öffnen mini belohnungs lama der kupfer großachs level sie hö 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 ok dann 240 gold ja zehntausend und verfangen ep 4.500 helden ep hast du dich damit 14 15.000 unterfang ep 18.000 unterfang ep und noch 10.000 jawohl und ich habe meldenverbesserer da geht es so soll ich den konstrukteur oder mein soldat weiter verbessern was soll liebste spielt ja eigentlich ich mache den eiskönig jetzt hoch 145 weil am ende von unterfang kann man nämlich hat man nämlich sechs heldenverbesserer und dann klatsche ich einfach noch einen auf den soldaten habe ich den soldat auch auf 136 aufrüsten befördern bahn ich habe jetzt schon wieder 900 kai unterfang ep in drei tagen ist das eigentlich nicht so schlecht aber ich will heute noch die millionen mindestens voll machen wie viel haben wir denn wir haben nicht mal 20 uhr ja die millionen ich bleibe bis zwei uhr wach also zock ich und dann mache ich um zwei uhr noch eine mission weil es sind ja neue mission weißt du wie bei der basis du weißt doch manchmal manchmal so und seine basis wo die eine schockwelle macht wo alle zum sie auf einmal sterben weißt du was ich mein also den auch hier hat jemand das hatte jemand wie heißt dass man kills sammelt und dann so ein schock kommt wie heißt ja ich weiß gar nicht für den gerne rein machen aber ich finde ich habe das einmal nur gesehen vorher wusste ich gar nicht dass es das gibt aber das eigentlich voll krass weil du stellst das in die mitte und um rum sterben die ganzen zombies an den fallen und dann macht die basis sogar noch schaden ich finde das auch voll krank aber ich finde es dem perk nicht ich weiß auch nicht wieder heißt ich habe ich den auch gar nicht muss sehen dass doch ein hell freischal ich weiß ja nicht wie der hält heißt gibt es irgendwas im shop was du mir empfiehlst zu kaufen gerade irgend so ein held oder so ich kann auch nicht kaufe man in der shop komplett leer der neu ist auf einmal alles wie gold hast du 6 aber ich habe immer so viel ich habe es gerade auch schon wieder und ich habe es 22.000 haben die shop leer gekauft also die ganzen mitziner flasche und so komplett alle das habe ich auch aber ich meine zu und hält oder so auf sich das lohnt was zu kaufen weiß ich ja nicht weiß ich habe von den lamas nervt mich so hart immer in dieses in menü dieses wenn es hoch geht na ja das herr gold und shop kann man es unendlich haben oder ich glaube ja es gibt die haben drei millionen gold und so war früher ging ja nur 5k kauf der totenreger ich habe dies geteilt ich habe 130 hat wohl doch zwei kannst du dir anders und halten habe ich auch gemacht ich bin ehrlich nachher weh genug gold kauf auch glaube ich den einen hier einfach den testen test von welcher einfach das element er geändert und die perks ja den testarzt wollte ich mir auch kaufen einfach nur weil er cool aussieht ja ich hab die halt schon alle aber ich kauf dir immer noch mal ich hab jetzt drauf weil der typ der kann nichts besonderes aber er sieht halt geil aus ja schon cool aus ragnarök nein mir fehlt noch ein guter entdecker also könnt ihr eigentlich ragnarök kaufen einfach nur abrocknen ist eigentlich auch ganz gut ne eigentlich schon ja was er eigentlich ist ich mach das lieber rein wenn ich jetzt mal kurz aussitze kann ich einfach wieder rein ich möchte mich mal gucken wie weit mir fehlt bis blitz 127 naja aussitzen weniger als einbalken das ist dann das weitermachen wenn ich ein bisschen brauchst jetzt und was brauchst du also zerstöre rüstung in einer 140 plus zone und was entdeckt katakomben in einer 108 zone was ist katakomben ich kenne das von minecraft halbixel skyblock der mutter schlösser zu gucken da sind so im geheim eingängen musik kaputt schlagen und dann sage ich im bunker lupen weil ich hörte mir überlebe die nacht ja noch mal machen da kannst du da ja kurz die ganze sache machen oder wenn wir kurz machen oder die hier dann ist aber fange den sturm mache ich müssen wir zweimal verteidigung sowas soll easy sein ist noch nicht so schwer so 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 Amen. 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 Was ist das für eine Mission? Ist das Fange den Sturm? Ja. Da muss man ja zweimal Sachen verteidigen, ne? Und welche Dings? 140? 140, weil da kannst du auch eine Mission machen. Aber zweimal die Sachen zu verteidigen, das ist easy. Einmal drei Minuten, einmal vier Minuten oder so. Ja, ja, ich weiß. Eins ist im Gebäude, eins ist außerhalb. Das im Gebäude ist richtig, richtig einfach. Also ich tu das außerhalb machen, oder? Ja. Aber hier müssen auch einmal drei Katakomben sein. Junge, ich war da zwei, drei Tage dran, ne? Das war so nervig. Aber da kam es auf jeder Map, diese Lupen. Ich bin auf jeder Map immer so drei Stück oder so. Ja. Also weißt du, wie dir aussehen? Sind das diese Steinluken, die in den so am Keller führen? Mhm. Ja, dann weiß ich was nicht. Ja, dann ist ja eh, ich wusste das vorher halt. Hier ist alles voll mit Rüstungen. Ja. Ich kann es halt easy machen. Ich baue dir dann kurz außerhalb ein. Wo ist da genau? Ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß, dass die eigentlich so ziemlich immer im gleichen Spot sind. Mhm. Zwei Blue-Clo brauchen wir, ne? Pro Stück, glaube ich, ja. Okay, okay. Weil ich jetzt nicht so feiere, dass mir die Rüstungen nicht angezeigt werden. Wenn ich in der Nähe bin. Ich muss die erst im Blickfeld, glaube ich, haben. Ja. Egal, ich habe jetzt schon sechs von zehn Rüstungen. Ist das eine 140er Mission? Ja. Ja, dann bekomme ich einen Feindverbesserer. Dann habe ich schon eine Quest komplett abgeschlossen. Mhm. Ey, ich habe einen gefunden hier. Einen, so ein Ding, ist direkt unter mir. Hä? So ein Quest, dieses Aufgabending. Ich habe schon vergessen, dass ich ein Ninja bin. Ich wollte gerade über die Wand klettern, aber ich habe doch gesprochen. Voll erschrocken. Gibt es noch mehr Gebäude außer das da? Ob nicht. Oder, ich weiß es nicht genau. Weiß nicht, muss ich zwei Missionen mit... der Rüstung machen. Oh ja, ich brauche einfach das komplette Hausgleich ab. Mhm. Weil... Ach, ich wollte gerade sagen, mit meinem Geschütz. Aber ich habe noch was anderes. Ich habe so ein Kanonending. Oh, das ist geil. Ich bin nämlich immer überfordert mit den Aufgaben. Weißt du? Ich weiß nie, was ich jetzt mache. Und wenn ich dann eins fertig habe, das wird so... Oh. Oh, alles Neues. Oh, dann ist meine Gasfalle auf 144. Oha. Oha. Meine erste Sache auf 144 dann. Mhm. Ich finde den Dings nicht im Ohr. den Außen Dings. Mhm. Der Safe hier da in der Mitte, wo er noch unerkundet ist. Oh, warte, goldener Rabe. Jawoll. Ah, nice in der MP. Ich weiß, unter Fangen habe ich immer so viel Glück mit dem Loot. Das ist... Irgendwie schon unverdient, finde ich. Boah, geht eigentlich. Oh, hier ist noch so ein großes Gebäude. Das heißt, safe ist hier jetzt das zweite neben dem Gebäude. Wenn ich jetzt schätze, äh, raten müsste. Ja, guck. Nice. Dann ist es eigentlich egal, wo wir anfangen, ne? Lass den hier einfach zuerst machen. Ja, einmal ist es komplett im Gebäude. Und der hier steht halt vorm Gebäude. Ach so, stimmt. Aber vom Prinzip her ist mir halt beides recht, ne? Ich will ja nur ganz kurz gucken nach... Warum kommt das manchmal, dieses Schreien, weißt du? Hörst du das auch manchmal? Ja, doch, keine Ahnung warum. Ich denke mal, das ist so... Kennst du diesen Meme mit dem Zwerg? Mhm. Wo der auch so schreit? Nö. So hört sich das an. Ich denke das immer. Nö. Dass da auf einmal ein Zwerg ist. Okay, ähm... Hier ist leider keine Rüstung mehr. Ich reiße da kurz ein bisschen vom Gebäude ab, okay? Oh. Oh, geht mir doch nicht auf den Sack. Okay. Oh. 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 Wo bin ich jetzt hier? Wie tief! Wie tief bin ich bitte schön gefallen? Ach, aber guck mal, das ist so eine. Eine Katakombe. Aber ich glaube Katakombe ist ja ein englisches Wort. Das heißt bestimmt irgendwie so, Falle irgendwie so, hier so ruinenmäßig oder so bestimmt. Normal kann ja gut sein. Oh, da habe ich mich wohl verschossen. Ja, das dürfte reichen. Na hier, das nervt noch. Was ist da hinten? Ey, sind da 130er Shotgun drin. Ich glaube, die hole ich mir. Mhm. Ey. Ah, ich könnte mir auch starten, ne? Ich habe gut eingebaut. Basis auch platziert. Ja, dann können wir starten. Ach so, er ist genackt. Das sind ja nur 140er Zombies. Habt ihr auch immer die Drohnen dabei? Ja, ja, ich habe gerade platziert. Ja, das ist eigentlich auch Standard, dass man die dabei hat. Nein, wenn ich Dings spiele, Konstrukteur, nehme ich Dings mit Banner und Heilung. Oh, ich habe immer Drohnen dabei, egal was ich spiele. Ne, ich finde als Konstrukteur wichtig. Also Heilung ist halt immer wichtig für mich, damit ich die Mates halt schnell hochholen kann. Mhm. Ein Banner, falls ich kein Adrie habe, dass man trotzdem das bauen kann. Ja. Als Ninja ist es mir egal, weil ich flexibel bin. Naja, mein Game ist einfach einmal kurz stehen geblieben. Aber warte, ich helfe dir. Hat Heilung eingesammelt, trotzdem lockt von den Laser. Ja, ich kümmer mich um die Strahler. Ach, die kommen mir eh nicht durch. Boah, 1HP. Glück gehabt, dass ich stehen jetzt nicht bekommen habe. Oh, hier ist noch ein Strahler. Oh nein, da sind sehr viele Zombies. Ja, die kommen aber nicht durch, weil die Basis regelt schon. Hier haben wir fast 12.000 Leben, ne? 100, ja, 140er Zombies können die einfach nicht durch. Ja. Die machen gar kein Taten. Aber ich die trotzdem. Für die Missionswerte. Mhm. Ey, hier kommt auf einmal ein Zermalmer. Oha. Einfach Zermalmer. Ja, ich schnitzel den jetzt kurz weg. Sei mal immer tot. Ja, ich schnitzel den jetzt. Gar kein Problem. Jetzt auf zum anderen. Ja, ich mach noch mal Falle fertig. Durchsuche das Gebiet nach dem perfekten Ort für die Sturmfalle. Schnell, wir haben nur 10 Minuten... Ja, wir lassen die zweite, ne? Von 10 Minuten aktivieren. Mhm. Zuerst kein Zeitdruck, dann Zeitdruck. Ja, ist doch scheiße. Ja, hier muss ich definitiv den Raum ein bisschen größer machen. Ach guck mal, hier muss ich unten rein. Jawohl. Jawohl. Aber da wirst du ein bisschen jüngst. Wow. Schade. Ja, jetzt können wir wieder hier zuhören. Und jetzt können wir die ganze Zeitdruck hochjüngst. Also, das ist die kleine Zeitdruck. Soll denn die Menge mit dem Raum einfach in diesem Raum gehalten werden. ich glaube hier ist mein deckengas ganz gut ich platziere das einfach mal ein bisschen hier rum 1 2 3 4 5 6 7 deckengas eigentlich haben wir starten oder ja wenn du deine basis selbst können wir direkt starten sehr kurze mission aber bringt glaube ich ein bisschen viel seit 140 genau Was ist das? Was ist das, was der Sturm vollständig aufgesogen wurde? Was ist das, was der Sturm vollständig aufgesogen wurde? Oh Was ist das, was der Sturm vollständig aufgesogen wurde? Was ist das, was der Sturm vollständig aufgesogen wurde? Was ist das, was der Sturm vollständig aufgesogen wurde? Oh, da habe ich einen Zermalmer gehört Er ist ja komplett frei Was ist das, was der Sturm vollständig aufgesogen? Keine Ahnung, aber die Zermalmer macht halt viel Schaden Ich glaube Feuer macht ein bisschen mehr Schaden an Stein Also Holz am meisten, Stein vielleicht ein bisschen Metall halt am wenigsten Also könnte ich mir jetzt vorstellen, weil Was wenn die so schnell so eine Wand kaputt bekommen Ich glaube, es ist ein bisschen zu erinnern Ich glaube, es ist ein bisschen zu erinnern Was ist das, was das ist das, was erinnert? Das war's. Yo, Alter, wie schnell ich gestorben bin. Boah, wie Zombies hier sind. Ja, ja, ich will hier diese Heilerin töten. Wegen meiner Aufgabe. Ah, das kriege ich aber nicht hin. Na, sind sie vielleicht Zombies. Oh, ich hab sie gewonnen, halt, oder? Glück gehabt. Ja. 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 Ja, das gleiche wie gerade. Was ist das? Ja. 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 Magix durch das? Ja, das ging nicht auf dem Spiel. Das, was ja... Ja. 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 Nein. Ach ja, ja. tinham ich ja. Du, ja. Ja. Das ist halt ein Bug. Dann kommst du halt noch ein privater Lobby. Sowohl du öffentlich gestellt hast, dann rette die Welt. Ja, dann ist das dann so, dass das auch automatisch nach einer Müsstierung wieder auf Privat automatisch gestellt ist. Du musst immer bei Battle Royale noch Freunde machen. Dann hatte ich den Bug. Nicht so toll. Ah, jetzt darf ich nicht sterben. Am besten jetzt nicht mit einer Nahkampfwaffe. Ja, aber das Thema ist ja sowieso. Ja, Itachi. Ach so, ja, klar. Eigentlich wäre der Bonus, würde auch nicht schmecken. Andererseits müssen wir Höhlen eliminieren. In der Mission ist halt Drohne absolut stark eigentlich. Ja. Aber es wird schon leicht, wenn keiner im Sterben, also aufs zu Boden gehen würde, wegen dem Bonus. Ja, ja, ich push jetzt auch nicht alle Zombies um. Ja, aber die Schweberlein, die machen schon so viel Schaden. Die holen mich ja auch manchmal. Aber ich glaube, wenn ich diesen Lux-Sprung mache, dass ich die dann 2-Hütte, wenn es direkt bei dir rittet. Ich gucke jeden Automaten durch, um für dich einen Xenon-Bogen zu suchen. Aber ich finde keiner. Ich schaue nicht. Aber wir müssen nicht schweben. Ja, klar, ich versuche hier mal zu holen. Da kann ich noch. Danke, er ist der Schweberlein allein. Ja, ja. Ja, auf dieser Karte gibt es auch keine Rüstung. Ich muss das stören. Scheiße. Ja, doch, ich glaube, hier gibt es ja auch diese verlassenen, so eine so eine verlassene Burg. Da gibt es diese Rüstung. Boah, Junge, guck mal, 2 Schweberlein, nee, 3 Schweberlein, ich mache einen Instant. Ja, egal, jetzt machen wir einfach die Schweberlein für den Bonus. Ich verstehe, dass wir die Schweberlein nicht, Mann. Warum sie sich manchmal heilen, einfach. Ja, aber nicht nur heilen, manchmal kassieren die auch weniger Schaden. Ich bin aber komplett weg von denen. Ja, sind die aber auch Vampire, ne, deswegen. Aber guck, jetzt kassiert der Schweberlein einfach keinen Schaden. Er hat mich gewonnen, hittet. Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Aber schmied mal, sie sind low. Dein Bär hat einfach einen getötet, Junge. Ja, du kannst schon mehr spielen, aber wir sind halt gerade in Missionen. Da kannst du nicht beidreten, weil die zu hoch ist. Na, vielleicht ist er auch schon 130. Also, ich lade ihn ja ein, da steht er mal einladung, fehlgeschlagen. So, okay. Wo ist ein Bug? Ah, jetzt kommt noch ein dritter Schweberlein auf einmal. Ja, vier Stück müssen wir. Ja, aber alle haben wir hier Hilfe. Easy. Aber ich glaube, dass keiner zu Boden geht, kann man nur mit einem High-End-Level-Spieler machen. Aber ich bin ja auch von der Lohre. Von der Low-Mission. Ja, ich bin auch 130, aber ich bin auch Gott gestorben, weil wir waren auch vier Schweberlein auf mich nur gegangen. Ja, ich wurde einfach gewonnen, hittet wie auch immer. Manche Kassini mehr Schaden, machen mehr Schaden. Oder die kassieren weniger Schaden, aber machen dafür noch umso mehr Schaden. Mhm. Die Schweber sind random. Ist auch so. Egal, einen brauchen wir noch einen haben. Das sind noch die paar Kills. Ja, du kannst nicht beidreten, das ist ein Bug. Oder kann da... Das ist kein Bug, weil das so Lob ist. Hä, einmal öffentlich? Nee, wir haben auch noch gar nicht beidreten. Ja, aber... Ich hätte mal Gruppeneinladung fehlgeschlagen. Eigentlich könnte er eigentlich weiterhören, aber ich wollte ja mal wieder privaten, deswegen. Weil ich hätte immer fehlgeschlagen, Gruppeneinladung. Erst Level 24 in, ähm, unerfangene. Also Blitz oder normale? Blitzlevel. Ah. Von mir ist der letzte Schweber. Ich komme. Dann weiß man den Schaden holen, dann haben wir das erledigt. Bär und Drohne ist, glaube ich, richtig stark gegen Schweber. Ja, ich mach grad beides. Ah, nein, aber eh. Der hat einfach mal einen Kunai-Sprung ignoriert. Oha. Na, der Leib, bist du so krass? Arschloch. Ja, guck mal, wie viel Leben der auf einmal wieder hat, ich verstehe das nicht. Und der kassiert weniger, guck mal. Ich glaube, weil du es zu nah an den Dram bist, wenn umso nah mal an den... Nein, dran ist und der Leben bekommt, habe ich gehört. Nee, ich glaube, wenn er so einen Anschwung holt, dann auf einmal... Halt der sich. Nö, hä, keine Ahnung. Ich weiß, die ganze Zeit wieder, Sonder. Ich verstehe das auch noch nicht genau, aber... Keine Ahnung. Oh nein, ich bin nicht mehr. Egal. Es sollte nur Zombies töten und ähm... Ja, ich suche diese Ruin. Egal. Wäre cool, wenn ihr einfach so eine findet, mir Bescheid sagt. Ich glaube, es gibt hier so eine Burg. Ich guck mal noch. Boah, ich... Blinzeln irgendwie zu wenig, wenn ich zocke, ich merke ich, wie meine Augen trocknen. Oha. Na, also kannst du nicht so lange zocken. Anscheinend ist mein Körper zu doof dafür. Ja. Aber was ist alles Gewöhnungssache? Ja, also seit den letzten vier Tagen, so viel habe ich in zwei Monaten nicht gesagt. Ja, aber es macht halt Spaß. Ja. Das ist die Hauptsache. Nach Unterfangen werde ich ja erstmal wieder nicht so aktiv. Also richtig aktiv wie jetzt. Und wenn ein neues Unterfangen dann kommt, dann auch nicht? Doch, dann schon. Immer Unterfangen, weil Unterfangen ist das Einzige, was ich momentan richtig machen kann. Klar, ab und zu mal hier so ein Carry und dann war's das. Okay. Motivation für 160er-Missionen habe ich irgendwie auch nicht. Aber ich mache halt die 160er-Missionen immer, dass man da die Verbesserer bekommt. Ja, deswegen. Die überlebender Verbesserer. Kannst du auch erspielen, oder? Ich kann 260er-Missionen starten, aber ich habe das noch nicht freigeschalten mit diesen Aufträgen. So, du musst ja alle Missionen machen. Ich scheinbar dann so, ne? Blankarton brutal. Also die Aufträge alle abschließen. Hast du die noch nicht? Ne, ich bin Plankarton, Seite 4, glaube ich. Boah, die muss halt alle abschließen. Dann kriegst du die wöchentlichen Aufgaben, den Verbesserer. Aber das weißt du bestimmt, oder? Ne, das muss ich jetzt nicht. So, die muss halt alle abschließen. Aber macht das, glaubt man, das lohnt sich. Boah, äh, ja. Ja, aber diese Woche ist ein Überlebenden-Verbesserer. Es lohnt sich halt. Manche gibt's auch Waffenverbesserer und so, das lohnt sich halt einfach. Ich hab halt, ich hab halt alles komplett am Anfang abgeschlossen. Ah, ich hab hier so einen Katakomben wieder. Krass, dass du lang dafür gebraucht hast. Obwohl ja, du wusstest ja nicht, was das war. Ja, ich hatte am Anfang keine Ahnung. Wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich auf YouTube nachgeguckt. Ich hab wirklich nachgeguckt, ich hab aber danach geguckt, es gab kein einziges Video, die darüber ein Video gemacht haben. Na. Das ist natürlich blöd. Oh nein, hier geht's nicht, was passiert nur hier auch. Oder hast du ein Video darüber gefunden? Ne, ich hab ja noch gar nicht nachgeguckt, ich hab dich ja jetzt gefragt und du hast es gesagt. Du bist so gesagt, das YouTube-Video. Und selbst wenn ich jetzt kein Video gefunden hätte, wäre ich, glaube ich, einfach auf Live-Teams gegangen und hätte da gefragt. Also bei mir haben es ja einem Kollegen haben gesagt, also gezeigt, oder ein Livestream-Leute. Zwegen, ist so easy. Welches Blitz-Tabels seid ihr normal? Äh, normal 126. Hm, 133. Also hat ein Zuschauer gefragt. Mir fehlt nicht ein Balken für... Äh, 173. Wegen meiner Drecksforschung, man. Die muss hoch, 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 hoch. Normalerweise ist die Forschung immer bei allen geführt, äh, die noch nicht so hohes Blitz sind, schon fast Max. Meine ist nicht egal als von Typen, obwohl der Blitz 90 ist. Ah. Oh, ich hole mir jetzt einen besseren Speer. Für die Mission. Für die Mission. Den kann ich jetzt auch direkt benutzen. Der ist, glaube ich, gut. Oh ja, der Two-Hit-Hit. Nice. Ähm. Ja, der ist besser. Ich heile dich, Hitachi. Oh mein Gott, was ist hier denn los? Kein Wunder, dass er gestorben ist. Oh nein, Strahler. Oh nein. Wir haben es geschafft. Hab ich dir doch gesagt, dass wir uns vor nichts fürchten müssen. Glückwunsch, Geisterboss. Ey, wir fehlen fast keine Kills mehr mit dem Speer, nur noch 50. Okay. Dann muss ich so eine Axt greifen. Mhm. Und dann Kills machen. Ich seh, der ist ein Name, XXX. Ja. Ja, um. Junge, ich denke mal, wenn man X, 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 Junge. Weißt du, was es ist? Hä? Weißt du, was X, 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 X? X, X, X? Nein, X, X, X. Achso, ne, X, 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 X nicht. Kennt das nicht? Ich glaub nicht. Egal. Ist aber auf 18. Ah. Als ob du das nicht kennst, Mann. Du meinst doch safe, X, 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 das ist doch... Nein, X, N, X, X. Hä, warte, ich guck jetzt nach, was... Nein, Mann, guck nicht nach. Natürlich guck ich nach. Nein, Mann, Junge. Doch, warte. X, N, X, X. Nein, Mann, guck ehrlich nicht nach. X, N, X, 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 so. Das war das gleiche wie X, 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 X. Was kommt bei X, 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 raus? Das ist das. Oh, yo, Alter. Sein Schlang ist so groß wie mein Körper. Oh, oh. Oh, Junge. Das ist halt eine Pornoseite, ne? Alter, fuck. Wusstest du das nicht? Diese Frau wurde erstochen. Alter. Alter. Also, ich glaub, der hat Gene vom Esel oder Pferd. Alter Schwede. Leck mich. Wo bist du jetzt? Ich will wieder in den Live gehen. Du bist ganz weit unten. Was soll man jetzt machen, Mann? Ich weiß, ich muss Rüstung zerstören. Also, es bringt zwar nichts, aber vielleicht nochmal Sturm einfangen oder so, damit ich meinen Auftrag machen kann. Also, überlebe die Nacht oder meinst du, ähm... Ne, wir Sturm einfangen, die sind zwei beschützen. Okay. Gab's da welche? Jaja, da hab ich sechs Rüstung kaputt gemacht. Okay. Also, wer nicht dagegen spricht, ne? Bringt halt fast gar nichts an Überlebenden XP und für Itachi bringt das nichts. Lass ihn nochmal machen. Okay. Er bei einem Typen bei mir steht. Einfach nicht irgendwie in der Runde oder so, sondern einfach verbleib unbekannt. Er wurde einfach entführt. Oh. Er konnte, hab ich noch nie gesehen. Junge, trotz Delay bist du früher als ich in der Runde. Also, in diesen... Ladebildchen. Mhm. Alter, was geht denn bei dir? Am Verspielts überhaupt. Auf was? Ja. Ich hab ein PC. Okay. Einen guten oder so einen schlechten? Boah, ja, was heißt... Also, der ist ausreichend. Eigentlich schon gut, weil ich kann einen Fortnite mit 120 FPS spielen. Ist ja schon mehr als ausreichend. Ich spiele auf PS5, ich kann auch auf 120 FPS. Ja, PS5, Alter. PS5 kostet 800 Euro. Mein PC hat Instagram vielleicht 300 Euro gekostet. Ja, Junge, eigentlich normal PS5 kostet 500 Euro. Aber es ist halt überteuert, weil man den nicht bekommt. Mhm. Deswegen wollte ich mir eigentlich eine Xbox Series X kaufen. Die kostet immer noch 500 Euro. Mhm. Aber mittlerweile müssen wir doch eigentlich bekommen oder nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nö, bei mir in der Umgebung immer noch komplett ausverkauft. Ich hab dich vor ein Jahr gekauft. Für? Ähm, 700. Also bei Ebay. 720 war das. So ungefähr. Naja, also 720 geht eigentlich noch. Auch ein bisschen viel zu teuer mit 200 Euro, aber... ...noch aushaltbarer, als wenn jetzt jemand die für 900 einstellt. Ja, ist... 900 Euro, Alter. Davon bezahlen manche Leute zwei Monate Miete. Ist auch so. Ja, PS5 lohnt sich wirklich, weil... Ich weiß nicht, man. Ich hab sie seit einem Jahr, die ist immer noch so leise wie am Anfang. Ist in Ordnung. Boah, ich hab meine Playstation aufgemacht, ne? Da war einfach Sand drin. Einfach Sand, wo ich da rein geränigt hab. Junge, wie ihr das denn? Ich weiß nicht. Da war Sand drin, da war Staub drin. Und auch irgendein weißes Pulver war da drin, keine Ahnung. Und wenn man oben auf die PS4 guckt, sieht man so richtig wegen der Hitze diese... ...diese Farben, weißt du? Dieses rot, äh, gelbe und so. Diese Wellen. Ja, Alter, Heizung. Wenn ich die anmache, brauche ich keine Heizung mehr. Mein PC gibt gar keine Luft von sich. Wenn ich da reinfasse, genauso warm wie der Raum. Das ist ziemlich cool. Aber guck mal, du hast jetzt eine PS5 für den Preis gekauft, ne? Ich hätte mir einen, äh... Also ich persönlich, weil ich finde Playstation cool. Vor allem, du gehst rein, drückst X auf dem Spiel und bist sofort drin. Weißt du? Das ist halt einfach geil auf PS4, PS5, so. Aber ich spiele halt lieber Spiele, die es auf PC gibt. Weil, zum Beispiel CSGO gibt es nicht auf PS... ...auf den PS-Servern. Sowas alles. Oder Valerant, Minecraft Java, sowas alles. Deswegen habe ich mich entschieden, mein PC aufzurüsten und generell zu kaufen. Ja. Aber eigentlich, PC ist auch besser als PS5. Also wenn man einen richtig guten hat. Für 3000 Euro oder so. Preis-Leistungs-Verhältnis ist PS5 einfach besser von der Leistung. Kann man nicht so sagen. Komm, aber für 700 Euro... ...da kriegst du ja... ...gefühlt ne Grafikkarte, ne richtig, richtig gute. Einen guten Prozessor und 16 Gigabyte RAM. Ich glaube, dann ist das Geld schon fast weg. Wo ist dieses große Gebäude, also da hinten? Weil da ist immer Rüstung drin. Einfach Minecraft, immer einfach Rüstung. Wenn wir die Falle aktivieren, müssen wir... Boah, ich habe nichts zum Bauen, Mann. Ich wollte gerade sagen, soll ich die Mets droppen? Ich bin so ein lustiger Kill. War jetzt noch der Leon von vorhin? Ja. Ja, der möchte auch wieder mit spielen, ist wieder online. Hätte ich eigentlich nichts gegen. Aber wogegen ich was hatte, mit ihm alleine zu spielen. Warum? Ja, ich sag, ich bin kurz weg. Er schreibt mich an, nein. Ich habe voll Angst bekommen. Schreibe ich an. Nein, das ist auch voll korrekt, Mann, aber... ...kratzen wir halt Fool. Ja. Dann muss er nach der Mission noch warten und vielleicht noch eine Runde. Oder ich... Warum willst du gehen? Ne, ich will nicht. Falls du sagst, dass ich gehen soll, dann... ...meckere ich nicht, dann würde ich gehen. Aber freiwillig gehen? Eigentlich ungern. Richtig. Ja. Okay, den Auftrag habe ich jetzt fertig. Jetzt muss ich nur noch... ...mit Nackernwaffen eliminieren. Mhm. Und Katakomben. Ja, ich muss hier kurz irgendwo ganz, ganz tief in den Keller. Einmal ganz, ganz tief rein. Und hier ist er. Jawohl, tief genug. Wie alt bist du eigentlich nochmal, wenn ich fragen darf? Ach, 25 und du? Ah, ja, ich bin 15. Ach, ich dachte auch, dass du so 12 oder so bist. Ne, 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 ne. Boah, einfach 10 Jahre älter. 10 Jahre älter. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du 25 bist. Na, was hättest du mich denn geschätzt? So, 18, 19. Höchstens. Oha. Ich habe eine Sturmklinge 130 bekommen. Oha. Naja, Leo ist wie alt? Ich glaube, der war 12. Ja, 12, glaube ich. Ja, du bist 13 Jahre älter. Mhm. Das ist auch heftig. Ich platziere jetzt einfach eine Falle, weil ich es kann. Ja, ich sammle nochmal kurz Blue Clue. Das kann man gar nicht schaden. Können die anderen beiden eigentlich auch mal reden? Die beiden können nicht reden. Also der eine hat der reingestrieben, kann ich reden und der andere. Also kein Headset oder so. Und daran, keine Ahnung. Ich glaube, das sind junge Leute oder so, die haben sich nicht trauen zu reden oder so. Ich weiß nicht. Aber eigentlich hat ja auch jeder ein Headset, oder? Also, von, also, eigentlich, glaube ich, schon fast jeder. Weil man muss halt, ja wohl, wenn man jetzt nur Fortnite spielt, ist ein Headset jetzt nicht notwendig. Aber wenn man Call of Duty so spielt, muss die auch Steps haben. Mhm. Ja, aber... Guck mal, Handy Kopfhörer oder so hat doch eigentlich... Kriegt man ja, wenn man Handy holt oder so dazu. Ja, oder Airpods. Jeder Mensch hat doch Fake AirPods. Ja, ist auch so. Mindestens. Aber die meisten sind, glaube ich, halt ein bisschen schüchtern oder so. Aber ist halt nicht schlimm. Komm halt, wenn man ein bisschen alter wird, dann... Irgendwann ein bisschen offener und so. Ich war bei Streamern auch drinnen, die haben gesagt, wenn man nicht reden kann, soll man sofort rausgehen. Das ist bei den meisten auch so. Mich stört das nicht. Du machst eine telepathische Unterhaltung mit dem. Du führst eine geistige, kompetente Ebene mit dem. Oh mein Gott, ist hier viel los. Ah, ist mir nicht gestoppt. Der, der pre-fired mich einfach. Oha. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hey Junge, auf down. Ich werde uns dann mal machen. Ach, sag doch, dass sie hier schon durch sind. Also hier vorne sind. Ja, als... Auch nicht die Basis müsste das regeln. Ja, aber ich brauch die Kills. Okay. Ich muss jetzt noch töten... Schwert und Oha, perfekt. Da kann ich direkt meine Klinge benutzen. Traumhaft. Kommen wir aus dem Weg. Boah, die ist aber echt nicht so toll, ne? Ist so eine Sensor stärker? Boah. Ne, beide sind scheiße, man. Mann. Aber dann ist die Sturmklänge sogar noch besser. Boah, boah. Das war's glaub ich ja wieder mit mir. Boah. 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 Oh stimmt, wir werden nicht so, jetzt läuft ich doch schon ab. Boah. Ja, ne, ist geil. Aber der ist bestimmt unten links, da, wo noch unentdeckt ist. Muss da ja sein. Boah, ey, die völligen Hüllen kann ich erst gar nicht töten mit dem Schwert. Das ist ja unnormal. Vielleicht ist doch die Sonne so groß. Oha, ich... Manchmal explodiert das einfach. Oha. Ich glaub, die Sense ist dann doch ein bisschen besser. Alter. Das können halt echt rein. Ich mach das Haus wieder kaputt hier, ne? Ein bisschen. Malachoy. Was ist das? Auch ich benutze das nicht zum Missionen machen, nein ich benutze das um Kreutegabe zu machen. Ist auch geil. Was ist hier? Hier ist der Nebel. Ja, fertig mit zwei Missionen jetzt. Das freut mich. Aktiviere die Falle. Wenn ihr die Falle aktiviert, müssen wir sie verteidigen. Diese Falle wird mehr Zeit brauchen als ihr. Komm raus. Komm, explodier. BAM! 270.000 Schaden. Dann wieder verwertet ich die Stürmpläger natürlich und das Zeug hier. Achso, es geht schon los, Lloyd. Hast du deine Basis schon platziert? Ja. Hä, wie? Die nimm... Junge, wo nimm die Schaden, Mann? Keine Ahnung. Auf einmal... Ah, hier von hier vorne. Von hier vorne direkt. Die haben hier die Wand aufgemacht. Ey. Ich dachte, die machen die Wand hier auf. Ja, ich dachte, die haben auch nicht zugebaut. Ich kann doch nicht abquälen und so. Ich hab keinen Stein und so, ne? Ich hab ja einfach gestartet. Ich hab ja einfach gestartet. Eigentlich wollte ich ja noch upgraden, aber dann auf einmal war schon alles fertig. Ich hab die Mates haben abgegradet. Habt ihr Banner platziert? Ja, ein Banner ist hier. Ey. Ey. Das wollen wir noch verteidigen, aber... Da oben... Ja, Junge, wird dann hier die Treppe gebaut. Ich hab keine Ahnung. Ah, da haben wir mal so die Treppe nach oben gebaut. Das hängen sie wohl da reingekommen. Ja, Junge. Ja, die fetten kann ich nicht töten. Ich krieg die nicht klein, denke ich. Ich weiß nicht. Ich kann die kleinen, ja, warte. Nur wegen der Treppe nach oben war das, glaube ich. Ich glaube, noch eine Zombie da durchfuhren, dann war es das. Eine füllige Hülle ist, war es, und zwei dünne, dann war es das. Ich bin halt drin. Schau mal. Ey, da hat da jetzt schon wieder jemand eine Treppe hochgebracht, oder? Junge, wer macht das? Irgendwie braucht hier gerade Treppen vor dem Ding. Ja, die Werfer, Junge, auch noch. Ja, die Werfer halt, ne? Vielleicht, einer muss zu den Werfern von euch. Ich mach hier... Ich bin halt krass bei den Zombies hier im Nacken. Fahrbahn, Fahrbahn, Fahrbahn. Oh, Leute, wir haben verloren. Ich frag mich, wer die Treppe gebr... Junge... Wer hat die Treppe gebaut, Mann? Das muss... Das war wahrscheinlich Itachi... Oder der andere, weil die Waren, die Waren, die Waren, die Waren, alles gut eingebaut. Nur die Treppe, dadurch sind die oben reingekommen. Ja, einer von denen war das, weil... Ich brauch das nicht, ich bin ja ein Ninja. Die wollten wahrscheinlich da hoch. Ey, so unnötig, ne? Jassin, warum? Jassin war das. Junge, 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 Junge. Jassin war, machst du die Treppe gebaut? Hey. Ach, Junge, ich hab auch... Junge, man... Hätte ich hier am Stein zum Abgewählen, ich würde nur zum Abgewählen, aber ich hab halt nix. Wenn man das nervt, richtig, Martin. Aber jetzt haben die Aufgaben auch nicht gezählt. Nö. Einer von euch muss sowieso rausgehen, weil er im Leon beitreten möchte. Können wir die müssen dann nochmal spielen? Vielleicht, bitte. Ja. Was soll ich nochmal machen? Ich glaube, der Leon nochmal rein, weil der wäre eh high level. Ich würde schon. Ja. Mit ihm wird das so leicht. Ja, das Spiel ist so gerade die Lager. Lager, ja. Ich bin jetzt auch... Ich nehme einen Decker mit zum, ähm... Konstruktor. Ohne Baumätze, das ist nix. Obwohl, er hat den, er hat den ja 144. Also, äh, Leo. Der hat den ja 145. Ich glaube, der kommt nicht, weil der Spächer hat unerfangenen, ähm... Lager. Sagen wir kurz auf ihn warten, oder? Ich weiß doch nicht, ob der reinkommt oder ob der bin in der Mann gespielt. Also flüstern. Kann man ihn ja fragen. Ich habe ihn ja nicht geedit. Also, ich Konstruktor nehmen. Mach ruhig. Ja, ich habe ja noch 133, das sollte ja auch passen. Ja, scheiß drauf. Lass einfach nochmal machen. All ich die Mission ist easy, Mann. Hätte er noch nicht da oben so hoch gebaut, dann hätten wir es doch geschafft. Da war wieder ein Fehler, dann nochmal Fehler. Wie in der Atlas-Verteidigung. Wir müssen einfach nur auf Stufe 3 upgraden, denn es ist easy. Aber ich habe halt keine Maps, Mann. Alles leer. Ja, jetzt kannst du ja nur auf Spanchen gehen, erstmal. Aber so leichte Missionen. Dieses Unterfangen ist echt besser als das andere, finde ich. Mhm. Von den Missionen her. Oh. Von den Aufträgen her fand ich das andere viel einfacher und besser. Ich weiß nicht. Ich bin da viel schneller durchgekommen. Ich war da nach drei Tagen schon der W40. No. Und am vierten war ich 50. Deswegen. Irgendwie feiere ich dieses Unterfangen jetzt. Ja, ist easy, Mann. Guck doch mich mal an, Mann. Ich habe diese Woche angefangen. Hier schon Maximum. Ja, ja. Ja, ich kann nur noch heute Morgen. Ja. Zack. Dann in Schule und nach Schule zack ich halt nicht so, weil ich einfach kaputt bin. Ja. Dann war es das mit dem Level. Wundervoll. Ja, nicht komplett. Ein bisschen werde ich ja noch spielen. Aber jetzt nicht so viel wie jetzt. Jetzt habe ich wieder hier die Katakomben machen. Jetzt habe ich wieder zum anderen Gebäude rennen. Zum großen. Da die Rüstung abbauen. Und vor allem, ich kriege auch keine Effi-Sinsor bei den Unterfangenen. Dann das nervvoll. Ja, du musst eigentlich immer Raben und Sotilten für Waffen und die dann wiederverwerten und dann von den Effis was craften. Eigentlich richtig nervig. Aber letztes Unterfangen war ja auch ein Problem mit Schrauben zum Beispiel. Ja. Irgendein Unterfangen ist immer irgendein Problem. Ich habe genug Stallen für beide Verbesserung. Zum Glück. Ist das hier das große Gebäude? Nee. Doch. Nee. Hä? Doch. Aber hä? Ist auch viel kleiner. Hä? 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 Ich baue hier kurz den Boden ab. Wenn es hier nicht weiter runter geht oder so, dann ja. Ja, okay. Ich brauche. Bei mir ist halt eine. Kommst du mir einfach. Äh, warte. Bei welchem Gebäude bist du? Mal schneller laufen. Ach, da bist du. Okay. Ja, warte. Ich komme raus. Ich bin mal hier. Dann brauche ich noch zwei Rüstungen. Ich weiß nicht genau, ob das Katakomben sind. Also hier war so eine Tür, ne? Also so, dass du auch in den Boden rein? Ja. Wir sagen ja, okay, ja, das ist dann. Aber hier gibt es ja, hier kann man nicht weiter runter und so. Ich glaube, das ist keine Katakomben. Ja, warte ich. Das war bei mir halt manchmal auch, das. Guck dir mal hier rein. Warte, jetzt zählt. Nee. Ja, das sind hier das große Gebäude, dann dieses Riech. Warte, ich baue mich mal. Guck mal, wo das ist. Dann sind das auch keine Katakomben. Nur mal, das fand ich auch immer richtig nervig an die Scheißaufgabe. Alle Aufgaben waren easy, außer Katakomben. Aber wenn man davon Ahnung hätte, wäre es auch easy. Wenn man weiß, wo die sind dann so. Ey, das ganze große Gebäude gibt es nicht. Ich habe einfach hier nicht genug Rüstungen, um die Aufgabe anscheinend zu machen. Oh, ist ja richtig nervig. Und dann wird hier kein Voll... Boah, 1700 Leben gehabt. Wegen Sturzschäden. Boah. Ja, ich vergesse, dass man so viel Sturzschäden passiert. Ah, ja, okay. Ich habe eine Katakomben gefunden. Aber... Jetzt fehlen mir noch zwei Rüstungen. Mhm. Also... Ja, okay. ... Okay. Okay. Das kann ja nicht sein, dass es hier nur zwei Rüstungen auf der gesamten Karte gibt. Da muss es doch noch mehr geben. Eigentlich schon. Und ich könnte mir so lange mal starten, oder? Ja, also ich glaube, das erste schafft ihr alleine. Ja. Beim zweiten komme ich dann. Ich habe jetzt keinen Konstrukteur dabei. Ach, stimmt. Wird 1200 M stein gefarmt. Kann ich auch nicht viel, aber ich glaube, dann komme ich auch kurz. Schuhe 1 brauche ich nur, glaube ich, Schuhe 2 upgraden. Das reicht. Ich habe aber noch nicht schon für 3. Und einfach alle hier hin, dann würde ich sagen. Ja, ja. Eigentlich muss ja nur ich, ich komme wegen der Basis. Ja. Die wir aber schon mal. Ja, aber die Rüstung... Ne, warte, warte, warte. Wir können aber schwerer machen für XP, Mann. Ja, aber dann würde ich dann doch auf 3 machen. Ja, dann das machen, Mann. Aber das mal noch mal ein bisschen. Ich wäre ja mal mit. Aber 2 mal reicht, das sind nur 140. 2 mal reicht. 4.000 XP extra. Ja, warum nicht, ne? Oh. Kannst du hier einen Decke platzieren? Ne, nimm. Hm, hab ich. Ja, genau. Ah, Stufe 3 ist und ist am Start. Easy. Banner ist platziert. Jo, Alter, wie viele Zombies hier kommen, ne? Mhm. Ist ja auch unnormal. Wäre ich kein Konstrukteur, wäre ich halt jetzt schon tot. Ja. Ey, die machen die Wand richtig krass kaputt. Ähm. Ich glaube, das war ein Fehler, höherzustellen. Wenn wir nur zu zweit sind. Einen dritten brauche ich mir, glaube ich, dann doch. Oder vielleicht sogar noch einen vierten. Ja, beim zweiten würde ich, wenn überhaupt, nur eine hohe höher stellen. Ich glaube, man kann das gar nicht mehr höher stellen wegen Dings. Ja. 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 nicht weil jeder zur doch jeder zumindest wird von stummkönig eingefroren jeder einmal aber das bringt nicht zweimal doch damit zweimal eingefroren einmal doppelkonstruktion bringt ehrlich nichts mal glaubt mehr außer ihr verschiedene perks also ein dass zum beispiel eben zehn prozent vergangenheit macht meine auf 144 ja ich habe jetzt vertraut ist junge jahr sind aber eigentlich vor leid warum ich mal der andere itachi warum denn das ja gibt es uns jünger der sind gaben 189 zuschauern und der und ein ganzes team hat den aura skin auf der neuesten also die neuesten stil rad ausgerüsteten die spieler der mission die pk ist alles gleich junge itachi der versteht gar nichts na ja mit der wilde gruppe bei der junge ich mal der etage 14 der mann mein leistungen so ist ja bei einem spiel hat er beschissen mal kurz mit kurzen richtigen waffen auslösen die leute verstehen das halt nicht man kann immer nur ein level kerwin jungen mehr zum beispiel der ist wieder will ich da will ich die leute verstehen das einfach nicht siehst du doch junge zweimal mission verkackt sind 140er mission man denken müssen nichts machen ist ja eigentlich beim carry auch richtig aber zu zweit schafft man das hat nicht von dass man das macht aber jetzt können wir den bisschen auf maximo machte sie sie zelle ist ja leo da der kärle der marschmeldung ist ein weiteres weg aber gar nicht so halte die marschmeldung eingefäffert heuer das große gebäude ist wieder da ich kann nicht wieder aber auch so ein holzkohlegrill kilo wiegst du das kilo wiegst du ich hab so also mit halbe tüte mal ich meine schwestern die halbe tüte gegessen also kurz hier ist ein zombie aber so fett 9 wie alt bist du 12 na 12 Jahren wie viel Kilo wiegst du dann jetzt ist wo wir schon viel wie groß bist du Prozent 1 ich weiß gerade nicht ich habe sagen aber es ist egal wenn man sich dann war es letztlich nicht gemessen also halbes jahr her auch um 60 ja ungefähr immer noch so boah schon ein bisschen das schon ein bisschen klein ja und dann auch 40 kilo junge die wird schon übergewicht sagen die heilen allerdings habe ich das mal richtig fest denn wenn du ähm älter bist äh timon hm was du äh was für den schuhgruß hast du ich hab ähm 45 mann ja er habe ich sogar größere füße ich hab 60 40 ich hab 45 ja Junge bist du so ein junger alter Mann der sieht aus wie ein Roblox Charakter große Füße kleinen Körper und etwas dicker aha halt die Fresse Digga so was gibts hier schon mit so Waffen Dreck ich hab ganz halt Low Level mich so gemacht und meine Aufträge ähm so höher gelevelt ey man ich hab hier keinen Katakomben gefunden das ist richtig schlecht hier gerade ich hab nicht einen Katakomben gefunden da willst du nicht mehr ich hab ich hatte die erste Runde verkackt haben Rüstung fertig und Katakomben boah ich hab mir mal Zappertron geholt weil die soll angeblich gut sein hier in solchen Missionen nein warum mir fehlen zwei Katakomben 100 weil die soll dies nur auf Schaden kann ich die Katakomben sind ob allergleichen ähm links immer ich muss Gartenzelle suchen dass er ist diese Missione ganz ganz falsch schon mehr da wo ich gerade war auf einmal war da nichts weil man war das Katakomben weg ähm können wir Dings machen kann ich gleich nach der Missione geschafft haben hier einmal guck mal für am Rikos guck mal ich muss dann äh Sumpf irgendwas dieses Sumpf Sumpf Gebiete da gefällt mir diese Städte da muss ich Gartenzelle abbauen du bist du tost vor allem okay ich habe jetzt ein Katakomben ja sei mir recht denn ich soll es soll ja nicht nur euch gehen ist ja er braucht ja auch noch levels ja das gut nach der den juckt nur xp glaube ich nämlich den juckt gar nichts normal jassen will eh nur leveln ja der wäre jassen nimm mal an mann aber das kommt zu euch ich bekomme in letzter Zeit so viele Beitrittsanfragen und so ne ich auch immer wieder von den gleichen ja schon wegen mir man das ist so unmenschlich ey nimm an ne wer weiß ob das alles Menschen sind hab ich gerade gepfiffen mhm warum mit mir schafft ihr jede Mission ja 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 das dritte mal jetzt die Mission das war mal verkackt ja ja hat man ja gesehen äh bei den äh wer ist nochmal äh diese eine Mission da oder vierziger vierfach Atlas ja ja das ist so easy wir haben auch eine krasse äh das wissen wir zur Info wusste ich gar nicht da muss ich gar nicht die einbauen ich weiße Mom mach das einfach so nee dann krieg ich das denn ja schaden ach so wusste ich gar nicht warte ich glaub dann krieg ich noch einen Katakomben bei diesem Tor gegen Yassi wenn das jetzt ein Katakomben ist fehlt mir nur noch okay ist kein solcher überall kein Katakomben gerade war in jeder Ecke mal rein du müsstest einbauen mit Fallen verstärken bei die Mission ist aber ich hab die schon einmal gespielt die ist ausfällig easy man ne ihr müsst das mit richtigen Fallen alles einbauen das ist easy vertrut mir vertrut wir haben das erste immer ohne Fallen gemacht so ein bisschen gestiegenen Blitz würde ich sagen hab ich ja nicht sorg wenn ich hier so so das hab ich ums Haus gebaut ey kommt ihr jetzt warum ja ich hab's eingebaut warum ja ich suche ich suche Katakomben ich suche Blue Clou noch ähm gibt's nicht zwei Stück für Maximum Mission gibt's manchmal bei Ritterburgen oder Feststück verkacken dann weiß ich an der Junge dann war es das glaube ich für heute dann da ist ne andere Mission zocken nein wollen wir jetzt wieder Junge das dritte Mal den anderen der Junge kein Bock machen dann ist gebrochen ja ich hab sogar extra 2 hergestellt die erste Mission ist ja easy man aber die zweite da packen wir mal ja wenn wir jetzt auch auf Maximum machen Junge ich würd lieber nicht auf Maximum machen ich würd lieber erstmal darauf gehen dass wir überhaupt schaffen ja aber Leo äh sagt ja wir schaffen wir das wir machen hier so Maximum ich schaff nicht ich schaff nicht ne bitte nicht sag mal zum Glück nein eigentlich gibt's das gar nicht mit Maximum sonst gibt's gar nicht bitte nicht Maximum bitte bitte ich mach jetzt mal schauen das ist schon 4 Spieler ja aber 4 Spieler plus plus ist Maximum das ist Studierigkeitsstufe 4 schon ja aber man kann ja 4 plus plus aber 4 Spieler reicht da schon machen wir hier wir sind ja nur 3 Spieler also ehrlich gesagt ihr 2 nur ich gehöre ja auch eigentlich nicht hier rein doch wo wirst du denn hin in Afrika so ich bin fertig da noch Beton warte ich upgrade nochmal kurz auf Juve 4 egal wir lehnen einfach ab nö ok Junge wenn man das so abmacht mach ich mal Junge einfach 10.000 XP extra ja ich weiß aber es nützt halt nix weil ich habe schon mal welchen gespielt die haben das auch auf Max die haben das niemals auf Maximum gemacht und haben schon alle ihre mit 5k alles ausgemacht und Teil Steinholz was ist der 5k Junge bist du dumm müssen das wirklich so wenn man einmal so einbaut Junge im Kreis da braucht man keine 5k mit dem ist ja nicht schwer bei der ganze Zeit exklusiv zum es gekommen ist äh das ist sehen man ist easy ich bin jetzt glaube ich 36 so wenn wir jetzt starten warte schön ich hab nochmal blue blue jetzt gesammelt für uns für euch ich muss ich muss dann nächste Runde also mich was mich guckt das ja nicht ich brauche keine ich bin Maximum ich meine für euch ja guck mal 10.000 extra ja aber was weil das die Schaffende sind 10.000 extra auch nichts nein wir schaffen das ja jetzt schaute ich auch direkt in Lachs also ich also ich werde mal eine 130er-Würfen benutzen was er hat er gesagt hat fallen platzierte Junge hat hier nicht mal richtig fallen platziert helft er da darf ich auch keine Metz mehr für gab die aber sonst hier drumherum Egal Deon hat er gesagt wir schaffen das also 271 hat es heute nicht flaxen ja warum sind die so hoch weil du weil die Vierigkeit gemacht hat der werden immer höher aber wenn ich mal vier Mission macht die auch nicht so hoch das Erwäge aber hier ist das so warum weil du jetzt die Schwierigkeit höher gemacht hast also ist bei einem wenn man nur noch mal können wenn man mal vier Mission schauen ist auch so ja das ist auch so ist ja auch so normal ist nicht so schwer und auf der anderen Seite ich eben von anderen hier in einem Landkreis in Oksbogen man schadet die nicht mal es ist auch wo er hat er hat er müssen am Anfang zu machen was da er ist mehr schadiert die in dem Grunde macht er schon nicht halt die Seite hier bei den nächsten machen wir bodengefriere und so dann schaffen wir das jetzt zum Allmann nimmt kein Damage das ist wie ein Miniboss mit Panzer ja ich bin Nock ich mach ganze Zeit öff ich hab ja gesagt nicht schwieriger ich hab's ja gesagt ich hab Leon vertraut er hat gesagt wir schaffen das ich hab einen Plan alle stellen sich rein und drehen die anderen brauche ich zu dagegen halten ich kann mich nicht drehen ich mir machst das Natur ja Junge hat Leon wieder vertraut ich hab wer ich hab gar nichts gesagt dafür sei uns jetzt eine Mission schuldig du machst das eine Mission für uns ja mach mal Leon ich mach gar nichts vor 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 ich hab gesagt dass die Mission so die drei fallen Junge du musst auch bodengefrierern so hab ich alles nicht und du hast nicht mal ein eiskönig und so platziert würden die doch eingefroren werden hab ich ganz oben ich hab auch platziert hä warum wurden die nicht eingefroren die wurden eingefroren für ne Millisekunde war nur ey so schnell ich hab alles wieder umsonst gemacht ne ich glaub ich muss dieser Mist aber ich wollt grad sagen da muss ich die alleine spielen aber ich komm gar nicht in 140er Mission ich will nur den Fallenverbesserer für meine Gasfalle man was für ne Aufgabe brauchst du jetzt noch genau die ich unbedingt machen will jetzt die ganze Zeit also die wir jetzt gemacht haben ich brauch Aufgaben warte ganz genau will ich machen zerstöre Rüstungen in 140 plus und entdecke Katakomben 140 plus können wir Radarraster machen oder überlebe die Nacht geht doch weiter auf den Blitz x4 weil da gibt's das ja auch oder da sind die genauso hoch da müssen wir nur richtig viele fallen ja aber dann lass die machen weil da geht man zweimal unter unterfangenen EP und so da kann er auch die Aufgaben machen und dann wenn wir das ja mitten in der Stadt da ist ja so ein riesen Gebäude das muss ja da sein also hast ja da ist ja auch ein Gebäude oder ja dann geh mal rein ich platziere dann auch guck mal bei denen ist ja die Hexen will das ja riesen Gebäude und so und hier bei Rad auf den Blitz ist genau das gleiche so ja dann mach einfach mal rein wir gucken jetzt ich nehme jetzt auch ähm Mendecker dann mit also ähm ich nehm keinen Konstrukteur ich nehm einen Konstrukteur ich nehm einen Konstrukteur jetzt mit also gut ist ja ich nehm ich ich nehm Ninja dann mach ruhig aber wenn wir die Mission nicht schaffen dann dann ist vorbei dann ist gebrochen Junge 4 Mann aneinander 3 Miteinander ich das schaff man so und ich ja Nein ja doch ich Gott ich ok ich ja du wenn du so freundlich wärst. Ich muss wieder hoch in die Wolken. Wir sind auf dem Weg zu euch. Sammle auf jeden Fall alles Blue Glow ein, das du findest. Diese unangenehme Stille, ich mag das nicht. Mach mal, ich mag das auch nicht. Alle gebrochen. Mag's auch nicht. Lieber einfach irgendeinen Scheiß reden, anstatt dass es so still ist. Das kannst du ja gut. Ja, ich richte dauernd nur Scheiße. Das ist mein Hobby. Ich weiß auch warum. Weil? Du still nicht machst. Du interessiert mich nicht. Du magst die Stille nicht. Ja. Die Stille ist äh... Außer beim Schlafen, du hast die Stille entspannt. Moin, Paul. Junge, was für Strom, Junge. Ich bin nicht der Einzige, der immer erst um 0 Uhr einschläft, wenn der 6 Uhr aufsteht. Ach, Junge, das ist einfach nur krank. Der 6 Uhr aufstehen und was? Fahr mal einen Sonntag, Junge. Das ist einfach nur krank. Mir sage ich dazu nicht. Junge, ich... Ich find's schon krass, okay? Ich find's schon krass, wenn ich um... Keine Ahnung, 3 Uhr einschlafe und 11 Uhr aufstehe. Da bin ich schon richtig stolz drauf. Ja, wenn ich wieder einschlafe, dann krieg ich mich mit meiner Mutter wach. Alter, Vater. Die ist sogar laut als mein Wecker, wenn die nach oben rüllen, aber die steht ja trotzdem wieder auf. Ich schlaf irgendwie immer ein wieder. Ja, das ist ein Wunder. Ich hab vier Wecker. Meistens verpenne ich alle. Ich kann das nicht. Wie du verpenst alle? Das geht aber nicht. Geht gar nicht. Auch in der Schule, wenn Schule ist. Ich muss immer von irgendwem geweckt werden und verpenne dann fast immer die Schule. Weil ich einfach nicht aufstehe von Wecker. Ich bin schon in den Bus eingeschlafen. Ich glaub, die sind nicht laut genug, die Wecker. Ich hab ein schönes Geschenk gefunden. Guck mal. Das schönste Geschenk ist Rüstung. Oh ja, hier ist eine. Jetzt freu ich noch drei Rüstungen. Die ist aber nicht gekommen, das weiß ich doch schon. Ich freu ich noch drei Rüstungen. Wenn es nicht geben wird. Woher kriege ich jetzt Munition, denke? Ja. Craften. Hab nix dafür. Tolle Idee. Find ich gut. Erstmal gleich ne Mission, nach der hier, wenn wir die geschafft haben, ähm, eine andere spielen. In der Stadt, weil in den Städten, in den Sumpfgebieten, ne, da sind viel mehr drin. Rüstungsständer. Ich hab die Mission da, ich hab die Mission da first 2 fertig gemacht. Ja, aber hier gibt's auch Katakomben. Nee. Die ich gerade nicht finde. Also eins hab ich auch gefunden, aber das hat nicht gezählt. Doch. Ich hab hier schon mehrere gefunden in diesen Schlössern. Der Sumpfgebiet, die gibt's hier vielleicht auch. Ja, wir können ja dann auch Sumpf spielen. Nein. Ich hab ja nicht Nein gesagt. Doch hast du. Das ist eine Unterstellung. Nee. Eine Unterstellung, die sogar wahr ist. Dann wäre es keine Unterstellung, sondern ein Fakt. Oh mein Gott, ich bin dann befreundet. Ja, ich war mir bisher schon müde. Ja, wollte ich auch gerade fragen, wie kannst du jetzt schon müde rein? Ich werd nur irgendwie schnell müde. Aber im Schlafzimmer spielt eine Woche gut wieder auf. Hier ist schon wieder kein Kontakt. Äh, Junge. War ja am besten, ob ich krank bin. Ich stehe alles so früh auf, weil, für Fortnite, weil es doch mehr Spaß. Ach, richtig so, Junge. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Ich werde jetzt mal die Welt. Zuenden mit irgendwas, wo immer sein kann, ja, jo. Ich bin gefühlt nur so auf die Welt. Richtig so. manche davon haben mich gefragt dass die welt warum ich immer so oft bei youtuber dabei bin weil gefühlt ich bin ich bin mehr mit youtuber als als meinen freunden so dass die welt warum hast du das warum weil das die spielen wollen die wollen meistens immer nur in ihrem sturm schild austauern alles machen warum wird das langweilig zu machen waffen verschenken oder sonst unterfangen wurde jetzt gut jetzt irgendwie cool weil ich habe jetzt ich muss nur noch eine mission 3 heute noch fertig machen mit waffen verbessere und ach so ihr kommt auch wieder und noch level 40 werden dann bin ich fertig dann habe ich den 144 war vor ja meine zorn geht dieses unterfangen auch auf 144 unterfang season geht nicht wieder rein nicht mehr lange da kommt frost hat wieder ein ich öffne jeden scheiß bunker nirgendwo in der ersten version ich hatte mehr katakomben gefunden als ich überhaupt braucht so jetzt habe ich eingefunden wow wo ist das viel arschloch jetzt freue ich noch zwei rüstungen und ein katakomben aber nicht fertig so viel das dürfte ich gleich im sumpf finden was wenn ich das nicht finde ich habe die vertraut dann hast du wieder mein vertrauen das braucht sumpf sumpf brauche ich zum beispiel warum platzierst du die so ist nicht gut nee so höher desto mehr schaden egal wenn du die drei hoch platziert dann machen ja meistens maximales 3 aber ich hatte die immer auf 2 und nächstes mal weiß man das dann aber ich mache die one shot das gut dann wird die augen und machen timon ein moment einfach nicht roten fallen machen ein moment jetzt jetzt ein moment da jetzt machen weil ich habe da kann ich bedrücken ja da machen ja okay natürlich muss auch noch alles schnell ist irgendwie lustig zu nennen oder noch mal bodengefrieren gemacht aber schließt sie mal nehmen wir machen vieler schaden jetzt weiß 100 über 211 ja nicht 270er warum sind die vorguckt das auch angefangen wir haben vier mal ein bisschen was für maglern werden wir hatten zur gemacht mit 4 ja aber trotzdem plus plus aber hier ist auch bloß bloß mehr ist nur vier spieler in diesem vier spieler ist kein plus über mir geht alles in einer unter der leger ich kann einfach kein töten ich mache einfach kein schaden ich mache leo macht das schon so ich mache ich mache viel schaden ich kann nicht mal immer das ist man nicht auf mich nun hier stürmen und sogar sogar so hat dieses Dings hier die heißen war ja da sind was wohl in dem oder mit solch amelie sie machen weil ich hier muss nur zweimal verteidigen paar Minuten ja aber jetzt weil die machen die was ja aber läuft kann man rutsch ja aber mit dem bus minibus hat nun soll das verlassen immer land schon meine basis jung und am minibus kann nichts machen meine basis ja ich habe eiskönig war jetzt drei jungen ich habe eiskönig und ich habe 100 wann das ja auch im vierziger eiskönig auch ich habe es auch gemacht ne ich habe meinen helden wiederverwertet er ist gut 144 als normal der baller richtig ein junger ich brauche hilfe weiß dann mache ich dir auch so hoch und ich habe es gut vor dem ramirez hoch gemacht auf 136 erstmal weil dies auch sehr gut für msk auch mal dann scheiße versuchte ganz aber ich mache keinen schaden mit meinem scheißbogen nur auf schaden jungen pocket schaden auf dem bogen auch kriecher leider die wand in der runde ach so das unterfangen die wand habe ich jemand hier auf die wand ja dann war es junger wie kann die mal zu zerstören wir haben den müssen noch mal besser bauen wir bauen wie schlachtel ist das ist wasser und wir haben stein wir sind auch ja deswegen wir sind auch noch anfänger kann man nichts machen wenn wir die mission wieder verkacken hat man schwer kann machen wir sind überall die wände wieder auf mir hat wenn wir die mission letztlich schaffen na dann recht schlafen gehen junger pack auf den einen die wenn ich hier auch immer mal ein scheiß bogen macht auch kein schaden egal 80 kunden weil wir sind einfach manche jetzt haben es unsichtbar manchmal brauchen wir auch er bis nicht der einzige geschafft die erste welle junge die zweite ich habe ja ich habe die zweite von drei von allen seiten ja wenn jetzt einmal umrundet ich habe eine idee ich weiß nicht ob es aber aufgeht wir haben jetzt metal bisschen dann haben wir viel zeit und dann bauen wir so ein bisschen mit metall dann bauen wir die wände die er geplästet abgestellten aus metall wird schon was bringen wir machen die nicht so viel hat ich komme kurz im schloss momentan ist ich muss uns immer noch weiter gucken ich glaube ich sogar mehr fallen platzieren ja macht mal doch mal eine runde mit deckenreifen nur diesmal ein Zürcher ich krieg so viele Einladung Gruppen und die hochkontaktlich eingeladen ich gehe mal kurz auf Klo ein Moment und rief ich mal einer Eintracht ich bin kurz auf die einsteißen mit es ist scheiße unterwegs in die Hose das wäre es das ist wirklich ekelhaft Prozent so was was ja die Panthamilie viel Schaden bei den Nebelmontern gemacht also hier gibt es nicht so viel metallisches bei mir blöd ein paar sachen finde ich diese kleinen gegenstände die so ein bisschen viel ap haben kommunikationskisten abbauen ich habe es bringt nicht so viel wo ich immer so silberne sessel empfiehl warum gibt ein silber ich frage gar nicht was uns silber tisch oder so ein tisch aus silber der verholz gegeben muss man nicht kapieren so ich habe bis jetzt 400 mit zahlen ein paar wende ein bisschen ab dann kommt es zurück aber schon mal so mal erst mal vier wände weg wenn wir das jetzt schaffen das ist ja schon gut geschaffen und das ist schwer die müssen vorhin das schwerer an bevor es zwei verpackt nein mann dies viel schwerer und firma atlas irgendwie leichter als sie hier hat zum paus metal ausgesetzt okay kann es mir helfen wobei mein kp die wand ich weiß ja nicht was man starten oder ich weiß ja nicht so das ist das gucken ich hatte es einfach nein noch nicht warum hier so dass sie ein bisschen erst mal brauchen guck dass sie erstmal so ein bisschen brauchen lassen dass sie abgüllen wir würden schauen nein noch nicht kommen ja ja dass ich gebaut jetzt so was hier musst du bauen hallo ja jetzt mal das ganze ding hier abzugehen was hat sie noch alles bauen guck dir was übertreibst immer dann müssen sie durch wasser laufen da sind die viel langsamer können die viel besser abschießen da noch mal da ist es da meine basis du hast deine da wir haben den gleichen hellen gleich bringt das was hier ja dann laufen die nicht genau hier durch wahrscheinlich oder wenn oder wenn doch dann sind sie ausgebremst ich guck mal noch ich schaute jetzt mal selbst bestimmt gucken vier minuten und wenn sie jetzt nicht das machen wenn ihr es kaputt machen dann sind sie nur ausgebremst wir machen das kaputt werden aber ausgebremst kommt jetzt ich wollte ja immer nur lang einfach basis hier platziert um hätte ich los wollte ich gar nicht wieder hochdrehen ab welchen getötet und niemand kommt man das kaputt eine gute elektro und werfen muss jetzt regeln müsse um den oder es haben einmal bei mir er macht immer noch schnell kaputt egal er macht der macht den schaden daran wird damals einmal war dann ist sie sie hamburg macht keinen schaden ich habe den auf 116 wir machen jetzt voll gut denn mit auch groß offen er muss dann offen hier bei mir brauchen warum war da offen die exklusiv zombies warum brauchst du damit holz weiß ich vielleicht vielleicht nicht habe ich gehe rein nicht junge wer wird sich schaffen dann macht du das du bist besser als ich weil da kann ich gegen anbauen ich habe mein bohm macht keinen schaden die zermalmau und der andere war gar nicht da werden auf den anderen warten sollen wenn ihr wirst zermal mit kein wein bitte kein gebäude kein gebäudeblock auf mein gott wird noch den anderen warten sollen wir sind so dumm wir schaffen das nein man zwei minuten niemals ja noch war doch gar nicht da habt ihr einfach ohne mich gestartet ja jetzt kommen wir dachten wir du warst da aber du warst ja gar nicht da komm zu mir rein oder gesagt ich bin auf klo so sagte war es wieder da morgen deswegen aber ich habe ich hatte für die los aber irgendwer von euch ist drinnen und baut ne ja ausziehen jetzt ich brauche hier drinnen gebäudeblocker ich kann nichts platzieren ich brauche ich habe keine mits mehr ein herrn der es kommt rein kommt immer wie kannst du keine mits mehr haben bau doch mit holz oder so ich habe ja nichts mehr gar nichts mit deinem herrn ist Null Junge warum kannst du da nicht mal ich habe ja gefahren auch bei den Bordel ging das auf dem Bordel ging oder die eine Minute wir müssen jetzt einmal man ausspicken hier ist eine Wand offen eigentlich kann ich kann man nicht mal Mess haben Junge ja bei einem Miniboss und 14 Malmann ist es relativ schwer gegen der macht uns keinen schaden glaubt mir der will ich weiß dass man die was ja ich brauche einfach leo ich habe keine mits ab hätte ich ja wie kann man keine märkte haben Junge ich weiß dass ich gerade den miniboss versuche oder die die reinkommen oder die die reinkommen oder die die reinkommen ja mach ich ja die die reinkommen nix haben einmal egal meine ähm fallen regeln eh hier ich hab langsam auch keine mits mehr so Metall ist komplett leer und Holz ist auch fast leer Holz habe ich 95k ich verstehe das nicht Stein habe ich ja 1100 noch ich habe nur kein Stein und Metall aber wir schaffen das wir haben es geschafft ja aber trotzdem kann man kein Metall haben oder so ich meine kein Holz ich bin auf dem Bus ich bin auf dem Bus gleich bis auf einmal wieder unten ja aber die Mission ist trotzdem leichter als die andere finde ich obwohl das mal vier war das war ein 60 Unterschied das waren 60 Zombie Level ich verstehe nicht warum weil das ja auch mal vier nein wegen Plus Plus das Spiel anscheinend auch eine Rolle Plus Plus ist nun mal ist nun mal tödlich auch aber da gibt es ja weniger XP keine Ahnung was wir will was wir wissen dass Plus Plus schwerer ist als vier Spieler was wird auch wissen dass wir 4BP bekommen hm ich glaube Toast du musstest jetzt glaube ich 2 Level Up werden ich würde es machen ich würde es machen aber hier gibt es ja auch 2 Mal das Ding gleich das wir schon wieder aus die Uhr haben wir eigentlich das 2 mal gibt die ep die wir bei einer kur bekommen doppelt nur ja und ich habe jetzt bei 2 x 20k bekommen und so habe ich 18k 20k Junge hat sich gelohnt wenn du wenn du fähig bist dann gib mal guck mal ein Führer aber ich muss kurz oder noch den dicken bonus das junge 28k ja dann gib mal guck mal was ein Sumpf Mission ist also was davon Sumpf ist ne an das steht an dem mission immer dran weil was für ein ort ist zum beispiel vor vorort oder vorstadt oder so bei mir muss da Sumpf stehen als mein auftrag ist mhm also gib mal kurz guck mal für euch guck mal was da wo wir zweimal ab atlas gemacht haben das ist Sumpf also steht da Sumpf da mach mal ähm mach irgendeine Sumpf Mission rein die 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 zweimal atlas ich kann ja auch gehen dann kannst du gucken oh die wie wir gemacht haben das steht Sumpf boah ich bin 38 boah ich bin fast so hoch wie du ähm ich hab auch noch 6 Schweber für Waffenbebesserer guck bald der Sumpf Lagerzerstand mit zweimal atlas oder aber 140 guck mal nach 140 weil dann kann ich direkt einen auftrag mitmachen das ist ja zweimal atlas und die ist auch easy die machen wir in halbschlaf auf Maximum zweimal atlas besichert sie das schaffen ja auf Maximum zwei müssen Konstrukteur mitnehmen dann ist easy ich nehm auf jeden Fall mit und einen anderen noch ja am besten ja am besten weil ich grad sagen soll ich machbar den Dingsmann den Eiskönig und dann gut ähm gut der anderen noch die ähm Gebäude ähm Heilung und so Gebäudekondition das muss halt da rein machen ich nehm Banner und ähm ähm Adrenal Adrenal Astri irgendwas Adrenalstoß irgendwas da also ich nehm immer Banner und die zwei ähm Drohnen immer obwohl ich glaub als Drohnen nämlich lieber Dings mit Mann ne ich nehm keine Banner Zeitverzehrung oder so es wäre nicht auch ganz gut oder du das ich nehm ich nehm äh ich nehm äh ich nehm Dings Adri und äh Drohne soll ich drohne damit belebe ich damit belebe ich euch wieder und drohnen damit kehre ich die die grad irgendwo sind die wo soll ich denn drohne Zeitverzehrung mitnehmen Banner habe ich jetzt schon achso Zeitverzerrung macht sie ziemlich langsamer erst besser oder Zeitverzerrung habe machst du das ja aber nämlich aber ich habe eigentlich immer drohen egal dann nämlich Zeitverzerrung da habe ich bei anderen Zeitverzerrung Zeitverzerrung Easy so und jetzt muss ich Gartenswerge suchen die Zwergenarmee mach doch einfach mal Xenernbogen durch Weißaballon nein ich habe kein Xenernbogen erstens ich muss die abbauen ich habe einen Xenernbogen 140 gibt es ja 140 ja oder 44 140er zum wir machen nicht Schwierigkeit hoch das klappt wir machen ja maximal das weiß ich schon ne es ist 140 schon es ist nur Atlas habe ich Angst vor vor Atlas ich finde Atlas ist wirklich easy das bock doch voll ich habe jetzt auch wieder ich kann das auch paar verkacken dann wird es nicht mehr nur ich hoffe jetzt kurz hier ein paar fallen schon mal ich habe bis jetzt noch keine Rüstung gefunden aber ich weiß das doch in der Stadt sollte es doch so ein Laden geben so ich muss das bei den Häusern sind auch manchmal in so reichen Häusern sind auch manchmal die Sonne das ist wirklich so aber wüsste ich jetzt ob der Xenernbogen die One hittet könnte ich einfach mit Xenernbogen wieder durchpellen aber ich weiß nicht ob er die One hittet nein 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 demnir hat jetzt nur ein HP glaub mir weil ich musste die mit der Spitzaktur hütten oder sogar zu hütten wozu höll ist die Sache war für die Gartenzwerge die sind recht gut versteckt deswegen sage ich ja einfach er wird mir angezeigt wenn jetzt unter jüdisch ist wenn jetzt unter jüdisch ist dann ist was los ok eine Rüstung habe ich jetzt wird mir noch eine kann ich mal mit 10 Oxtpunkten durch die Wände schießen nö kann ich machen bei mir am besten hier so alles kaputt schießen jetzt gehe ich aber ich habe schon eine Rüstung zuerst nice jetzt zur Seite dann müsste eigentlich hier sein der Gartenzwerg irgendwo ist er irgendwo ist ein Gartenzwerg dann kommt was sind das für zombies 140er nein nein der Moment meine ich äh Natur äh äh soll man jetzt mit Steinborn ich hab's noch wieder vergessen die Mission müssen wir zweimal machen weil dann kriegt dann kannst du noch mal deine Rüstung in der Farm und ich kann meine Gartenzwerge noch mal formen dann sind wir beide fertig mit der Mission ich habe Rüstung schon fertig ich brauche nur noch Dings so ich habe meine Gartenzwerge oder nicht Katakomben brauche ich noch aber hier gibt es keine Katakomben Katakomben Katakomben? ja Katakomben gibt es hier nicht das heißt die Mission bringt mir gar nicht noch XP bringt die ich meine von den Aufträgen XP ist erklärt aber die haben wir doch schon mal gespielt die bringen gar nicht mehr so viel aber ja haben wir nicht gespielt doch na klar also ich mit ihnen ich nicht ich nicht auf Maximum bringt die schon was Boosten ist richtig hoch jungen auf Maximum bringt die glaube ich so 26k mindestens ich kurz nochmal für 5 Minuten weg die Küche auf weil ich habe das vergessen ich hätte das früher machen müssen bist du kurz Frau? Super Unicom ist noch online so doof wer und wer sind wollen Unicom hm ne weissgottet wirst du mich ersetzen? ne wenn ein Gastin ne ich bin ja eh weg der die er kann ja eine Runde rein Unicom Herr warum bist du weg? ja ich bin auch kurz zu 5 Minuten weg Küche auf 5 Minuten dann bist du schon wieder da du machst die Mission noch mit hier oder nicht oder? ja die hier mache ich jetzt noch mit und die nächste da könnt ihr wen anderes einladen warum? weil ich Küche aufräumen muss wollen wir aber nicht ich habe es alleine weiter spielen ne hallo ich muss nur Küche aufräumen eine Runde aufräumen 5 bis 10 Minuten ja du kannst doch jetzt machen ach so soll ich jetzt machen verstaunt ok warte ich brauche mich kurz ein und drehe ich die ganze Zeit mit Jumppad ich kann mich nicht ganz weit drehen ich habe kein Control oder immer ohne Kondokons nicht so und spielen naja irgendwie Automaten kurz bauen ich fahre ich kann jetzt kann Jumppad machen nämlich dabei ich habe keine wegen letzten Mission dann bis gleich noch und wir sind Katakomben ist ja gerade weg ne? junger als die Küche aufräumen aber so habe ich nie gehört weil wir sind da Katakomben ne? hat er jetzt Pech ja ich glaube aber er wird eh gekickt glaub ich auch ja bei in äh privaten Missionen und das funktioniert in solchen Missionen nicht nur in öffentlichen kennst du Nachtcreme? Nachtcreme ich glaube nicht nein der ist auch so ein Bogen ist ja gut äh nein der ist scheiße warum? das ist so ein schwarzer Bogen also ich weiß nicht ob das scheiße ist aber das ist eine von den Metallwaffen ne? ja ich glaube schon die ziehen die meisten davon ziehen HP ab beim schießen was ist der Müll? beim Nachladen aber der macht mehr Schaden als der ähm zehn umbogen beim benutzen wenn er mehr Schaden macht das ist halt nur auf Feuer das sind Naturzombies würde helfen ein bisschen ich versuche mal ich ich finde Energie einfach am besten soll ich stein oder holz fahren? hmmm weiß ich nicht mal stein oder so was zweimal Atlas ist easy es geht es kommt auch an wie man es spielt allgemein Atlas finde ich leicht und das so nervig solo ich fahre ich schaffe das nie so ich habe spiele ich das auch nie so weil ich schaffe das sonst nicht weil ich keine fallen skizzare keine vernünftigen keine Metz und das zu craften hm ich hab ich hab noch nie fallen skizzen gab das ist meine einzige hier ich hab 144 ich hab auch mal langsam hochlevel die fallen skizzen ich hab schon eine auf 142 ich mach jetzt jeder auf 144 hm nächster fangst hier so ich mit einer anderen fallen skizzen wie viele äh feinverwässer bekommen man vier stück ich weiß gar nicht genau ich hab mir mitgezahlt also müsste man eigentlich ich hab eigentlich schon so nah ich brauch noch zwei der vielleicht die nächsten waffen verbessern ja ich bekomme noch drei stück mhm ein jetzt mit der 40 50 und einer von aufträgen wie viel blutlo braucht man eigentlich für max 10 moment ich weiß es gar nicht ich gucke es wo ich gucke es beim ersten April erst ab geht einem blutlo hatte ich gucke sie viel das mehr macht der zweite warum man zwei und dritten braucht man nach zwei kamer lohnt sich noch macht der erste warum man zwei heute insgesamt sechs ab quälts ja dann sind ja wieder 290 ja na klar wir brauchen dass man vdxp also ihr baute ich sind ja die sind dann so hoch wie davor die nicht so die wir nicht geschafft haben aber guck mal ich könnte schon mit kevin mit meinem blitz level 99 das ist auch so wir brauchen 15 blutlo ungefähr ich brauche nur noch ein level dann kann ich schon 100 nimmer an ihren langen der nächstes an der jason herrlich schaffen nur jetzt mit den auras können noch die letzte version ist am besten die neuesten die neuesten die schon geil glaube ich nehme die auch gleich die beste also die äh die letzte die neueste version so gesagt ist finde ich die beste mhm die schon mal ist bei gelb halt durch den farbtömen das passt halt ja über den du hast das der ist schon alter stil und kann sich nennen an sich ja also ich brauche noch einen blut guck für hier sei wie ich schon gesagt habe man 15 blutlo brauchen wir für maximum ich finde auch den sie jetzt an ob der schon geil hast du geheiratet ne na klar mal kurz an den lachs guckers hammer max es war noch eine siebziger zombies junger sie von nahen kannst du nicht killen das weiß du aber schon jetzt sind sie 211 nummer an da ja dann doch auch hier ist in der mann da ja sie macht ja sie machen gab du stirbst der wird direkt nach der runde gekickt nochmal da kommt er raus wollte andere muss mitmachen jetzt macht doch mal bereits der andere ist ja ehm ich mache eh ähm und da fangen morgen kannst du eine leiste machen also morgens um 6 Uhr kannst du ja aufstehen du willst eine leiste machen und dann können wir unterfangen Kevin ach Junge steh ich um 10 oder so auf stehst du auch 6 auf nein Mann sonntag wozu so früh aufstehen ich finde es angenehm so früh aufzustehen ja bist du blöd am sonntag Junge ich bin ich mag keine wärme ich mag mehr kälte so jetzt überlegt ob ich krank bin nein wieso jeder will ich hasse ich hasse wärme ich sehe den namen über den nicht kalt wie kalt denn ungefähr wie also wie grad ich mag es glaube ich so minus 1 grad ach ja man glaubt sie haben wir eine scheiße mag ich es so gerne wo ist mal die karte hier ein ich hab kein Metall ich hab kein Metall wir haben noch Metallfarben und so wir haben doch mal richtig hier ich hab ja die ganze Zeit Junge du musst entdecken nimm entdecker mit oder immer das Paket was auch trocken kam da bin fertig dann kann man so los sein ich mach bei B mein ehm links hin wo ist das dass ich nie im Decker spiele abbaustein mit teilen das ist besser wegen ich spiel gerne Konstrukteur und Soldat ja du kannst ja trotzdem wenn du bei einem Neuversorgung oder so machst ähm links mitnehmen ich hab kein Metall ist das Problem dann spielen wir jetzt dann spielen wir nächste Runde Neuversorgung eine Low-Level-Emission also nicht Solo also ich meine die höchste Versorgungspaket da bekommt man ja mal ein Metall heraus ich bin Neuversorgung 95er gleich aber die Süßes den Namen über den ich siehst du meinen Namen über mir aber das ehrlich mal mache ich war auch mal ich muss eigentlich auch mal ein bisschen wieder eine steinlose Farben dann mache ich sie dann namen King namen King Leo bei dir wird mein Name nicht bei dir mit deinen Namen nicht angezeigt warum weiß ich nicht das ist nur ein Bug ey Toast kennst du auch diesen Bug wo die Spielernamen nicht angezeigt werden bei dir also von einem Spieler ja ich habe den mangeladen das ist das ganz oft so ja mhm Toast pro sehe ich aber nicht aber nicht ähm Timo mhm zu Kopfmetall ey und weil ich was besonderes bin er ist ja auch so was nicht hier unten ist eine grotte grotte komm mit nein nein das tut nicht ich war hier doch grad unten nein ganz ganz unten sind hier neben weiter hinten sind hier ganz viele ganz viele gräber hier ja was bringen wir gräber grotte wir gehen da lang noch was für grotte ich muss katakompen es ist so ne katakompen ey wir brauchen katakompen nicht grotten wirst du hr jetzt ihr hört sich kurz na ja sie könnte er mit kathol der abgeräten kurz die abkommen wird ich hab 4 metall ich hab ich hab noch STEIN hier mach mal eine basis ist ja hin hier hast du abgewählten junge wer baut hier mit metall wenn man kein metall zum abgewählten hat ja ich habe ja ich habe überhaupt nicht gebaut ich habe ich habe nur mit metall gebaut und mehr weil ich ich hatte ich hatte genuss im abkühlen hat ja ein bisschen ich hatte ein bisschen ja wenn ich abkühlen kannst dann bau doch ein ein bisschen zahlen ist glaube ich wahrscheinlich verkacken wir wieder mission kann nichts dafür ich habe wirklich was dafür du brauchst hier einfach du brauchst das eine wurde gar nicht geteilt haben wir hier nur gebaut weil ich wusste ich habe genug aus dem haupt gewählen oh hier ist mit rein warum krieg aus dem gitter stäben stein metall gitter stäben keine ahnung ist halt so wochen liefen man diese gitter stäbe ab 245er zombies wir haben auf maxim gemacht na es war doch ein sehr sicher wie sollen wir das schaffen muss leo fragen was eine idee das war nicht nur etwas da ist und eine idee lügner eine idee wenn man das so krank lügner nicht so ich habe ich davon gesagt du hast nicht und du hast gemacht nein mann ihr wollt ihr wollt ist das richtig so meinst du so meinst du hundert potenziell halten weil von hier die zombies kommen also mir auch also wieder nichts er war doch das gar nicht diese richte alt angehörten richte abgehoben war die rentnerin ja auf youtube hat hat eine rentnerin des streams die war richtig abgehoben ich stehe auf abgehobene rentner ich habe ganz entgegen gespammt dann würde ich geteilt oder nicht gebannt oder geteilt wenn man nicht dass die teilen ob ich dann gebund ich gucke soll mit der ob die jungen und abfall mit der spielte aber wo er die letzten jahre ja mal schauen wir schaffen wir noch gar nicht genug fallen dann nicht mal irgendwann nicht mal das ding ist abgequält das metall hier also die sturm richtung erinnern sich auch weil ich müsse das klappen der bodengefriere werden auch noch wichtig ich habe keine mehr an der anzummi macht 64.000 schlag der mit schlag wie soll ich das überleben überlebst du das eine bogen ist richtig dreck wenn du eine bogen nicht gekauft hat 127 mit der richter mal junge alles kristall shirt 245 mann wer hat diese kranke idee du ja 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 mal viele zombies bei mir junges bei uns geht es eine idee deswegen leo alles wegen die alles wegen dir er wollte es wieder du brauchst nicht immer übertreiben mit dem bezieher du darfst uns nicht überschätzen wir kommen doch jetzt einmal mal so leckerlich und genau jetzt auch ein zermalmer das sind nur zwei atlassehungen das ist eigentlich easy alles easy merkt man ja wir hätten doch ein paar mehr fallen platzieren sollen aber ich kann eh nichts verkraften ich habe keine effiziente dann hätten wir nicht verbessern dürfen also schwerer machen dürfen ich hab's ja gesorgt ja ich war gar nicht da alles ist alles wegen alles hingest du mir die einen hat hier direkt schon durch alles wegen tost alles wegen tost man richtig zermalmer nicht mehr darum na egal was ich mache die zermalmer sterben ich kann nix machen man ich richte mich da auch nicht zermalmer da werden junge wer sie jetzt die mission schon wieder nicht können wir mal eine spielen ohne schwerer zu machen damit wir die auch stock sein mal wieder aber was für die zählt nicht denn die mission zählen ist das muss eine erfolgreiche mission sein wir müssen jetzt schaffen welcher hat das wird angegriffen deiner warum wird angegriffen wenn es am einmal drin ist so hoffen irgendwo aber ich hab keine ahnung wo ich wollte der ist jetzt rausgegangen in der ecke muss gucken ich hab mir gar keinen bock mehr mehr und ich helfe dir ich hab mir gar nicht mehr machen dann besonders heißt sie ist ein exemplar dieser zermalmer schießt sie noch an alle ich mache so keinen schaden weil ich hab nur so einen wohnen so einen bogen junge der nicht mal schaden macht junge jeder sagt zehnhocks bogen ist so krank junge ich hab alle keine ahnung wenn du richtig bist junger zehnhocks bogen ist der schlechteste bogen junge deswegen frage ich mich warum die leute alle sagen dass der bogen so krank ist junge wo der macht nicht mal schaden da und zum einmal und gleich kommt der nächste sofort ist Anna platziert nein doch guck mal jetzt geht's doch wieder wenn keine zwei mal da sind geht das ja auch weil die zwei mal machen einfach alles für schlimmer da pariert mal als ich hab keine metz ich hab auch kein metall mehr ich hab gar nichts mehr ja da musst du mal farmen ja nur mal farme richtig jetzt kann ich das zu dir sagen wir brauchen die händen hilfe bei a also ich warum bei a ja weil a viele zombies vielleicht sind warum fragst du warum fragst du warum komm doch einfach nil nur helft doch einfach leo mach ich doch du hast doch oh ha du bist einfach mal ich kämpfe doch hier wir sind alle down um es soll ja nicht wollen die jahre kurz kurz die Klappe er er macht den Kopf kaputt doch mehr ich bin aber einer großen Köln für die Kälte hat die Kälte es sei nicht wenn man keine Banner platzieren du hast Banner du hast Banner ich dachte ihr habt auch nein ich wollte er in den aufbauern für miniboss mir was so etwas ja nachdem man war auf mir was ein boss platziert dass er direkt da unis ich wollte es mal ausprobieren weil da macht er mir nicht viel schaden der erding ist der banner als wenn er bei 205 jetzt sind da und es geht einfach zum sturmkönig gemacht das ich glaube dass sie die leute verarschen aber ehrlich man man wird immer noch verarscht das sind die leute erzählen ehemann nur die schien die alles nicht ja wie leo und bei ihm stimmt auch alles nicht man sagt ja wir schaffen das aber schaffen habe ich gar nicht gesagt bei bs der mini erst beruhigte ich mal hier mal wir schaffen das das hier nochmal zeitversorgung einigen jahren mal verrecken das hier ist langweilung baut einfach ein bisschen gegen das gut mann muss gerade eine waffe suchen aber elektronischen bogen aber ihr habt ja keine mehr zum gegenbauen was soll man aber ich habe wirklich keine märz ich habe mich bei mir braucht gar keine märz die machen das die machen gar nicht aber warum kommt ihr denn nicht mal ein bisschen bei einem neuen versorgen oder so ich hatte doch heute vor schon einmal weil ich schnell drüge sein möchte man muss immer wohl wohl haben ich kann leider nicht immer früh sein wenn ich andere missionen außer neu versorgen spiele ich habe heute mit der vier mission machen weil ich immer viel machen will zählt das halt nicht also dann war ich alles oder die schattel ich habe schon ein holz fast bei b auf ja kann man dausen kriegen das nicht schnell genug kaputt mach einfach b noch aber dagegen war b denn es ist sie ich habe auch ich habe nur noch ich habe fünf kam heute heute bringt halt nix im frischen zermalma drin ist was bringt holz ey wir haben es echt geschafft ja jung ist auch easy war doch klar dass wir letztes thema von wir hätten in der letzten sekunde verkackt halt auch schlau ja dann wird ich sofort alter vier drängen aber ohne vier links wird aufgehen Timon wird einfach aufgehen den wird fifa zocken seinen tisch weiter durchfressen der oben rechts steht 140 normal ja ja das war nur 140 normal normal noch eine normale mission ganz normaler alltag auch für steinwaldspieler der war ja auf max abgequältet naja wenigstens mal eine mission geschafft nach ein paar stunden leider schon ey wo ist jetzt mein handy schon wieder ich hab das schon wieder verloren oder hatte ich das gerade überhaupt ich weiß gar nicht ich bin noch so jung und hab alzheimer 18k und 8k jungen was der bonus 8k jungen das stand 10 normal der andere doch recht man brauchen nicht m4 plus plus machen also machen wir 10k jungen also machen wir ab jetzt nur noch 4 na 4 plus dann einmal nur 4 plus plus dann lohnt sich dann nicht dann machen wir jetzt einmal nehmt alle entdeckert set-up das ist der richtige verarsche das ist ja immer das schon 10k bonus hätte ich jetzt nicht gedacht das verarsches ein moment ich mache kurz meine falle 144 falle oh mein gott endlich mein gott ich hab halt ich hab halt nur 144 waffe ich auch meine ist auf 142 die zorn meine wird schneller level ab sein ich bin gerade 36 für drei tage geht das ist gut erst doch dass sie machen 49er ich brauche netzes erst mal man ja aber die beste neuversorgung die am höchsten ist warte kurz weil da können wir nebenbei auch noch aufträge machen also ich zumindest sieht keine höhere also was ist die höchste 94 nein hier 108 er macht 108 108 ist gut da bekommen wir aber nicht so viel ep ist das ist egal man 108 ich hab schon gemacht mal 8 ist fantastisch da kann ich nämlich die mission machen wo ich mit nahkampfwaffen töten muss er um mit timo und gott er kommt wenn wir das an ist die und kippen die schuldigen die berühmte okay er hat mir gesagt hatte gerade okay gesagt ok rPartner r r r r r r r r ok der warte schon seit einer stunde warte ist doch privat er kann auch bei den jünger einfach vergessen es doch privat er kann auch beitreten unicorn hallo alter dieser dieser fossilien irgendwas den ich habe so und sie der ist voll gut beim farm wolltest du noch mitspielen habt ihr den auch erlass noch mal rausquitten man nein lass auch ihn kicken wenn ihn einladen zu privat ist privat weil da warte ich heute ich lange ja mach ich gehe jetzt in der jungen der schon paar runden mitgespielt mehr als ein paar wer war unicorn noch mal hat er geredet nein man redet das war der mit dem unicorn der geführt keiner redet bei dir oder ich weiß nicht warum der junge der kann nicht beitreten mal ist hoch dem mission das noch mal rausgehen nein der ist doch ich glaube da kann ich beitreten oder doch ein schönes wenn der lobby ist dann kann auch beitreten manche level 1 ja aber ist egal weil es auf privates unicom also beitreten ja er ist doch drinnen die ap anzahl wird angezeigt ja erst in der runde oder warte schon so lange in der einmal vergessen ja ich habe mal bei einem msk carry drei stunden gewartet und manchmal drei monate ich vergessen wurde drei monate lecker bis dahin hätte ich ganz hätte ich ein wort gefühlt msk könnte ich alleine machen aber ich könnte auch gut mit dieser fossilen sound die ist eigentlich voll gut ich bin unter der map gebackt und das rauskommt da kann ich beitreten man hier aus in gruppe bleiben ne er hat auch rufen verlassen ach digga da macht du in gruppe bleiben wir laden ihn ein ok wenn er dich ach so ein bisschen auf seiner jungen haben gruppen bleiben machen so unicom wenn du wenn du du hast mich ja gibt mir gleich guckmann führer ja also mir ich mache mir die mission rein von gerade so spiel soll gibt mir jetzt guckmann führer unicom perfekt timon machst du spielen anstatt aussetzen und tust auch ok so ist jemand von euch im battle royale gegangen weil bei mir steht bei der namen bereits steht da unter dem namen so zur base neuversorgung ich war schon das ganze shop her gekauft der ganz anderes gefühl das erste mal epische skitzen mark auf nur gucken was ist vielleicht leben ist ja hoch auf legendär juni kann man einmal zurückgezogen nachricht bestimmt wollte er ein bisschen ausgerastet weil so lange warten musste aber es auch nicht stimmen würde ich verstehen ja du kommst jetzt auch nicht frau oder mann was man ob unicom jung oder mädchen ist helikopter ist ein helikopter geschlecht helikopter aber wenn ich möchte das muss nicht beantworten alles gut und wer bist du denn juni korn jetzt auch noch eine frage du willst sie klären ne was laberst du jungen ich weiß doch ich weiß doch ich weiß doch wie du bist ich kenn dich ne warte ich kenn dich nicht doch ich kenn dich ok was ist dein lieblingsessen was was ist dein lieblingsessen spaghetti stimmt das ich habe nicht eine pizza doch pizza muss stimmen ich bin wahrscheinlich der einzige junge der nicht so gerne pizza ist ich liebe pizza wird doch schon gehalten ich gehe es auch so krabbenpizza oder so diesgeist mit so pizza mit eis der schritt war oder dönerpizza ich hab mein urlaub so nutella pizza auch probiert war ekelhaft die vorratskissen jetzt schon eigentlich was fertig die war so ekelhaft ist einfach nur weiß nicht der pizzateig nutella drauf klasse ich löffel nutella das einzige was ich mit nutella esse ist quark nutella tost genau auf montessai beide seiten mit mit quark dazwischen nutella aber nicht so viel mal der benutzt auf frischkäse oder nicht nein quark ja du kennst doch die auch auch von montemonte ist nur noch quark ist er ist eins mit dem quark wenn der man nicht quark ist krank war früher hat er das mit frischkäse gemacht jetzt macht das mit quark weil das glaube ich vegan ist das jetzt auch veganer oder so der hat sich spaghetti bolognese bestellt in unserem restaurant auf im live und hat dann gefragt ob der fleisch drin ist haben die ja gesagt da hat er eine neue bekommen er ist kein fleisch mehr der auch keine tierprodukte generell glaube ich war ich schon seit ich hab dann probiert quark nutella ist schon lecker ist auch keine worte faktiker ich hatte gerade was weiß ich was das ist sogar aber kommt so ein spiel war hinter mir im bildschirm einfach auf und sagte was muss ich jetzt noch mache ich was fein damit okay ich muss erzählen mir noch mal gefallen tun doch mal mit 10 noch mal mit 10 auf das bogen wir das gleiche haus schießen damit womit du eben auch geschossen hast mit 10 ich hab keine ahnung gleich geschossen habe ich bei letzt einfach noch mal überall einfach hin bei mir hier mal bist du bei mir das ist dabei auch vorhin ein also ich sehe deinen namen nicht ich mache einfach hören die richter also darum noch der fleck auch habe ich schon bekommen ganz schön ja auch wenn du gar nichts gemacht hast auch wenn die trimmis das waren scheiß drauf was ende hey warum ist immer so eine große starbte ja ich hab ich brauche noch zwei garten zwerge ich muss das lager jetzt mal ganz kurz alleine machen hey etwa lüftung start aus holz btf noch nie gesehen und ich kann gehört sieht nice aus ja von ich hatte noch die aufträge mit dem wolf helden so voll easy irgendjemand hat ihn noch nicht ich dürfte die eigentlich haben ja doch ich habe ja diesen wolfs wolf helden hat dann hat unikon nicht dann wird gerade das ist eine in grauern zeit von diesem auftreten und ich habe noch nicht hatte gerade geschehen egal weil das ist so traurig ich habe hier der waffe wiederverwertet in 15 ich mag joghurt was in jürgen magst du gerne unikon hack normaler naturjoghurt ist der beste kann man sagen was man will bisschen honig rein und gibt nur holig anja wo bist du ein geborene ja nicht so geil schmeckt doch gut ich hasse honig ich hasse ich was ich echt mag geht aus wie was geht es ist einfach so ein brot mit honig einfach so weil ich es kann bin ich der einzige der keine epic games account hat aber nicht ja der ist auch nur für pc ich habe über ein ding untergeladen über einfach nur über den xbox store ja nur auf pc epic games launcher den hat nicht direkt jeder doch ich brauche noch ein lager und ich brauche ein gartenzwerg kriegen wir wobei das nicht kann man jemand sich alle häuser schießen wenn ich nicht zeit habe kann ich das machen wozu hölle sind die scheiß gartenzwerge vor allem die gartenzwerge sind so gut versteckt ne ich sehe auch keine ausrufezeichen ja ja da ist wirklich du musst wirklich erst im gebäude sein um die fragezeichen ausrufezeichen zu sehen nein ich gehe mal an das gebäude ganz nah so nah wie möglich drumherum und dann und dann bei euch hat da auch das fragezeichen ist oder richtig nur so haut hat er muss der platziert der war der war fast unter der map der gartenzwerg hatte die auch schon mal ein gartenzwerg der fasst unter der map war ja ich glaube schon keine ahnung meiner wand war unter der map fast ich habe nur diesen router gesehen das geht munition habe ich jetzt erstmal ausreichend bin ich jetzt voll und ich habe ganz viele mädchen bekommen wollen wir fällen müssen wir müssen ja noch ganz viel machen aber ja stimmt auch bitte schnell das zählt meiner uns zählt das alles wieder nicht was ich gemacht habe timon ich dachte ich dachte wir haben das im griff kann es dann ist auch einmal so abkacken komm schon schnell ach ja noch drei minuten das kriegen wir hin aber es wird trotzdem unnötig knapp wir hätten das schon von einer stunde machen können gefühlt ich frage mich weil es gibt ja in brutale so kleine tercrum die schaden machen ja automatisch bohren wo auch manchmal so ein dinosaurier drin ist aber hier ist ja überall aber macht man halt nur schaden das kapiere ich halt nicht ich muss jetzt in den hex was excel waren hier ach was bin ich dumm dass das schleudern ist das unterfangen und krankenschwester ja ich habe das ist die schwerste aufgabe ja die habe ich schon knapp fertig mir fehlen nur noch vier schleudere und drei krankenschwester schulder müssen wir eine evakuieren schutzpunkt kann man sich ja eh spielen evakuieren schutzpunkt kann man sich ja eh spielen welches blitz es gibt nur einen momentan das ist eine 100 was war das was wir gespielt haben 100 ich glaube 8 oder 124 124 spieler glaube ich war das ich muss völlige höhen eliminieren immer noch ich habe 56 von 100 da sind hexen bei mir ja die muss ich ja nicht töten ich muss diese krankenschwestern töten ach so krankenschwester aber das ist doch krankenschwester der darf doch nicht killen medic das ist mir relativ egal ich kann schon gedanken lesen bin ich der einzige diesen punch hat wo man auf dem boden so box ne entdecker von mir hat genau obwohl nicht immer wieder sei es mische stoß leistungsverspruch jetzt hat unser einzigster ja weil ich glaube ich meine wiederverwaltung ja das ich habe diesen irgendwo ich habe diesen sautier ich weiß nicht wie der heißt richtig timon du hast doch mein helden nicht gerade habe ne wie heißt er noch mal keine ahnung und was mit sautier ne irgendwie so wo ich habe jetzt schon wieder ein kaum dings ähm stein ja ich habe jetzt mehr holze als stein weil ich mehr bäume abgebaut habe weniger fels ich habe felsen alles abgebaut morin jeremy ja was geht jeremy face wie viele mission dürfen die mit zocken immer jeremy face in dem livestream von links äh von äh den Namen vergessen schon wieder kann ich auch sprechen äh möchtest du unterfangen mit zocken äh wenn dann zocken wir noch ein zwei mit jeremy pascal jeremy pascal und dann komm kannst du dran kommen ach das war unicorn jetzt soll ich den skin sehr erinnere ich mich ich weiß ich weiß ja unikon ist warum weißt du das weil der war schon baut uns in der lobby dritte schon oft und schon lange ja brauchst du mehr drucken gräber ich meine nur damit dass ich mich noch hatte an den erinnern dann kann man den braucht der ähm braucht der drucken gräber ne ne das drucken wir als skizze poletti ne ich brauche das auch nicht zwei skizzen zu haben ist hier nicht mal cool also wenn ich verschenken möchte kann auch bei leistungs reingehen die da auch waffen verschenken ne ja und dann kann er doch spenden äh oh nein entdecke katakomben in einer 108er mission was ein katakomben ja da wo diese bunker sind halt hast du ja bunker diese bunker türen diese steinklappen oh ne ey boah wo sind die wo sind die ich muss echt bunker evakuieren hier zu spielen ey wo sind diese wo sind die immer in welchen ihren sumpf sie sind nein in dieser mission wo wir gespielt haben äh war das war das reit auf dem blitz ja ne nein davor noch die mission da habe ich die ganze sache gefunden ähm fang den sturm ja ja aber schwimmen jetzt glaube ich nicht noch noch das ist spuk und er ist spukwalt 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 nicht spukwalt 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 ender bis zu 18 deutsch sumpf 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 können wir die hier machen 124 der datenbeschaffung spukwalt 124 der datenbeschaffung spukwalt haben wir aus ja kannst du auch werfer können äh timo hm bist du weiter für ja ok miniboss ist da kurze reichweite der waffen ich bin fast level 139 dann noch 40 und habe ich das game fast durchgespielt was er durchgespielt man sag ein bisschen gar nichts dazu ich habe es durchgespielt ende nein mal hast du nicht doch habe ich nein junge weißt du wieviel du hier noch erspielen kannst man kollen man kann das hier gar nicht durchspielen kann man auch wenn ich 100 144er waffen habe dann kann ich mit dem mitkennen die leute aber so interessiert mich dann nicht mehr du kannst fort nicht durchspielen rette die welt einfach wegen jedes neue unterfangen kann man nicht weil jedes mal kommt auch neues unterfangen aber man hat es halt für eine kurze zeit durchgespielt nein eigentlich nicht ne weil dein level geht immer noch weiter ja dir wird zwar maximales angezeigt aber man kann auf so ein fortnight tracker nachschauen wieviel du extra level hast es gibt mehr als 310 level es gibt mehr als 800 irgendwas level deswegen bei mir steht 310 maximum Junge hast du mir grad nicht zugehört was denn unikon holt ja ruhig die m2 des gäste von ähm toten gräber ich hab mir die auch geholt ich will jetzt mich ein soldat gibt es welche im chat die msk brauchen ich habe keine bauern was kamen warum fragt msk ist ein teil was für eine mission ist das was 100 4 datenbeschaffung 124 auch noch ein versatz vom schweber sind physische zombies oder ich weiß nicht auf friedhofen ist das doch immer oder krankenschwester schleuder und ich muss ja nur sammeln das wäre cool wenn er sagt ja sind die sachen bei gräbern keine ahnung ich habe die einfach irgendwo gefunden bei wie keine ahnung bei diesen schlössern da bei diesen schwarzen schlössern du hast mir doch auch nicht geholfen warum sollte ich dir denn jetzt helfen bei der war eigentlich einmal toten gräber reicht auch einem unicorn man braucht das nicht so oft was denn du musst mir helfen du musst viermal diese mission hier zocken wenn man viel gold hat dann ist ähm dann kauft man das halt einfach ich habe es einfach gekauft weil ich kann es halt ich habe ja also ich habe ja auch genug gold ne man kauft das nicht ich brauche das gold halt für nichts anderes eigentlich so mit was bauen wir stein würde ich sagen wo sind die katakomben ja ich hab noch keins gefunden du hast noch null katakomben gefunden ah ich hab's du hast wohl besser verteidigungslinien um den landeplatz des ballons zu errichten hä ich denke wir machen am dings man zerstör die lager nein das ist datenbeschaffung aber ich glaube die haben wir noch gar nicht gespielt das heißt die bringt auch nochmal haben wir auch nicht hässiger was ein katakomben zur hölle naja guck youtube tutorial oder so du musst halt diese bunkertürn öffnen manchmal ist halt gar nichts manchmal ist da so ein ruinen gang wenn ein ruinen gang nach unten ist ist es ein katakom aber findet keine videos darüber ich hab auch noch geguckt da gibt's keine videos von ja dann ich hab's dir erklärt aber das ist auch wahrscheinlich ich hab's auch schon fertig das war easy ja ja ich habe ich habe eins davon gefunden aber das ist nichts drin also muss ich nächste mission mit abwarten ne es gibt mehrere ich habe auch gerade wo geguckt da ist auch nichts und ich habe noch eine die ich nicht geöffnet habe wo keine ahnung darum gesponnt sind wo sind wir gesponnt sag mal ja woher soll ich das was zu lost ja wo die gesponnt bin ich jesus jünger ich weiß doch ich ich hab hier noch eine tue dumm sein ja hier ist ein katakomben komm mal an mir so dass ich mal so ein bisschen hier aussehen wie er singen wenn du die luken abbaust und das dann so aussieht dann ist es ein katakomben so wenn es anders aussieht ist es kein katakomben verstanden oder nicht test ich mal muss man verstehen junge ja manche verstehen das halt nicht den büchern schwer vom begriff sind ey gibt eine anzeige hast du jetzt zu übergeben dass du es nicht verstanden hast ich habe es verstanden aber zeige ihn trotzdem an nice gut vier katakomben gefunden aber ich habe nur einer von nachgezählt weil die anderen irgendwie keinen Gang nach unten hatten ja dann war es auch kein katakomben also ich hab's kapiert das ist nicht scheint es nicht so der armer wolf wird ja nicht 10 egal ich muss jetzt zombies mit heldenfähigkeiten töten leider das war das hat mich zwei missionen gekostet zwei msk 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 wie kommt jetzt auf msk unterfang natürlich in unikon ich halte ich natürlich ich bin ja ein guter mate ja ich denke das dauert nicht so lange bei datenbeschaffung sollte das sogar relativ schnell gehen ich weiß wir lassen ihn auch landen wo ist er überhaupt da hinten bei euch ne nicht runterschießen ich würde auch fallen platzieren darfst aber nicht das low level jetzt hast du immer ich habe 142er falle ich würde jetzt immer benutzen ich habe ein Ticken besser ich habe ein Ticken besser ein Ticken war auch der Art der Ticken macht jeder aus der Macht fast und über 100 Schaden auf nein nein ich muss eine Barrikade bauen schon wieder wir waren ja schon mal aber Kater kommen dann gar nicht so selten ne geht man eigentlich nicht wenn ich jetzt hochhaube nein so nein so hier sind halt eine Mission die ich auch starten kann und danach kann ich die nicht mehr starten halt ich mach jetzt einmal hier rum decken Gas weil ich es kann erste mal 144er falle und jetzt nervt mich ein Drecks T-Rex ach was für T-Rex T-Rex ja T-Rex T-Rex wow wie viele muss ich craften und wie alt seid ihr alle ich glaube 8 und wir alle hier die spielen oder in stream aus Unicorn fragt wie alt ihr sollt was soll ich mit 15 ich bin 12 und 25 ey die wird auf die wird einfach auf 130 untergebracht ist halt ist ja scheiße ich bin einfach von der 30 gedrausse da wie kann das sein dass ich jetzt schon wieder keinen Stein ich hab noch 1,1k ja dann kann sich ein bisschen platzieren ich war hier fehlt eine wand kann niemand hier eine wand platzieren ich brauche nur eine wand und dann muss es verbessert werden aber ich konnte drei dinge erstellen dann haben wir es nicht danke aber hier ist egal ob 144 nicht die werden alle gleich angezeigt meine fallen mit einer ja wir werden die runter getrost mit was hast du überhaupt von das geht so ja deckengas auf 144 nicht ich hab decken als die cc ne ist total kostet batterien ich weiß da brauche ich mir noch mal anders gezogen irgendwann mal irgendwann aber nicht heute also ich hab noch mehr als geht es noch mal eine breitseiten auch batterien nö 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 sollte gepasst ist welches Land was hier ist so 130 und dazu ich platzieren 143 auf einmal ich habe 130 angezeigt ich habe noch 106 also ein Rucksack Lager wie geht das ein Lager Rucksack die Hülle da nicht töten ach schade was war das gerade im Hintergrund bei jemanden da jemand wo fuck er aus ach das war war Toast was Toast was ist Toast ja Toast hat sich selber getoastet ne mhm soll man eine Scheibe Toast rüberschicken ja schon auf Toast ok das Lager ist scheiße digga warum tut mir diese warum tut mir Fortnite das an digga dass ich keine fliegen hülle immer finde wenn ich guck mal die nerven immer so hart ne diese fliegen hüllen ne simon mhm fliegen hüllen nerven so krass wenn ich mal welche brauche finde ich sie nicht wenn ich und wenn ich keine brauche warum braucht ihr so komisch man hab nichts ich hab nichts ich hab nur hingeplaced gemobbt mhm mhm und so nicht doch ganz gut gebaut aber ich weiß auch nicht hä ist das mal ein doch die kommen ehrlich hier so hoch hier so lang kann doch nicht gut sein links rechts links geradeaus querschnitt ferschnitt und da gehen sie dann da überall aber da brauchst du auch bodenkatapult vielleicht mhm unikorn bodenkatapult wäre praktisch weil dann könnte man die direkt so runterkicken ja guck dann gehen die hier drauf und werden direkt wieder hier runter geschleitert so nochmal zwei Höhlen bei mir ist Sturmtruhe die Sturmtruhe die Sturmtruhe die Sturmtruhe gut soll man machen Sturmtruhe nein Junge wir brauchen Sturmtruhe hier hinten kommen die auch hoch aber ich hab nichts zum platzieren also es wäre richtig geil wenn wir Deckenreifen hätten 106er ja dann platz die einfach hin die Deckenreifen müssen hier platziert werden wo hier hier ähm äh 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 statt Drohnen Dings nehmen können ähm Neuversorgungskiste diese eine da ja und so eine Mission ist etwas anderes das war schon besser wir müssen den Ballon so weit wie möglich abschießen wir müssen den Ballon so weit wie möglich abschießen hol den Ballon von Himmels laden die Daten herum nicht runterschießen unikon auch nicht runterschießen ich will nicht so viele Dateien machen überleben überleben dann können sich eure Hilfe weiß ich wohin stecken ja ich werde nie helfen ne aber ich denke ich sollte afk eigentlich fast laufen aber versprechen kann ich nichts das ich bin da und kann mich jemand wiederbeleben boah ne nö nö als ob du wiederbelebt wirst ich komme bitte meine Aufträge sind hier einfach nur Hau wie sowas danke ich hätte ich nicht wiederbelebt ich auch nicht ich hätte mir die Mühe nicht gemacht und mich dahin bewegt einfach einen Hund greift dich an du musst dich wehren mhm das Hund gewinnt doch eh es ist egal was man macht das Hund wurde einfach auf meinen Arm getilgt guck mal jetzt habe ich mein das Hund wurde einfach auf meinen Arm getilgt es gibt so eine gewisse Anzahl von Tieren dann bekommt man so ein so ein Chick-Ming-Banner oder so das wär geil weißt was geil wär nix wenn ich endlich mit den Aufträgen unter Fang fertig wär und dann weißt was geil ist ich fast fertig bin damit ja ich bin ich hab ein ein Ding fertig einen kompletten Auftrag ja ich hab ich empfehle nur noch zwei ja du bist ja auch schon ein bisschen länger davon als ich nein doch ich kühle ich kühle am besten nix sagen dass wir aus einem gefallen sind ja ja ok warte ich kurz ich bin erschossen ich hab grad einen Kill bekommen so ich hab grad einen Kill bekommen boah ich muss jetzt richtig viel auf einen Haufen locken und dann hm darfst du aber nicht ja und dann lass dir machen oh ja wegen meinen Aufträgen ja ich mach meine Aufträge grad selber also darf ich das meine Mama hat gesagt ich darf das ey nicht töten ich brauch diese dicken Müllen ich stört ja alles was mir im Weg kommt yo ey ich mach doch eure Aufträge auch nicht kaputt ja aber ich mach ja nur mit Helden Fähigkeit das heißt ich muss immer erst ein bisschen warten denn achtet drauf nur mal wenn ich Kunai Gewitter mache wie soll ich darauf achten nur weil da ein Dicker steht mach ich doch das jetzt nicht raus soll ich den dicken jetzt töten du brauchst du doch den Locker extra weg für mich boah ich hab erst einen von Hunden oder so auch Krankenschwestern euch brauche ich warum brauchst du Krankenschwestern sammeln zu dir ja ja die sind im Museum bei mir im Fetisch Museum so richtig kranker du hast so ein Fußfetisch Museum ne Fußfetisch oh wie man sich dabei hört ey schon cringe die beinahe nicht noch cringe die beinahe nicht noch cringe hast du Fußfetisch ne safe 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 ne safe ne er wird nur einfach feinkommen wie geht das exklusiv drauf geschossen oh 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 so ein dieser und so schön noch zu 6 lief genau die sagen so schön noch zu drauf schießen da geboren als von die da oben und näher und näher und näher und näher ich lief den auch ein ding fliegt schon so exklusiv ding der profi das sagen was du willst du musst auch nachher noch bei den aufträgen so ein bisschen nach vierzigern und gexen ja ich weiß das könnte mich danach ist so viel da wirst du viel spaß bei haben ja richtig viel oh ich bin ja bei 20 mal gestorben ja weil du auch los bist seid nicht besser mein gott hier sind richtig viele schweber das waren viele kölz ich bin jetzt auch nicht oh hier ist einfach alles schon fast kaputt deine geliebten fallen ne ja hier ist hexen es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt ich brauche jetzt nur noch ne werfer also die neve monster der wird nie kommen der wird nie kommen der wird nie kommen deren füße sind jetzt geil du hast nen fuß fettig von den füßen vom schwer vom werfer ne ja ja ich hab nen crush auf seine füße verständlich oder ach so erklärt auch der bananenskin dass du nix schmeckst ne mhm oder die füße von denen er flext eigentlich bananenspiele schmecken seine füße auch nach banane deswegen ach ne das reicht nicht langsam wirklich musst du nie wieder bananen essen ne 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 bitte das reicht langsam krieg ich nachher echt nen fußfettig also ne ich glaube ich kann mir keinen ekelhafteren fetisch fast vorstellen als fußfettig also für mich wenn leute fußfettig haben okay die leute ich die kässe ist lecker ich liebe es allerdings er tut ich zufuß auch lecker das gibt ein kick das gibt ein kick nur trofus schmeckt nach scheiße oder so gesagt schmeckt nach gar nichts wenn es nach gar nichts schmeckt warum kann das dann schlecht schmecken weiß ich nicht mit anderen sachen schmeckt es nach scheiße ohne alles schmeckt nach gar nichts also scheiße aber wenn es nach nichts schmeckt dann kann kann dann schmeckt doch nichts wie kann also es kann doch nichts schlechten schmecken wenn es nicht schmeckt wenn es keinen geschmack hat logik von dir ist doch so du kannst doch auch nicht sehen was nicht da ist ist doch genau das gleiche auch kann ich weiß ob ein mini-boss Panzer feinbar wundbau da wie sie klebt wie sie danke für die belohnung jungs machen wir uns das gleich noch mal zu sein werf auch kriegst ne ich krieg die auch bestimmt auch noch anders wir machen mal eine aufgabe in der mission die auch mehr spaß macht man die macht doch hier ist ein werfer werf aber ja timon hat sie doch schon gekillt muss der werfer der schon da nur noch bestimmte aufgaben wollte sie wollte sie sagen junge itachi hat wieder geschrieben kann ich rein ich weiß aber die ganze mit gespielt man er kommt nicht rein nie im leben nur über meine leichte mit der typo wieder reinkommen sonst alleine zocken ich 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 so ich die 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 diese teufels gemacht waren waren überhaupt in dem shop gekommen das war früher das kann ja bestimmt so nur wieder so und Kinder nur anders Unicorn 14 KG geht es in das Bild aber bitte ich mache das als ob der vorgestern drinnen war ist ja noch immer drinnen shop gibt es ja noch drei überlebenden verbesserer der ist als ob er noch da ist man dem Kurs an die Stadt Royale gut ich gucke ich gucke hier nur hier rein der Junge Noe gerade überleben mit ihm wenn ich die toll Nien 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 nehmen und es nicht es nicht es ist nur ein fortner der abnis legenden paket ist eines der scheiße das luft das luft halloween paket dann auch so bürger so paar andere skins zu weihnachtsstil noch paar andere pakete und neues aber nichts wildes oder außer links ist wieder da diese baba jaga hex ist wieder da über die spät die spielte jetzt haben wir auch noch 100 kopf es ist ein voll geiler skin drin welcher dann jetzt kopf falle kopf falle mit treppi es ist so ist also der ist da neben baba jaga die das kopf falle er wird voll gut zu unterfangen passen dieses diese immer sonst hat nichts wildes drinnen ja nur der tanz nur der tanzsäger musik ist scheiße tanz scheiße wenn das will ich komm wieder relativ dran oh ich hab jetzt schon zweimal den legendären troll gezogen ich hab ich hab den kürzer meiner sammlung so um missionen das gibt es jetzt noch drinnen ja ja wir könnten machen 108 erledigen und sammeln ja 108 erledigen sammeln oder lager zerstören ich brauche noch ein fähigkeiten sind nur ab 124 also 100 ich wäre jetzt nicht dafür aber wir können es ja trotzdem machen ja gut 124 noch da sind meine aufträge 124 gibt es nur so irgendwas wir können machen 124 überlebe die nacht würde gehen aber da bekommen richtig wenig IP das ist schlecht für das leveln das haben wir gerade gemacht kannst du einmal äh aus der karte rausgehen wieder rein damit ich auch sehe welches level ich bin weil ich sehe das gerade nicht du bist blitzlevel 96 ui ah ja jetzt sehe ich es ich bin da bei 37 äh sollen wir 111 40er datenbeschaffung epischer miniboss kurze reichweite nichts weiteres ich habe gerade meine ganzen metz wieder verbaut das heißt ich habe keine aber ich kann einen Fallen placen ja das heißt auch wo ist der denn jetzt oder wir machen erstmal noch überlebe die nacht mhm was los ähm bist du wärst überall für eine datenbeschaffung 140 es ist egal ich hatte irgendwas du willst ich brauche eh nix mehr man ich hatte das was ihr braucht ja dann lass das starten weil das ist da bekommt man 18 kip und verfangen IP ja und dann kann ich eine schleiderer machen ja wir haben gestartet dann geh mal aus der minute raus wo deine teams machst warum er kann doch jetzt noch zwei minuten da rum da drin bleiben Juni konnte das schon Glück mit der eh mütlichen Waffen also ich hatte ähm die erste Waffe auch im Zorn 22 bin ist meine meine dritte Waffe war Zorn als erstes hatte ich die Hand dann das Stubewehr wann ist mein Max Level dann Zorn keine Ahnung maximal das Level ist 150 ach so unterfangen ja also Zorn ist eigentlich schon die beste Waffe würde ich sagen ne 60 maximales Level ist 60 ja im 50 aber nach 50 dritte Waffe kann ich nicht holen ja man kriegt auch noch gute Belohnungen aber man bekommt keine Verbesserung mehr ne ne das nicht aber du kommst keine Ahnung 1000 Gold oder so mit deinem Level 800 Gold glaube ich aber das bekommt man ja die ganze Zeit so immer wenn man so weiterspielt aber generell ist ab Level 60 Max aber die guten Belohnungen sind ab ja ja ok so die guten Belohnungen sind ab 50 weg ich muss mal all meine Sachen reparieren ich hab die Sachen nicht dazu aber das waren jetzt einfach meine Aufträge ich vergesse das wer jedes macht Höhlen mit Heldenfähigkeiten ok ihr könnt kurz da diese Dinger so ich muss kurz hier die Lager zerstören ist mein Auftrag ich mach mit bestimmte ne ich muss bestimmte Höhlen killen bestimmt dabei kannst du nicht helfen weil es bestimmte sind wenn du die killst dann ist ja vorbei die dicken Höhlen nicht killen ok ok die dicken Höhlen nicht ok verstanden doch mit mit hier ja ich habe ja auch knapp 100 millionen und ich werde ich sterbe jetzt nicht so krank wir fehlen noch 70 zombies mit helden fähigkeiten ist echt gut ich müsste jetzt eigentlich in lager noch allein kurz machen das sind wasser zombies also mit metall bauen und metall habe ich nicht so viel ja ich auch nicht weil hier findet man auch keinen richtigen so viel metall ich mache ja ganze zeit dieses mit den aber es sind wiederum auch naturzombies von natur machen macht mehr schaden metall es ist ein es ist noch feuer zombies überfeuert und sie haben wir einfach alles einfach alles dann das am besten mit das was wir meisten haben ja hat stein am besten stein bauen weiß immer ja hier sind natur feuer alles alle zum nächsten teils ja und das ist nicht so toll oh mein gott auf einmal naturzimmern hat er nimmt mich von hinten durch diga er schiebte die fette faust rein aber sowas von aber ich dachte darauf stehst du mit ihm zusammengequasht diga ah ja ich sehe die ganze herde an zombies ja ist ein bisschen ja ich renne mal hinterher ich würde auch ein paar zombies haben nein weil sie sind am meisten dicke nicht kill nicht kill nicht killen kill den zermalma aber die nicht weil ich brauche die zombies für meine aufträge aber hier ist ein fetter in einem rauch der ist reingelaufen aber ich glaube der stirbt davon nicht der wird nur one shot ja der wird nur one shot noch 40 zu machen machen wo was ich um drohe zehn minuten bauen reichen ja ab zehn minuten gehe ich ich habe jetzt 85 von 100 dieser auftritt dieser auftritt 2 geht echt schwer wenn ich das mit katakomben machen muss für ein waffenticket dann bin ich so gekriegt er ab drei level bekomme ich ja schon waffenticket doch ich schaffe das heute noch ja schaffst du hat dieser mission bist du glaube ich schon level ab wenn ich einen auftrag mache es selbst komplett dann seien bis 22 ja noch 30 soll mich denn ein digger sondern wir sollen wir es so lassen wir sind also den ballon oder sollen wir nicht wieder auf nix machen die schwierigkeit wir lassen werden soll das ja können lassen wir denn so weil dann aber auch wenn ich so viele fallen platzieren oh mein gott gibt es ein spektral klinge ja 123 jetzt spektral klinge möchtest du die 123 ich gehe ganz kurz auf klone ich war mich kurz in der parameter wird sich also ich muss nicht ich muss mich so schnell wie möchte ich bin sofort wieder da du musst gar nix doch natürlich gekriegt mich selber mit jeder beschützen was für eine mission ist es überhaupt da haben wir schon datenbeschaffung 140 140 mal 18 kip bekommen wir junge wir machen auf maximum allerdings hat man sagt nein machen wir also mir ist das scheiß egal man aber für euch lohnt sich das sonst nicht ja hast recht wir brauchen wir nicht auf einem komplett maximum zu machen nur so zwei drei stück oder so ein bisschen bis hin und dazu so verdienen ich habe 91 von diesen dicken zombies von mir jetzt können wir auch vor allem normal spielen wie mir ist sehr geholfen aber ich meine nur für euch nur als der schade und er hat die will in die vielmehr zum normal der kohle jahre und ich halte mich nicht mehr als beleidigen mit aber leider nicht weil ich nicht das erfolge wollen vielleicht recht gut vielleicht gut sich mit und müssen so richtig so man darf sich nichts gefallen lassen 92 von 100 sieger was soll ich da nur sagen einfach diese kühlschrankt hat gegen dienst geworden gegen raptor nun jetzt finde ich diese hülle wie sie wie sand ammeer okay so wenig sein ist jetzt auch nicht mehr das reicht aber nur nur durch einmal konnten ich kenne was von level zum ist jetzt hier sind 187 ja eigentlich hat man noch einmal oder auf max machen und auch noch gehen max brauche ich gar nicht mehr also das haben wir noch einmal und dann ist gut oder wir können auch jetzt starten wir wollen wir sollen jeder auf den einen warten also wieder gekickt das haben wir jetzt starten oder so oder wollen wir noch ein bisschen was ich muss kurz muss jetzt einmal um die map gehen kurz was gucken in meinem auftrag diese fetten höhen können nachdem wir noch und das er auch wieder hatte ich letztes mal ob meine Basis gepläst ne oder doch nicht ne doch ich hatte gepläst oder ach egal warum warum denn wenn ihr mal laut wenn ihr mal 10 oder so in automaten ähm seht ne ich gucke ich gucke jeden automaten nachdem ich würde schon gerne mal einen höheren level haben nur 30er also hast du hast doch du tost ich habe 130 den auf 116 und dort durch scheiß geparkt schaue ein köln der krise einfach selbst durch was soll überhaupt hier platziert sein keine ahnung ich hab einfach ich wollte eigentlich nichts platzieren deckengas aber akku jetzt sind sie 144 aber das ging irgendwie nicht weil ich keine faserigen kräuter habe ich mal 31 schalmauern auf 12 auf stu auf 12 herstellen ist mir egal warum haben wir schon wieder schwierig wird noch gestellt warum den schatz gemacht weil es besser ist ein krimine mehr oder zweimal mann zweimal so easy zweimal war noch ja zweimal okay das ist ja eigentlich kein problem also ich wollte es ja nur für euch mal mit dem rxw bekommen weil ich brauche ja nicht mehr ihr braucht ja nur ja so nett das tun das ist auch nett dass du uns köln ist hier nicht sollen wir unterschießen nein 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 noch nicht nicht töt nicht töt nicht töt nicht töt nicht schießt runter wenn ihr bereit seid ja ich habe bei dann bekomme ich mich nicht weniger ip ok war jetzt bekommen wir so viel ip auf wegen mini boss war jetzt kommen die bus auch 16 datei ist schaffen wir schaffen wir schaffen wir keine sorge was auch übrigens vorbe nirgendwo abkühlen doch grün mann der schwarze Prozent und ich denke vorab ich habe gar keine ahnung ich habe auch nicht fertig mit dem fächal kommt als nächstes durch die waffenticket oder erst mal was anderes das mecher der über seine Lieblings vorbe grün habe ich doch schon gesagt ich mach mal den smasher down er hatte keine holzware down kriegst äh noch ein smasher natur oh ne nicht natur ich habe den natur wappen ich habe den natur wappen ich habe den natur wappen wie schön man den daumen schieft ich töte denn schnell alle einfach drauf schießt dann mal drauf aber bringt halt nix oh meiner auch ich habe den auftrag fertig naja streng genommen ist der schwarz keine farbe wo er kommt aus nächster natur hoch einer muss hier beschützt dass keiner von hinten kommt während wir zwei mal machen ich habe ich habe ihn genutzt und das sind so herr kommt der her wo kommt der herr jünger war war der hier auch hat ist gehört ja auch dazu muss ich muss was mehr zum fallen holen die kommen hier rein baut doch zu ich bin ja ich bin ja gefühlt der einzigste hier der grad kämpft okay ich bleibe drinnen im place sachen mann zelt also passiv an die place ist meine base ist ja ich habe genug mit ja kein wunder dass wir hier wenn du eine basis nicht platziert hast das macht man eigentlich bevor man startet und so egal eure schuld wenn man drüben halber tunnel weg so zu empfohlen nur wieder einmal wieder herumzittert die satz haben einmal einfach auch scheiße mit holz gebaut wir müssen immer noch mal abbauen die zombies steigen gott oh ja werfer ein türi aber auch ja ja ich gehe ja schon wenn die werfen die zombies darauf die können ja gehen gar nicht werfen wiederverwertung der geil eigentlich hier jetzt gab es nur einer den durch getötet also jetzt kommt bitte noch ein zweiter wiederverwertung der geil hier eigentlich bei unterfangen timon hast du scheinbar jetzt gibt sie ja noch brauchst du mal ein paar praktisch an den wänden ich hoffe man hat irgendwelche band sachen halt weißen keine mehr da die ganzen omas werfen ja die ganze decke zu geben mir das ist auch noch fangen dann noch mal zählen die nach oben ist kaputt ist das unterfangen nee das ist kaum das msk anterfangen naja msk statt was denn sonst das hinterfangen ist erst msk wenn du fährst mit kraften anpacken sachen dahin okay da muss unikon gleich verlassen wer tritt bei davin gaming tritt bei und die fahrst du dir angenommen welcher macht es nach der mission von oben muss übrigens auch ab jetzt zu baut und hat mini boss ist ein smasher ist das gebäude blocker ja ich bin dabei wir können nicht bauen kann ich bauen ja es geht nicht anders man wird nicht verbessert also im stärker machen sollen aber das weiter aus nach außen bauen hätten glaube ich die mission verlassen sollen habe ich ja gesagt ich habe es auch gesorgt aber alle sind xp egal ich habe das aber trotzdem ja das ist ja nur wir jetzt einmal wegen dem minibus gewesen ja das hat ja auch so gehalten ja ein bisschen so es hat noch viel hp würde ich sagen der minibus ist immer noch da der rennt der rennt gegen den ding star und jetzt noch ein natur smasher auch das ne rennt nach euch habe ihn aufgehalten er ist halt dumm er rennt hat er ging gleich die stellung wir sehen doch bitte ist erst einmal ganz durchgerissen wieder聽st du bist ja ausgerungen des 나가usum Lass doch einfach mal in Ruhe die Schwierigkeit Vorhin gesagt Nein, wir wollten es nicht Warum habt ihr dann angenommen? Ihr seid doch Oh mein Gott Wenn das hochgemacht wird Von Timon Warum nehmt ihr dann an, obwohl ihr es nicht wollt? Dann seid ihr doch selber schuld Wow Ich dachte, ich spiele hier mit Profis Soll Unicorn jetzt noch ne Runde mitspielen oder verlassen? Ey, das ist so lächerlich, ne? Soll Unicorn jetzt noch ne Runde mitspielen? Hallo? Ist mir doch egal Kim spielt Unicorn noch eine Runde mit, weil wir verloren haben Ey, wie kann man das auch... Junge, wie kann man das verlieren? Digga, jetzt hab ich den Auftrag nicht Ey, Junge, wenn jetzt noch einmal hochgestellt wird Ich rage gehört einfach weg Aber wie kann man das verlieren? Junge, ich mach meine Basis alles, Junge Wenn wir noch einmal die Schwierigkeit erhören Bei irgendeiner Mission, ne? Ich verlasse einfach Ja, das ist auch so Da bin ich einfach schneller, wenn ich alleine spiele Obwohl ich leuere Mission hab Junge, aber wie kann man das verlieren? Junge, ich platziere meine Basis und so Keine Ahnung, was soll man noch machen? Der S muss sich wieder zahmisch mit Heldenfähigkeiten töten Egal, schade noch einmal Wir mach auch nicht mehr hoch, gar nichts mehr Aber ich frag mich, Junge Mach nochmal Datenbeschaffung an Ich spiele auch keine Konstrukteur immer Das bringt nichts mehr Ich spiele lieber meinen Decker Ja, dann spielt nur noch Leo Ein Decker, äh, Konstrukteur Das bringt nichts mehr Guck mal, jetzt brauchen wir einen Junge bei Datenbeschaffung Und brauchen wir nur einen Decker spielen Das ist so unnötig Leo, du spielst jetzt wieder Konstrukteur Konstrukteur, hast du den dann richtig im Gepöp? Hast du die richtigen Helden drinne? Ich hab 144 Geiskönig Mit exklusiver Vergangenheit Mach ich aber weg Und weiter Wiederverwertung Widerverwertung Ähm, mit, ähm, maximal Also mit Zitz Blackbeard Ähm, welcher schon höher, ne? Junge, du brauchst das Ding, man Was? Guck mal, du brauchst, ähm Guck mal, guck dir einfach mal das Ding an Was ich drinne habe Man, das brauchst du alles Was? Also den, ähm, normal den, ähm, der Gebäudekollision 28% und so Mach dir einfach alle rein Aber alle nicht Oder dass er 10% alle vier, ähm, 10% Ähm, alle 4% ähm, halt und so eine Scheiße Das brauchst halt alles Ich hab, äh, ich hab, äh, Megabasis-Karl Ja, ich weiß Ja, egal Schau Teil der 13-Zone Das packe ich raus Ich kann die mit Keksboxen in mein Team packen Was wegen der Keksboxen? Weiß ich nur, hat er auch in seinem Team Ja, was Ich hab das nur wegen dem Vorteil Was ist ein Vorteil? Okay, dann schlafen wir jetzt ein bisschen Dann mach nochmal die gleiche Mission Nichts hochgestellt Finger weg Denk nicht dran Junge, du brauchst gar nicht das Reden Du hast doch angenommen Und hast Nein gesagt Ja, aber er gesagt hat, dass wir LP brauchen Dann war ich, ich hab an euch gedacht, Mann Ich dachte, Junge, die Mission ist eigentlich easy Ich war, Junge, ich hab keine Ahnung Aber die war so einfach, ne? Genau Wir sind vier Leute Deswegen kommen auch mehr Zombies Als wenn jetzt jemand allein oder im Duo spielt Das ist doch Das ist scheiß Datenbeschaffung, Mann Wir hatten keinen guten Spot, wo, äh, Dings mit Deckereifen oder so Wir bauen aber scheiße Das auch, ja Vor allem, weil ich jetzt einfach kein Deckengas Wir sind scheiße Wir sind scheiße Junge, wenn wir besser bauen, dann ist easy Hätten wir die Mets dazu Mit Fallen und alles Ich kann jetzt keinen Deckengas noch platzieren Ich kann jetzt Breitseiten noch platzieren Wenn wir jetzt verkacken, ey Dann, bring Junge Takt, Takt, einfach nicht so, äh, Takt Einfach nicht so Okay, einmal, einmal Nein, Junge Ich würde sagen, zweimal und dann ist in Ordnung Wir hatten auch gerade auch zweimal oder ne? Na, letzt hatten wir dreimal, also letzte Runde Und zweimal müssen auch nicht easy sein Ja, wenn ich das schon höre, müsste easy sein Jede Runde sagt, das muss diese sein Und deswegen verkacken wir jede Runde Ja, weil ich kann das auch nicht Junge, wir müssen auch nicht mal zu klären So haben, wie sie, da wo er noch nicht bauen Easy da gewinnen, ja, gewinnen wir Ja Spielt auch, ähm Ich mach keine Sturmtruhe Das ist ja schon drüber Ich mach Sturmtruhe Ist ja egal, ob ich es schaffe oder nicht Warum sollte ich nicht schaffen? Ich will, ich bräuchte eh nicht, weil ich das nicht schaffen werde Wo bist du? Ja, ich hab's gut gemacht Auch Weil ich brauche, Effis mit dem Ding herstellen kann Decken Schaube Ja, schaffe ich nicht 25 Sekunden Ja, hat's mal gewartet, ne Aber du hast ja nichts dazu gesagt, ey Bis ich da bin, das Weihnachten ist, bis dahin ist eh schon vorbei Jetzt eine Sekunde, warum darfst du? Da ist dann wer? Wir hätten das eh sie geschafft Ja, ist vorbei Obwohl Dann gebe ich noch geschafft, Junge, wegen mir Wegen den Bären Normal, Junge Ich glaube, der Spot, da krieg ich auch schon wieder Aids Junge, der Bär ist überpowered, aber mir glaubt das halt keiner Stimme vor, der wird einfach rausgenommen Boah Scheiße Leben vorbei für dich Junge Reicht Auf serv 116 Von Kiste gefunden Wir brauchen nur Schallmauern für Äh, oder Lichtfallen da Diese Lichtfallen, die wir dann auch gut Ich hab, ich hab welche Gehen beide Ein 32er Ich baue jetzt einfach eine Paramide Wie bei Atlas einfach jetzt hier hin Ist mir jetzt komplett egal Dieses Verstärkungsding Dieses Verstärkungsding Das Verstärkungsding Das Verstärkungsding, das kommt hier Er hat einen Unfall erschaffen, ein Unfall Halt zum Maul, das wird funktionieren Okay, dann lass Dann lass den Ballon doch nicht abschießen Das gleiche, das kommt gleich hier hin Warum playst du dein Bär, Dings, äh Timon Timon, hallo Ist jetzt weg Hallo Ich weiß nicht Timon Was ist das? Das ist, das ist schlau Ich hab schon einen Plan Kommt die Basis da drauf, oder was? Ja Weil, guck mal, hier kommt kein Zombie hin Deswegen wird das, wird das hier nicht kaputt gemacht Falls doch, hier guck, hier sind Wände Du, wuuh Ich wollte doch abgehauen Mein Gott, ich hab keinen Stein mehr Ey, jetzt musst du abgehauen, ich hab keinen Stein mehr Ich hab auch keinen Stein Ich hab drei Stein Boah, dann gefahren, ey Was denkst du, was ich mache? Harumsitzen Ne, blue blue farm Das benutze ich für die nächsten Runden Base Ich glaube, ich hab noch nie meine Brutal Base zum Abreißen Ich meine hier, aus meinem, aus meiner Basis, die ich platziert habe, heute gehört, ist alles mehr da drin Ja, aber du hast mich trotzdem auf dir gebracht Ich guck mal nachher nach Ich glaub meine Brutal Base steht noch Die kann ich abbauen Ich hab eine bessere Base als diese andere gebautes Zimmer Base 130er Edelwerfer 130er Edelwerfer Ja Habe ich auch schon gesehen Hast du ihn gekauft? Ja Ich brauch den Mann Richtig ehrenlos von dir, weißt du das? Ach, der ist mir allein, ihr könnt auch gar nix, ey Was ihr gönnt, ist ein Krümmel, Digga Ja, warum sind sonst nicht ein Edelwerfer Ja Weil ich den brauche Weil alle meine Waffen sind Warnschutz Sein Xenon-Bogen hat doch Dings, ist kaputt gegangen Ja Er hat ja neu gefunden und noch einen anderen Bogen Habe ich ehrlich nicht Junge, der Bogen ist so Dreck, Junge Das Ding haben wir nur verloren Bar benutzt ihn Junge der Hüter Erstmal wieder verwerten den Dreck Ist aber eh scheiße geparkt, die ich habe Die Edelwerfer Nein Nämlich trotzdem Ich habe den schon gekauft Warum? Weil ich den gebrauche So Geparkt ist ja nur auf Schaden, Nachleidergeschwindigkeit Schaden, Schaden gegen leidende Ziele Ganz klar nein Warum? Nein, ich habe keine Lust nochmal zu verlieren Ach ey, ich glaub mir, das verlieren wir nicht, man Jetzt habe ich meinen Main-Charakter, Junge Damit gehen wir nicht auch Solo Ja, das ist ja abgelehnt Juni, komm, warum ist ja nicht an? Juni hat angenommen Juni hat angenommen Ich habe auch keinen Bock, glaub ich, zu verlieren Spielen Tue ich Ordentlich spielen Ist so Aber ordentlich spielen kann ich auch nicht, wenn ich keine Fallen habe Ich kann keine ordentliche Base bauen Boah, stellen wir mal vor, man kann die Fallen von Normalrette die Welt in Unterfang übertragen mit einem Glitch Boah, jede Mission wäre so einfach Das wäre jetzt zu wild Jede Mission, jeder wird einfach übertreiben Juni, ich weiß auch, wie man früher früher in Unterfang noch dupen konnte Boah, das war so Premium Und das war auch das was kurz gedubt Das war Das war Das war ein Discord-Board-Junger Mh Offen von Mann-Dupen-Kundesvater so Boah Fies habe ich übelst viele 274 Dann gib doch mal was ab Ich kann ja nix troppen Die Mission sind ehrlich nicht schwer Du hast deine Basis schon platziert Ja Haben wir noch ein paar Schrauben für Energiezell-Munition Hat jemand Decken gefallen? No Nein Hey, du hast ja welche gecrafted schon Ich? Nein Dings T-Man Boah, du bist doch nicht nett Ja Das gefällt mir Man kann das Und hier, guck mal hier an den Mauern die oben sind Kommen diese Lichter fallen hin oder Schallmauern Versteht ihr? Das ist doch voll Seid Kommt das, seid ehrlich, das ist schon schlau Junge, was für ähm Lichter ähm fallen Junge Ich weiß nicht wie die heißen Meinst du ähm Wandlichter Junge, wer spielt mit Wandlichter? Junge, das habe ich noch nie gehört Geht beides Natürlich wäre scheinbar aber Menschen zocken mit Wandlichtern Menschen zocken mit Wandlichtern Tiere zocken mit Wandlichtern Ich lehne ab Ich kann Ich hab keinen Bock zu verkacken Junge Unikon, hallo Nicht Leo Was ist? Nimm ohne Was? Du musst Ja Immer so schlecht Achten Mach doch euch schrauben hier Ey lass es doch Das ist die Aktivierung Schlecht Mal auf drei runter schießen Junge Junge Ist doch loben ist Junge Was soll man da so lange warten Junge Ob das an Fallen reichen wird Nicht runterschießen Junge Wenn wir nicht mehr ähm verbessern Wozu willst du auf was willst du da warten Auf den Weihnachtsmann oder was? Ja Warte es gibt ja noch was zu verbessern Aber ich hab nicht glaubung Warte lass mich hier kurz Warte So dann schieß doch runter Wo sie sagen Warte ich muss das verbessern Ich weiß nicht Verwunder geschossen Warum? Darum Oh die sollen ich immer noch 40 Aber wenn nicht ein Eimer verbessert Junge Ey Dann kommen doch trotzdem Achtzien Da haben wir noch einmal gemacht Nein Mann ich habe einmal ja gemacht einmal war doch aber das ist der andere hat doch nicht die lehrt nicht angenommen dann auch nicht und ich habe an ich dachte das wäre jetzt mindestens einmal auch mir ist es auch scheißegal ich brauche nichts mehr aber dachte für euch aber wenn ihr nicht wollt einmal wollte ich aber stammt es ist auch egal ob 18 k das war ich glaube ich bekomme noch ein bisschen mehr wegen auftrag das finde ich sehr gut die angenommen wird er noch mehr bekommen ja was ja auch ein bisschen riskantung was aber coolen eine etwas leichtere mission zu haben und ich so direkt rein zu schwitzen immer aber cool idea sind naturzummies ich muss mit meinen helden fähigkeit ist ja richtig ich bin gestorben 81 habe ich jura aus welchen nie schaffen den auftrag doch noch nicht angenommen hast nein generell mein auftrag nicht schaffen dass ich diese bestimmte türen müssen muss spiele einfach ein bisschen mehr denn für den auftrag welche zum ist musst du den killen diese großen die dicken normaler nein diese dicken zombies die völligen höhlen so wie kannst du das nicht schaffen man bei mir direkt vor vorm ist einer ihr könnt ihr auch können das zählt auch für mich nennen die musste wenigstens einmal an hätten damit zählt ja fast und er kann eben um die hexen bisschen töten als wenn ich truppe und die durchgekehrten haben wir wollen wir überlebt haben wir schon mal wieder hier hatten dann ist einer angehütet und wir führten ortig und anfangen er ist ein werfer der köln gott ihr habt ihn ein geburtstagsgeschenk und freut sich auf dein geburtstagsgeschenk der werfer er lebt er immer noch auf ein geburtstagsgeschenk das ist der zweite und da ist da ein dritter ich schieße die ganzen höhlen an diese dicken ihr könnt die töten richtig weil sie nicht brauchen so leicht man das nervt wir werden ein paar mal verbessern können ja das stimmt ich wollte ja einmal machen wir haben so viel gebaut hier aber leo wollte ja wieder nicht hatte angst gar nicht angenommen ich habe angenommen hast du nicht mal habe ich so was der einzige der nicht angenommen hat ich habe angenommen mir ist der geholen von hier für diese hüllen fliegelung welches nämlich jetzt was nämlich jetzt weiß ich jetzt das das minibus schon dauern ich werde die mittels meiner hat man mit meiner basis genommen achte ja was soll man gegen Säure 4 zu machen exklusiv dinger kommen passt auf hier kommen sie durch gewonnen ich hab runter geschossen also du müsstest in 16 und dann Kürzeln, Kürzeln, Kürzeln Ey, nicht schon wieder mit 1 HP überlebt Guck mal, warum haben wir den Ballon nicht in R untergeschossen? Was? Wir hätten den Ballon eigentlich in R untergeschießen können Habt ihr mich da geschossen? Ich meine er Guck mal, die 16 am Datal schaffen doch so easy Ich bin ein der 98, Digga Kürze schnell Oh, hier sind die Wall-Fillig-Gehöhen 100% ich hab's fertig Ehrlich? Ja, grad noch so in der letzten Sekunde Hey, Junge, wir hätten auch verbessern können Das ist so easy Ja, ist es auch egal Nein, Mann Können Sie das normal machen oder was? Ja, auf Maximum Ja, auf jeden Fall Mit dem Fallen gilt, dass man Fallen so spawnen kann, wo man dann durchlaufen kann Ne, überall Ja Wenn wir es einfach zu einfach Oh, ich hab wieder mal Ist ein Schadener, wo ich nämlich mal eine Falle platziert Auch, man kann den So, man ist die Kirche, egal Ach, ja, mal ein Bär, Junge, der regelt richtig Und man wäre der verloren Ich hab' auch Ich hab' die in der Sammlung, die du gerade ausgerüstet hast Aber glaub' mir, der Bär, der ist richtig überpowered, man Glaub' mir, man Wenn ich den Deckerspieler und den Bär platziere, dann nimmt der auch alles weg Ja, ich mein' den Bär, den ich hab' Weil der mag Ritzschaden Ja, ja, der ist noch krasser Allein normaler Bär ist ja schon stark Ich werd' mir diese Jilly holen, wenn ich wieder Tee Also wenn ich wieder Kraftküllen habe Na, ich mag ihn berücksichtigen, das ist ein bisschen hässlich Und ich bin ins Kind von der Hesse nicht so Den Helden so, ich mich nicht schaff' Ja, das ist so Goethe, ne Man kann nicht alles haben gelegen Ja Ich hab' 11 KIP bekommen, geht eigentlich Der Bonus wird noch schmecken Aber Ich hab' 128 K Überlebendefehl bekommen Ja Nummer 18 K Wenn ich jetzt nicht Level Up bin, die dann rastet sich aus Ja, was ich bin nicht Ich bin nicht Level Up Wegen dem Bonus, Junge Egal Egal Machen wir nächste Mission Ich will dir noch Mehr Strahler in einer Strahler muss ich jetzt eliminieren Mach' einfach Mission an Ich brauch' noch einen Dingsmann Ich brauch' noch Gucken Warte, ich hab' auch noch mal Warte, warte, ich hab' auch noch Schweber Zwei Stück Zwei Schweber brauchen Höhlen mit der Spitzhacke Jetzt muss ich Spitzhacke machen Welches Level? 140 Dann machen wir eine 140er Mission Welche? Ey, wenn ich Lager zur Schwerbe Gibt's nicht, aber überliebe die Nacht Mach' einfach nicht Mach' einfach, mir ist egal Ey, wenn ich das hab', dann hab' ich meine 200 Ja, mach' einfach ein Lager DM Mach' einfach Lager die Nacht Aber war alles gut Hast du lager die Nacht, ey? Hast du gesoffen, ey? Hast du gesoffen, ey? Hast du gesoffen, ey? Hast du gesoffen, ey? Lager die Nacht, nice Hast du gesoffen, oder so? Nein, Mann Mach' einfach was machen Ähm Abschütze, abschüttelnd Netz Entdeckung Kommt dann einer mit mir immer und ich pick x1 und der findestand Ja, ich muss doch selbst Pick x1, also einen Schlag und du tötest dann noch Ah ja, das geht ja auch Ah ja, da gibt's noch was Ähm Näm' ich einfach nur Shotgun, ist glaub' ich am besten Ähm, Shotgun Nimm kriegst du bei LMG Ach, LMG ist in dem Spiel richtig scheiße Stimmt ja, da war ja was Komm, ich mach' LMG Warzone, Junge Ja Kurz, kurz, äh Und sterb' ich werden Äh, kurz auf die Straße stemmen Mit LMG Äh, kurz GTA Dings machen GTA Minigern Action Save Mit Explo-Money Ja, kurz in den Hut fahren Ja, kurz in den Hut fahren Ich hab'n Kumpel gesagt, ich mach' noch eine Runde Jetzt bin ich schon in der dritten Hat er leider Pech gehabt Ich bin so ein wilder, äh, so ein guter Freund, ne Boah Das ist ungemein, Bischander Ne, ich mach' die Mission ja, das ist ja den, den ich auch immer hochcarry Aufträge gehen vor Wenn ich, wenn ich ja höher bin, kommt er auch schneller höher Aufträge sind wichtiger als Freunde Ja, besonders wie du, der keiner hat Ich hab' Freunde Boah, ist gemein, Mann Ne, war ja nur Spaß Kann man sagen, ich kenne den Eltern Auch ein Spaß Oder? Sie zahlen nicht Strahler, komm her Bis geburt Den, 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 den Bonus kommen wir schon mal abschminken Mit, dass keiner stirbt Nur die Schweber können wir machen Ey, dass keiner stirbt, ist voll gemein Ich muss mit Pickaxe Ey, kann, darf ich, ähm, sterben, na? Ja Er ist doch, äh, er ist doch schon, äh, er ist doch schon gestorben Ja, der Bonus ist weg Weil ich gestorben bin Ja Gut, dann darf ich nicht sterben, das ist, er freut mich Ich hab' jetzt schon zwei, äh, Strahler Ey, Timon, kannst du jetzt haben mich da lassen, ich komm' gerade Lass mal hier, die Dings töten Lass mal hier, die Dings töten Lass mal hier, die Dings töten Okay, da hinten steht zum Glück eine AFK Dann kommt das Lager neu, weißt du dann Das ist halt geil Kannst du jetzt nochmal neu werden, Lager, bitte Das Lager will sich nicht erneuern Das scheiß Schweber immer, ey Das scheiß Schweber, ey, boah Ja, es nervt mich auch immer Hab' der gesagt Glaubst du wirklich? Ja, glaub ich Glauben sie, diese Geschichte ist wahr? Ja Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es anklatschen Gute Arbeit beim Ausscheißen der Höhlen Gute Arbeit beim Ausscheißen der Höhen Jetzt müssen wir nur noch die Nacht überleben Geisterboss-Bonus-Ziel Eliminiere weitere Geisterboss-Bonus-Ziel Geisterbosse, ja Ich muss Betten abbauen und irgendwelche Proben sammeln Ich muss mir grad selber helfen, tut mir leid Ich muss mir grad selber helfen, tut mir leid Ich hab' keine Lust zu sterben Ich hab' einfach zu sterben Oh, bei mir ist ein Waffenautomatik gut aus dem X10-Ox-Bogen Nee, keiner drinnen Hat jemand ein Lager gefunden? Ich, ja Nicht beenden das Lager, geh' ja schnell weg Ich geh' weg, wenn's kurz vor Ende ist Ja, weil, ist da ein Dingsgespundener Zwei sogar Ich muss die killen Ja, einen hab' ich schon Der andere noch nicht Warte, warte Lass mich pickaxe mitmachen Okay Kann's machen Hier, polizei, Digga Hier hinten ist noch ein Strahler Dann gibt's die die Sand am Meer, ne Jetzt geh' vom Lager weg Also, sonst werden wir nicht Jo Geh' weg Geh' weg Geh' weg Jetzt wieder Jetzt geh' zu die du brauchst die Strahler aber immer so fünf stück übrig lassen so hier ist auf einmal ein schweber ja auch cool ist unsterblich fast ein mann lässig und scherblich um ich schon gar nicht auf der wachstorst ist auch so da geht er weg lager ja jetzt schon überhalte ich glaube der hals wenn er einen angreift soll ja ein vampir sein also eigentlich ist ja auch irgendwie logisch ist doch ein lager oh mein gott ein ganz großes junge video man schauten schweber ich habe das mit der spitzhacke schon fertig so schnell ich weiß gar nicht was ich weiß gar nicht was euer probleme dass man einfach braucht ja fertig okay waffenverbesserer ist schon mal drin elementare das stumke nicht egal ich muss ich gehe jetzt erst mal flugeljagd also ich bin low level noch so 130 ganz normal ohne unterfangen 130 bin noch low level ganz ich meine ohne unterfangen 100 ein jahren den nicht low bin ich bin low level nicht ich sehe ich auch dann 130 ist nicht low wo leo wird auch nur gecarrigt oder kann man nicht erwarten nein und nicht ich meine nicht unterfangen und allgemein nur gecarrigt nein werde ich nicht klar ich werde ich wurde zu unterfangen aber sonst wo ich nicht gecarrigt das ist doch immer noch immer erzählt von dir von von der was für ein freund von mir kennt keine freunde von mir klar junge warum soll ich die nicht kennen reden sagt dann mal namen ich will nur noch ich will ich will ich will wo von so einer hätte zu atmen so danach machen wir noch mal so eine Mission hier weil hier kann man gut strahlen ja ich habe ich habe schon sechs strahler ja dann kann ich ja weiter blutgefahren das ist eigentlich ok also ich will zweimal diese Mission hier weil dann bekommen wir jetzt so viel ok mir egal ich muss halt blutgefahren deswegen mir ist egal was für eine Mission wie viel blutgefahren brauchst du? 60 ne? ja Miro ist weil mit der Wurzel gezockt ich weiß nicht ich denke das ist komisch ja Koppel nicht und seine führt er wird immer holen soll da sind wir entschied ja nur die das ist die beste woche 50 gegen den Kampel oder ein vom früheren ist ja auch so nach was der Soldat von früher der gleiche Perks hier im Bench das war School Trooper in Ramirez das ist nicht das Bench, die macht halt Kriegsschrei richtig krass und dann habe ich noch irgendeinen Held der den Kriegsschrei drei Sekunden kann er nicht töten, nicht töten, die brauche ich ja ich töte eh keinen ja ich töte eh keinen, alles gut ich töte nur Leute am ich will nur das Blugloft ähm Kilti Kilti ist Strahler bei mir mhm Justin was du voraufgaben brauchst du? Kilti Strahler wenn er mir die Wasser braucht kann ich den wieder mitnehmen vielleicht weil ich hab halt meine Schwein-Pieks Ah ne mir fehlen noch ein paar warte kilti Strahler kilti Strahler kilti Strahler aber schon vorbei Nebelmonster braucht er Nebelmonster das ist ja auch Ising Kriegsspieler ne ja man kann ja trotzdem Nebelkapseln spielen, das bauen ja trotzdem Strahler und so ja nur die Frage welches Blitz er ist, ob es dann einfach oder schwer wird, ob ich dann helfen muss weißt du denn, ich seh den Live-Chat gar nicht, wenn du ja wusstest ich auch nicht, aber mein Handy, mein Handy ist leer 20 Nebelmonster töten wir haben schon bereits zößen erkannte dem Mal welches Blitz ist er? das ist er bei 125 er könnte ich hiermit zocken ja das stimmt er könnte ich ja auch machen Jungen, das kann man doch Solo, Junge, das kann man also nochmal 25 mal Blitz 125 er kann das schon 14 und er starten ja doch, Herr Marse, er soll es allein machen ja vielleicht kann man das nicht, vielleicht sind nicht so gut aber auch öffentlich dann spielen so dann machen wir jetzt der waffenverbesserer warte ich brauche noch ein level für den waffenverbesserer und eine ganze reihe noch okay warte warte jetzt ein moment aufrüsten 434.000 machen wir jetzt 320 prozent der mensch da machen wir jetzt noch überlebe die nacht 140 sich das auch kein haken überlebe die nacht haben wir doch gerade schon gemacht aber das kann hatten ja weil wir kommen noch mal gleich ein haken sind immer nur da wo es immer diese limitierten belohnung gibt hier mit diesen extra das machen überlebe die nacht 10.000 xp ja weil da sind viele strahler der typ der mich eingeladen hat später am turnier das heißt ich kann locker weiter ohne sein herz so ein turnier junge keine ahnung da steht ein turnier das ist bestimmt irgendein team ich hab moritz 2 303 geld und jetzt erstmal abgelenkt er soll ich irgendwelche leute annehmen ich bin auch fast bis 127 ich bin kurz davor bin ich der einzige der bei einer dose das verlangen hat so drauf zu treten es ist zerquetscht so ja bis zur einzigste ja was ich mir denke wenn ich so eine dose sehr geil fand weil das stimmt so krass nach kapri sondern der ps5 bezahlt sich nicht von selbst hast kann der ps5 ne ich hab nur eine 4 hier stehen aber ich hab nur gering verdiener nicht was er kauft die ps5 der muss alles von neu anfangen nein von neu an ich habe ich habe ein ps4 account schon ich habe auch ich habe auf ps4 angefangen ich habe den pc kann auf pc übertragen bei mir geht das nicht vom pc auf xbox kein epic games natürlich hast du sonst kannst du nicht spielen bevor er ist auch so jünger musst du dich da anmelden ja los nein musst du dich los ich habe immer weiß ich anmelden man muss sich anmelden damit man damit man auch gebannt werden kann geschenk erhalten kann und überhaupt spielen kann damit man eine art ist auch so aber nicht die strahler können ich habe hier noch um ein gut ich hatte ich hatte ich hatte den strahler 9 ab wann kommt eigentlich die zone ab 6 glaube ich oder in der abmütung von ja wir haben schon null uhr das ist oder der kurt werden wir sind kurz von 0 ne wir haben nur ein bisschen krönisch nur warum machten schule aber scheiß drauf scheiß ich habe morgen keine im und ist so gesagt über sonntag bei uns zu wenn man höre ich nicht und ich bin wirklich merke ich mich anruf ich ich dachte wenn man nehmen vorab du drecks schweber weg verpist euch bitte schnitt der one schottet mich das ist richtig unbefriedigend ich habe 999.000 leben wenn die wütend sind immer so man das meine ich ja krank die konnten ja den sturmkönig waren sollten wenn man wenn man dinge ist wenn man entdecker ist da gibt es ja so ein entdecker der kann so ein schild machen wenn der strahl vom sturmkönig auf die schießt bekommst du keinen schaden aber nicht umschuldig auf einen für geld mit passen mit der um wenn man ein level ist merkt man das ähnlich wahrscheinlich nicht du bleibst einfach so stehen und schießt immer weiter auf sein krisse wahrscheinlich ist er nicht mehr weggestoßen weil er das weg war der hat es kitzelt nur ein bisschen das war's nur heute morgen hüftel der hotel zu starten oder ist er nicht so was schon können jetzt das kein spaß als ich meine es dann der nächste engen explizit explosive vergangenheit hast nach ja ich bin auch immer zu den vergangenheit egal wo aber merkt man dass ich noch von schornkönig der machte das doch heute sein merkt man dass wir einen machen und verraten der macht ihr ungefähr nur 500.000 schaden wenn man mit anderen drei guten leuten spielt wirst du bei fast zwei millionen leben ich habe es nur drei millionen der zieht dir ein viertel ab nur ein viertel ab wenn überhaupt danach brauchst du nicht mal ein healpad benutzen weil er so wenig abzieht leo wir haben es nur drei millionen was es gibt leute die haben vier millionen leben er hat wenn alle hält auf maximum sind ist ja klar aber leo doch nicht jünger neuer ich hatte ich hatte mal zu ich habe dann wiederverwerten wenn er will zu drei millionen gehabt haben mann ich habe mit anderen das gemacht mit anderen leuten ich habe keinen keinen ich habe auch mal mit anderen leuten sie machen die auch schon maximal hält aber niemals drei millionen machen in welcher einer der beider sind sie mal das maximale ich habe auch ein der zählte ich habe es ein ganzes team holen auf oder 144 ich habe luks 144 aber wegen einem blitzlevel habe ich jetzt weniger leben weil ich noch leute werden zwei hieler sie was sagen soll Lux Kassandra und nachdem es sei als bloß die Welt dieser Fähigkeit im Kuhnall wird ja auch verbessert das ist ein 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 zweites Jahr nicht das ist der Wissler nicht relativ ich weiß dass eine gute Entscheidung vor allem weil ich einfach Lux immer spielen er hat gesagt die auch für die Schöpfung der Leerungen die ist gut zu tun haben wir das löscht ich glaube die ist scheiße ich dachte es gab sogar gesagt wenn sie mir gesagt hat sagen dass sie an das ist an das Ding Samenländer wenn er hat man nicht verstanden damit machen und dann erst mal bei Lux das andere ich habe mich nicht so groß und aber nur noch nicht gut ist das ist doch gesagt dass sie nicht gut ist ja wenn ich nichts anderes habe zu spielen da es kam dann muss ich ja es ist eigentlich voll op alter aber die sagen wir haben weiß was wir gemacht haben ich mit drei anderen wir haben alle soldat genommen und einer hat konstrukteur genommen in der entdecker nehmen wir alle drei geben ihn kriegsschrei und noch so ein boost der hat den schirmkönig mit drei hits getötet von der atomisierer das war so geil einfach er ist einfach nach dem pizzer der atomisierer herr junger bist du dumm der hat ihn gespree schottet was er hatte mit drei schüssen von der atomisierer geholt was ein damage der gemacht hat ja ja ich muss jetzt auf das ist ja du musst oft in der mission junge was kann ich dafür sag einfach nein nochmal sagen wir mal rein okay xbox verboten darf ich mir auch nicht zocken junger sei der mann im haus nee oder bist du die possi bist du es nö bist du nicht der mann im haus ich habe diese nebeln und zwar gemacht wird ja ich habe ja ein schwer gewonnen heute luxus zu op leo riech aufwand ja ich werde man nach der mission auf die mitten in der mission auf gehen weil ich gehe nach dem wohl kannst du auch ich sehe loben ist jung ist ja ja ich habe meine aufträge fertig gemacht nach der mission bin ich ja nur durchschwitzes 23 uhr junge ich dachte das hat gut wir haben ja nicht mal bis dahin er ist halt nicht der mann im haus noch brauche ich bei dir was zum hotel das steht halt nicht mehr wollen wir es ganz zum zerfall bringen mache ich gerade gerade er das mit blügel oder habe ich schon fast fertig mir fehlen nur noch 20 auf die karte da sind ja diese dinge genau stimmt 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 die geben ja auch blügel voll vergisst was das haus mal zum einfallen bringen auch direkt bei einem strahler hier auch leo gehofft man alles gut leo räuner wo hängt das hotel noch die uhr auf jungen dreht doch ärger hier hinten hängt das hotel noch fest so jetzt warte kurz der macht die konsole aus mann jetzt gibt's ärger jetzt gibt's einen auf die fresse normal ist auch so alle nicht gehört hat da kommt eine große Welle mach dich bereit gibt's hier noch irgendwo eine Anomalie ne auch nur ja 4 ein ein und in dann ja die Toast? Ich spiele ihn noch weiter, ja. Vlog ist auch off. Ne, ne, ne. So früh doch nicht, hä. So, ist traurig sowas. Ich zock doch erst seit 12 Uhr, Fortnite. Wow, ja, seit 6 Uhr morgens. Wie viel Blue Glo habe ich jetzt? Ja, ich bin jetzt schon bei 71% nächste Runde, habe ich das Blue Glo auch fertig. Boah, ist geil. Das gefällt mir. Danach muss ich, glaube ich, 80 Blue Glo sammeln, oder? Safe. Ich glaube, danach kommt keine Aufgabe mehr. Ah ja, das ist 140. Stimmt, ja, danach kommt keinem. Oh, easy. Ich brauche noch einen Minibus, man. Habe ich alle Aufgaben fertig. Und jetzt muss er aufgehen. Und jetzt muss er aufgehen. Unicorn, du bist die Beste. Sicher, dass es keine, äh, dass es kein der ist? Ach, keine Ahnung. Das weiß man ja nie, ne? Ja. Dann sag einfach, du bist, du bist irgendwas Beste. Du bist irgendwas Beste. Okay, wusstest du, man kann dafür heutzutage gemeldet werden, wenn man jemanden als falsches Geschlecht betitelt ist. Ja, weil, ähm, sie hat doch gesagt, dass sie eine Frau ist. Ne, ich meine nur. Deswegen. Wenn sie sagt, sie sind jung, dann, ähm, ich brauche keine Ahnung, ne? Weiß man ja nicht, ne? Weiß man nicht. Wenn mich jemand nicht hört, dann keine Ahnung. Oh, warte auf, die Aufsträge Blue Glo sammeln. Und eine Färziger Mission? Ja. Das war's. Die anderen ist, äh, Elementar zu mich töten. Das mache ich ja, das mache ich irgendwann anders. Und, äh, äh, evakuiere den Schutzbunker. Das mache ich ja um zwei Uhr vielleicht. Sicher reite auf dem Blitz 140. Wenn man, also, wenn man nicht, ähm, auf schwerer machen, so sollte es doch easy sein, oder? Ja, wenn man nicht auf schwerer, ja. Ich würde es auch nicht auf schwerer machen, weil wir haben jetzt zwei Low Level dabei. Ja, brauchen wir auch nicht. Ich bin Level 38 schon. Das geht echt schnell. Nach der Runde bin ich wahrscheinlich 39. Mhm. Sehr cool. Haben wir und endlich Zeit, um den Bus einzubauen? Mhm, haben wir. Okay, das ist gut. Kann ich nämlich noch kurz Metz farmen. Also, ich habe ja letzte Runde alles verbaut. Vorletzte. Ich bin mit 99. So. das ist auch cool ja am besten einfach alles blueglow ein sein was ihr seht das wäre ein sehr cooler vorteil für mich ohne leo ist voll still krass ja weil keiner von denen redet aber einer von denen war glaube ich gerade kann reden und hat sich gemutet ich darf die beiden reden also ich hab von den beiden noch nie was gehört echt aber ein gerade war glaube ich ein mic von jemanden an weil ich habe im hintergrund was gehört und dann gemutet und bis jetzt habe ich es nicht nochmal gehört dass es entmutet wurde das heißt jemand kann sprechen aber möchte es nicht was euch auch in ordnung ist das ist ja ich will nie man sollte ja niemanden zu irgendwas zwingen und 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 ich bin wieder da und das kann ich wieder verwerten das ist ja nicht wieder verwerben. Das hier. Das hier. Das hier. Genau. Ey, ich hab jetzt schon 53 Blue Glove von 60. Aber nochmal so ein Troll, das ist perfekt. Wusstest du, wenn du eine Drohne beim Troll platzierst, dass er instant tot ist? Also, die Drohne trifft jeden Schuss sofort. Du töntest ihn innerhalb von 5 Sekunden oder so. Noch 6 Blue Glove. Was bekomme ich eigentlich damit? Ich weiß gar nicht. Ich bekomme einfach Kernvorteil fix. Ach, das brauche ich gar nicht. Egal. Es gibt ja auch Überlebenden. Äh, was? Überlebende? Was? Und da fangen wir. War das cool, dass ich jetzt... Oh, ja. So, 1. Ja, wenn ich irgendwann mal alleine wieder spiele, ne? Und ich dann einen Xenon-Bogen habe, ich lade dich einfach ein. Mhm. Dann kommst du rein, aber dann holst du dir den. Aber der Bogen ist eigentlich schon voll cool. Ja, was ich an Xenon-Bogen mag, ist für Aufgaben wie Gartenzüge zerstören oder so. So einfach nur im Haus rumballerst und dann halt direkt alles hast. Mhm. Aber ich, das ist nicht mein Lieblings-Bogen, glaube ich. Ich fahre diesen Elektro-Röhren-Bogen mehr. Aber Xenon-Bogen ist halt einfach stärker. Ja. Ja, Mission fertig. Jetzt muss ich nur auf Elementare Höhlen töten. Elementare Höhlen, okay, okay. Das dürfte jetzt nicht so schwer werden. Das brauchen nur ein bisschen Zeit. Ich meine, ich muss das in 108 Mission machen. Das ist ja geil. Ja, hier, Feuer, die hole ich mir. Ja, guck. Fertig mit. Guck mal, hier ist dann noch Natur, das hole ich mir. Wasser macht gar keinen Schaden an Natur, aber das ist mir egal. Ich mach das jetzt trotzdem hier. Also, ich hab mir den Miniboss jetzt zu töten. Oh, ich... Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Äh, ich weiß es nicht. Ich sag mal so, es wird sehr schwer. Das ist die letzte Mission von mir, dann hab ich alle fertig. Ja. Das ist nicht so gut. Naja, wobei, dich juckt das jetzt eh nicht so krass. Oh. Ja, wo ist überhaupt der Boss, Mann? Wer findet denn hier? Ach, da oben, oder? Wie ist die Lust? Ich wollte schon sagen, haben wir den immer noch nicht gefunden? Ich steh neben dem Zombie, ich schieße, er wacht nicht auf. Ehrenmann. Okay, ich muss auf 50 Naturhüllen töten, ne 40, 80 Wasserhüllen und 60 Feuerhüllen. Bin ich auch schon wieder da mit 248. Soll ich helfen, komm. Hm, alles gut. Das Bot ist jetzt nicht so toll. Kannst du das Haus wegschießen? Ich bin Konstrukteur, ne? Nee, ja. Warte, ich kann hier upgraden kurz. Bevor ich wieder auf Zambia kurz gehe. Wenn du Fallen brauchst, ne? Nee, warte. Welche Fallen brauchen wir? Ja. Oh, ne, jetzt kommt es ja mal einmal schon. Oh, ne. Alles gut. Da, zwei, Dann für Warte. Knie Das war's. So, stell mal hier das Auto, vielleicht kriegst du Effis. Also ich mein, du nimmst ja jede Effis mit, die du bekommen soll, oder nicht? Ja. Oho. Haltst du ne Boden stacheln oder Eis fallen? Mh, Eis fallen oder? Gut. Vom Wasser kommen die nicht, oder? Nö. Okay, dann, äh, ich hab ne Idee, die ich machen könnte, die aber sehr teuer ist. Oh, guck mal, naja, jetzt nochmal mal. Feier brauch ich noch. Guck mal. So, du bist tot. Ich heil dich. Dann mach ich's eben so. Ja, das war ja schon schwer, ein Feuer, Dings zu töten. Die Mission kann ja, was wir haben. Bihil dich. Ich heil dich. Ich heil dich. Hier nicht – ich heil dich. Du bist so schlecht. Ich heil dich. Wirkeln. Du bist gut. morgen vorst mal viele wasserzummies sicher einmal oder einmal ist keine naja dieser paar level werden jetzt keinen großen unterschied machen wenn wir das jetzt nicht schaffen hätten wir es vorher auch nicht geschafft aber es gibt ja trotzdem mehr xp erwarte mache ich mache ich was was teuer ist aber ich mache es trotzdem das war so und ich konnte mal starten oder was ich noch lass mich noch breit sein platz dieser wand muss weg ja junge die mission ist ja easy man deswegen einfach platziert und gut ist ja warte ich muss die wand muss hier weg ich meine da hat man das film gesagt so decken reifen schaufel auf einem schufa eins platziert ist ja die emissionen deswegen noch ein da um gut ist sind die möchte elementar zermüssen der schaden man merkt einen deutlichen unterschied von 140 zu 161 die wand ist einfach schon fast kaputt mache ich das jetzt einfach so ich glaube ab zweiter partei die jungen kommen erst zweimal immer ne ich glaube ab zweiter partei die jungen kommen erst zweimal immer ne die die juni code ich helme nicht oder haben wir banner platziert ich hab mal platziert jetzt haben wir zwei bahn ja hier ist afg auf der linken seite hier aber ich finde der bus allgemein ist easy jaja 160 gibt noch ein bisschen extra xp chillig wie lange brauchst du heute noch ja so zwei uhr und dann um zwei uhr noch eine mission also dass ich eine von der neuen mit machen und das wird wahrscheinlich evakuieren schutzbunker sein wenn es eine gibt warum direkt wir starten durch starten oder verteidige den bus crazy Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.